Ah. Hast du mitbekommen der Slowox, die so ne Plattform machen will? Ne, hab ich nicht mitbekommen. Hör mal, hier geht ja die Post ab, Alter. Was ist denn hier los? Oh, oh, ich hab ausgelassene Frames. Oh, fuck, ich muss mir eben die Kühle anmachen. Auf Performance. Oder stehen die schon auf, ach, die sind schon auf Performance. Oh, was geht ab? Okay, ich kann das noch. Was ist, was ist, was ist? Wie siehst du aus der Penner? Du bist der Penner. Ne, du. Ne. Ist ne Hochzeit. Hallo. Hallo, hörst du mich? Ja. Grüße. Was machen Sachen? Nix, wir waren gerade bei der Friseur. Warum, weil, wer war alles? Wir sind alles da? Alle. Mina? Ja, war Familientag bei der Friseur. Achso, wollen wir eben den, den, den Dings holen gehen? Ja, was? Ach, den Dings? Ich hab's gerade zu Mina schon gesagt, oder ist der Links in der Verwahrstelle. Ja, willkommen, hier bei Niedermorgen. Was kann ich für Sie tun? Wo ist der Auto? Soll ich dein, soll ich dein Ziffen schicken? Ähm, ich hol das gleich. Womit? Wo hast du das geparkt? Das wurde, glaub ich, abgeschöpft, oder? Wer hat das abgeschöpft? Weiß nicht. Aua. Irgendein Wichser. Deine Ohrmuschel ist kaputt. Meine Ohrmuschel? Ja, das haben so... Hi, wie geht's? Hau, schrei nicht so. Oh, Charlie. Das tut voll weh. Wie geht's? Ist alles okay bei dir? Ja. Was? Ja. Alles okay bei dir? Ja, aber unser Auto ist weg. Ja, ich weiß. Jetzt verwaschen. Ja, wir müssen das abholen. Ja, ich bin gerade fast. Ich bin am Telefonieren, Jack. Ich bin gerade fast. Ich bin gerade fast. Ich bin gerade fast am Park. Okay, gehen wir in den Samplein? Ja. Dann muss gleich. Bis gleich. Boah, mal gucken, wer mich angerufen hat. Gehen wir auch so. Okay, ist das Lid? Hase? Äh, nee, aber der hat nur 3.000 gekostet. Mo gestern? Frank vorgestern? Warum hast du mich angerufen, Schoko? Ähm, ich wollte gucken, ob du da bist. Ich hab mir Sorgen gemacht. Du wolltest gucken, ob ich da bin. Nee, ob du draußen wachst und so, ne? Mhm. Ich glaube, da war ich, war das morgens? Ich glaube, da war ich gerade auf Raumzug. Wer sind denn die da vorne? Ähm, Danju und Chap. Was soll Danju hier? Danju ist zurück und ist auch wieder tätig für uns. Ich hab ihm gesagt, wenn er nochmal abzieht, dann hat sie's erlebt. Was zum Tor? Da kommt die Flodafamilie. Guckt euch die ganzen Asozialen an. Guckt euch die ganzen Asozialfrisuren an, die da rausgekommen sind. Da kommen die Flodaf. Was willst du denn, du Fregel? Warte auf Johnny, warte auf Johnny. Grüße. Grüße. Was ist das? Ist das fresh oder nicht? Ja, das ist Abstand der Zwerge hier. Wir sind die Flodaf. Guckt euch mal vorne, Johnny. Wo ist Johnny? Da hinten. Mille, hast du so hoch gemacht? Schwanze haben wir, ne? Ja. Auch unter den Armen? Önkel, zeig dir mal deine neue Figur. Komm dann mal, ich will dir meinen Schwanz zeigen, das ist gewachsen. Ja, zeig dir mal. Ich bin ja so gespannt. Das Türkengel hat funktioniert. Sag her den Pips, ich hab heute auch einen heißen Tipp bekommen. Bartoil. Bartoil? Für die Mustache? Ja, für die Mustache. Ja? Funktioniert das? Ja. Ich brauch mal ein Rad von dir. Zeigst du jetzt dein Pinsel oder nicht? Nein, das war nur Abbelenkung. Why? Ich wollte ihn sehen. Ja, why, Kiki. Why, Kiki. Komm, ich sag dir später. Hm? Du wolltest doch ein Rad haben. Du, why, ich hab keinen... Was wolltest du sagen? Ich brauch nur ein Rad. Mein Fahrrad ist weg. Sonst würdest du dir leiden. Aber ich merke, dir kann man immer noch nicht reden. War ja auch der Vorschlag. Kann nur gut aussehen. Und? Ist das länger geworden? Das war ne Ablenkung. Der hat mir sein intimstes Geheimes verraten. Ich wollt fragen, ob das nun alles ist, dass er sich versteckt, wenn er im Kalt ist. Ich wollt grad fragen, ob er nach inwächst vielleicht. Halt die Fresse. Du Hohenbruch. Beleidig bin ich die Familie Kusch. Sonst sage ich jetzt Fäuste. Genau. Genau. Okay, hab Angst. So wurden wir geboren. Wie? Mit Fäuste. Mila fällt, der Köttel schon Bilder nicht ab. Halt die Kappe. Halt du die Kappe. Du hast uns Auto verschleudert. Nein, ich hab das nicht verschleudert. Ich hab mir letztens im Auto eingeschleudert. Wie ist das? Ja, ich war dabei. In welchen? Oh nein, oh nein. Alter, er musste ja Zeuge sein. Ich hab im Rückspiegel geguckt. Ja, ich auch. Ist lecker. Ja, wann komm denn? Ich geh Johnny gucken. Mach nicht, mach nicht. Los nicht. Warum? Nein, mach nicht. Der sieht aus wie ne starke Jutta. Süße. Hallo, wer sind sie? Titi. Titi? Titi. Ich hab eine Freundin. Ich weiß. Und wer sind sie? Immer noch City wie die Stadt. Ah, was willst du hier? Ich gehöre zu John. Ah, du bist deine Freundin, ne? Ja. Hab dich schon genutzt? Ich glaub, geht dir nix an. Warum geht mir das nix an? Ich bin hier der Boss, der Baba. Ich frag dich doch auch nicht. Ich bin hier der OG. Halt Klappe, wenn ich mir die wilde. Antwort mir. Bitte. Nur weil du bitte gesagt hast, ja haben wir. Was? Ja haben wir. Geil. Juni? Ja. Grüße. Was will der Motherfucker Danju hier? Na, Grüße, Mann. Du bist doch so ein ekliger Six-Deus, Motherfucker. Nee, Mann. Du eine Wung-Turf-Fool. Bitteschön. Ich will dir bei Drogen verbrauchen. Danju. Danke, ich brauch aber keinen. Danju. Nimm deinen dreckigen Finger aus meinem Gesicht, sonst knallt's. Ich sag dich jetzt was. Du Hure. Ja, klar. Und das ist mein letztes Wort. Was denn, Timothy? Machst du das nochmal? Mhm, hab ich schon gehört. Und fällst du uns nochmal in den Rücken? Dann stechen wir dich ab. Dich und deinen Hund. Dann kannst du, dann brauchst du dich nie wieder hier blicken lassen. Genau. Das ist richtig, das ist richtig. Ich dachte, du bist unser Freund, Danju. Ja, bin ich ja auch. Guck mal, ich musste, guck mal, für mich war das halt. Warum fällst du uns dann im Rücken? Für mich war das auch nicht leicht, Bruder. Denkst du, ich wollte das ja alles so aufgeben, so das lief echt gut? Warum fällst du uns im Rücken? Ja, die sind mir halt gut ans Herz gewachsen, die zwei. Mit einem Wichsgefühl. Was lachst du? Schau dir die Nase nach hinten. Also ich hab dann akzeptiert, dass du da hochgegangen bist. Das ist gar kein Thema. Aber normalerweise gibt es kein Druck mehr hier ins Business. Verstehst du? Jun, dein Haar gefallen mir. Ja, mir auch. Kann ich dann nachher durchstreicheln? Natürlich, natürlich. Danju, du bist immer herzlich willkommen im Junge Park. Ja, klar. Aber wenn du uns nochmal verrätst, glaub mich, ich bin Kriminal jetzt. Ja, ist kein Problem. Warte, Quani, ich fick deine Familie. Noch mal einen Schritt zurück, wenn ich auf keinen Fall. Wie gesagt, ich wurde halt nur vor die Wahl gestellt. Und Timothys Freund, ne? Ja, ja. Kein Fallend. Ja, ja. Timothys Freund. Ja, Mann. Scheiße gab es dir für nur Ruby Gangsalt. Irgendwie gepellter Gangster. Motherfucker. Was? Was? Ich geh jetzt zurück zu meinem Florida-Familie. Okay, mach das. Hiet, hiet. Irgendwie der Aussie, der Trottel, Alter. Ja, man merkt, dass ich ein paar Tage nicht da war, ne? Ich bin richtig heiß. Die Kärze auf was dort. Und wie findest du den Ankel? Ja. Einer deiner Verflussenden steht er vor, ne? Die Big City Life. Ja. Mann, jetzt kümmere dich mal mit einem Weiber. Ruhe, ey. Die soll mal herkommen. Bald stehen dir nur noch Kinderwagen. Und wie findest du den Ankel? Sieht doch voll frech aus. Wer ist die Frau? Wer ist welche Frau? Mit der orangenen Haut. Das ist Steffi. Die hat die Haare wegen mir so krass. Hat mir gewünscht. Die ist aber mit Mama zusammen. Ich bin mit keinem zusammen. Schuss lang. So, siehst du? Ich hab ihr Haare gemacht und die ist mit keinem zusammen. Wo ist der eigentlich? Ich mach Fortschritte. Äh, Zügel füttern. In mein Leben. Ja, Mama hat sich neue Dings besorgt für sein Zügel. Mama hat Frau und Kinder. Da reden wir doch grad von. Wenn ihr euch anflirrtet, anfängt nur rieren. Herz. Der hat sich so einen Zaun gekauft. Bei ePay Kleinanzeige. Elektrozaun für gegenpinkele Anlage. Das ist geil. Milda, wir brauchen unser Automobil. Ja, dann lass uns doch los. Los. Automobil. Fährst du? Kannst du diese mächtige Maschine bedienen? Natürlich. Du weißt schon, dass man einsteigen muss, ne? Du, 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 du. Geile Sau, zeig mir dein Schiehlauge. Hol das raus. Ah, die Kappe. Hallo, die Kappe. Das ist echt schnell, das Auto. Du bist wohl letztes Mal auch schon schnell gefallen. Ja. Cool, ne? Was ich alles kann. Und was ich alles lerne. Und ich brauch Geld. Hast du Geld? Du hast doch gebattelt. Ja, ja, ich dachte, ja. Wo fährst du hin? Wenn ich mal so fragen darf. Geld holen. Ach so. Geld holen. Wohin? Wir brauchen Geld. Geld holen. Wir brauchen ein bisschen Geld. Wenn wir, wenn wir unser Auto, das wird halt abgeschäppt. Und wir brauchen Geld für, damit, weißt du, man muss bezahlen, um das Auto da auch wieder rauszubekommen. Sonst, die geben das einfach nicht her, die Arschlöcher. Und dafür brauchen wir Geld. Geld. Für das Auto. Wo bin ich? Ach so. Wieder gefunden. Hey, schäfst du während ich rede mit dir? Hm, ich hab kein Muck auf Schulde. Audi-Fahrer. Ja, Audi-Fahrer. Nein, Audi-Fahrer. Du sagst gerade du. Gar nicht. Ein Mädchen. Ein Mädchen. Ein Mädchen. Psch. 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 Rutsche für Pool braucht der Da Vinci. Ei, ei, ei. Oder ich kauf dir eine Rutsche, aber nur wenn ich da auch ein bisschen Badespaß haben kann. Mit meinen Freunden. Ich schwöre, ich bringe nicht viele mit. Aber ich. Und. Ein bisschen Geld auf die Tasche, weil. Bist du im Telefonieren? Nein, ich rede mit mir selber. Weil ich mir wenigstens zuhören. Bist du noch glücklich? Ich bin glücklich, ja. Ja, weil du dich abends immer wegdrehst. Ich. Ich. Nur weil ich die Zahnbürste boykotteere. Da ist kein Grund mehr, den Rücken zu kehren. Ähm. Weil du nicht mal einen Besen in der Hand hast. Ich hab wohl einen Besen in der Hand. Du hast meinen Witz nicht verstanden. Mit dem Rücken kehren. Ach. Ach. Ich. Mein Achtenpfennig ist. Ich bin lustig. Oh. 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 Das war ganz schön knapp, oder? Ich mein, das. Wie die Jeanshose, die ich gestern getragen hab. Ja. Kannst du die heute nochmal tagen? Jawohl, dam. Hast du mich nochmal da? Nur wenn du das möchtest. Warte, wo bin ich? Bin ich noch richtig? Wo fährst du hin? Weiß ich auch nicht. Irgendwann bekomm ich Herzinfarkt. Warte, lass mich mal gucken. Ich mach ein Ravie. Da musst du hin. Ah. Schokoladenstraße, Eckabgebistel. War das ganz, war doch eigentlich recht nah, oder? Ich muss dir was beichteln. Ja. Als du gestern geschlafen hast. Ja. Hast du ein bisschen gelüllt. Ja. Ich habe die Lille aufgefangen mit Reagenzglas. Warum? Weil ich das in mein Denkarium werfe, damit ich deine Gedanken lesen kann. Du darfst meinen Gedanken nicht lesen. Du? Nein. Na klar. Und wir haben keine Geheimnisse. Und was denk ich jetzt gerade? Hm. Ich hab das nur nicht geguckt. Oh, ach so. Außerdem lese ich dein Tagebuch. Oh! Du lest mein Tagebuch? Mhm. Ich hab Opa Donnie schon ein paar Mal verpügelt. Na und? Ich darf das lesen. Da stehen nur Sachen über mich drin. Ja, aber das auch nicht für deine Augen gedacht, ne? Oh, guck mal. Ich komm nicht hoch. Geht schon. Was zum Teufel? Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Was? Ich geh das Auto holen. Ja, alles gut. Ihr Verkehrs-Rollis. Warte mal. Du hast Geld, nicht ich. Ach ja. Warum alle Autos von den Rot haben? Weil das ne Gang-Gang ist, Bruder. Die müssen alle Autos von Rot haben. Das ist so hell noch wegen Redox erscheinen. Ich hab mir wirklich dunkel. Oh, ist richtig komisch zu fahren mit der Tastatur, Mann. Echt. Hat die Klappe, Jess. Deine Tastatur nervt mir, Mo. Ich kann ein neues Geld reinholen und dann hört man die nicht mehr. Bei dir hört man das immer. Er soll auch klicken. Geil. Irgendwie ist das ein bisschen laggy heute. Aber das liegt nicht an mir. Ferreri, Oroginal-Fabish, LeBruza. Ah ja. Als Tiere darfst du nicht verletzen, ne? Man darf kein Tier holen. Der Max hat auf ne Grille eingeschlagen. Dembekusch? Ja? Ich hab ne Frage an dich. Sag mal. Ist Ben stiller als Til Schweiger? Nö, aber Wolvik ist still. Das war die schlechteste Witz, den ich hier geholt hab. Das ist nicht alle, ey. Hallo, willkommen. Hallo. Willkommen bei McDonalds. Ihre Bestellung, bitte. Eine Cheeseburger, bitte. Ja, bist du schon wieder? Ein Double Cheeseburger. Was fällt dir eigentlich hier hinzustellen? Darf ich mich hier nicht hinstellen? Bist du ne Gang? Ich bin ne Gang, ja. Bist du so ein dreckiger Napassiadi? Ja, komm. Übrigens, ich war vor ein paar Tagen bei denen und hab die Motoren geholt. rumgeschubst. Sag mal, meine Zungerdamm. Was hast du rumgeschubst? Die Motorräder. Achso. Ich hab mal recht Bock, wieder Krapau Bomben zu werfen. Ja, Max, bei Gangs kannst du die Motorräder umkippen. Die rasten nicht direkt aus. Was? Ja, außer bei den Löstis. Hast du ein Bike von den Rockern umgetreten, Max? Ne, umgefahren, zwei Stück. Nein. Boah, Mad Respect nicht. Mad Respect, man. Seit wann kannst du Fremdsprache denn mal? Ich kann auch Je le plus Francais. Was heißt das? Je le plus Francais. Was heißt das? Das ist Arabisch, ne? Ich kann auch... Nee, ich will jetzt hier nicht angeben. Ich weiß ja, was ich kann. Mach doch mal. Mach doch. No. Wer ist das? No way. Ich hoffe, ihr habt ihr ein Parkticket gezogen. Oh, nee. Ja, 100 K. Wir sind befreundet, Mila. 100 K. Das knallt. Die Karre vom Rasen runter, sonst hast du... Was soll denn der Rennner-Club-Schimmelder hier? Ich werde angerufen. Ja, bei dir? Ja, normal, normal. Ich muss kurz mit dir reden, Mila. Komm mal mit. Du gehst nicht mit dem mit. Ich darf nicht. Komm doch mit, du Anstands-Wauwau-Affe, Alter. Darf ich nicht. Der ist alt. Der will bestimmt, dass du seinen Kuhstall zumachst. Ben, du musst seinen Kuhstall alleine zumachen. Der hört dich nicht, der hat seinen Handy in der Hand. Ich muss. Der hat Hergeräte aus. Wollte ich gerade sagen, der muss die Hergeräte erst raus. Ich hätte gern ein bisschen Sicherheitsabstand beim Verkehr. Ah, Finn, brauchen Sie einen Taxi aus dem Knast? Ich verstehe dich nicht so gut. Ah, der fliute Finn. Ich bin unheimlich. Willst du Finn im Gefängnis? Ja, ja. Wer bist du denn, Bärwolf? Was soll das denn heißen? Der heißt Ten Crip. Will er seinen Namen nicht sagen? Soll ich dich abstechen? Ich würde ihn abstechen, wenn er so frech wäre, wenn wir zu Hause. Der hat so ein Messer bei? Nö, aber zwei Knarre, damit können wir auch auf den einstechen. Der soll mal reden. Ich geb dir den Messer, komm her. Ich war in einem Anzug. Warum kommst du Maskehldehlen? Gib mal ein Messer. Ich würde den Rödelstechchen ab, ne? Ich geb dir den Messer? Ja, ich würde den auch abstechen. Hey, ihr habt den da mitgebracht. Warum wollt ihr, dass wir den abstechen? Warum kommt der von mir? Warum redet der denn? Ihr müsst ja wissen, wer bei euch im Auto sitzt. Ich weiß, wer das ist. Äh? Wie jetzt? Darf ich da noch reden? Ich hab jetzt ein Messer. Wer ist das? Wer ist was? Der Typ mit der Maske. Ich danke meinen Arme, die ich heute nicht hier stehen würde. Und meine Arme, die immer an meiner Seite sind. Und ich güße noch den Körniss und sowas. Darf ich sowas auch sagen? Äh? Von mir aus sag, was du willst. Quatsch mal, warum fragst du? Ja, weil ich wissen will, wer das ist. Der stellt's hier mit der Maske. Ja, das ist ein Freund von mir. Du kannst blind vertrauen, der würde für dich sterben. Ja, das sagst du. Der redet nicht mal. Doch, der redet. Nö. Ey, Wolfmann, wieso redest du nicht? Ne, weißt du nicht. Ne, weißt du nicht. Pass auf, mein Kerl. Was? Er hat Nerven wie Drahtseile. Könntest du, steck jetzt mal dein Messer bitte weg? Hast du nur mal Glück gehabt? Sonst wäre ich hier zum Twilight geworden, Motherfucker. Geh ruhig. Wo ist Joni? Hier. Wollen wir hier alle so in so einem Kreis reden? Nö. Du kannst auch ein Viereck machen. Kommen wir gehen. Alter. Können wir nicht was ganz Neues ausprobieren? Boah, John, das sieht cool aus, ne? Danke, Mann. Endlich mal nicht kopiert. Ja. Das hast du gut gemacht, Curtis. Was denn? Der hat sich gerade richtig Zeit genommen, sich Klamotten zusammenzuhalten. Ja, das sieht cool aus. Hast du gelogen? M-m. Was willst du, du dreckiger Jardin? Oh, man. Ja, du hast mich doch angerufen, Kollege. Ich wollte petzen, dass ich eure Motorräder umgeschubst habe. Bede, was? Ich habe eure Mopeds umgeschubst. Umgeschubst. Aus Rache. Boah, was für eine Rache. Ich will mein Schutzgeld haben. Immer noch. Ja, ihr braucht gar nicht denken, weil die Jardin sei, dass ihr krass seid. Ey, wir haben das doch geklärt. Ich fake euch von der Insel, Kollege. Was willst du denn, Jardin? Nein, ich bin am Telefonieren mit Jardin. Ach so. Du und, Junge. Ich muss jetzt auflegen, ich habe nie Gespräch. Sowas kennt ihr ja nicht, weil ihr nur ballert. Du hast dir den Arsch geschickt. Nein, das sieht echt gut aus. Danke, Mann. Ach so. Ja, ihr beide. Ja, danke. Halt deine Klappe. Ja, ich weiß nicht. Wollte ihr heute unbedingt was starten? Nö. Haben wir schon eine Mentor gemacht? Nö. Haben wir überhaupt schon was gemacht? Nö. Nö. Aber wir haben die letzten Wochen viel gemacht. Seit sechs Tagen, dann auf das Jack Pooh. Aber Frank, du hattest nur dieses Gespräch. Was ist denn dabei rausgekommen? Welches Gespräch, Bruder? Ja, das mit deinem Kontaktmann da wegen dem Punkt. Ja, danach haben wir schon gesprochen, Bro. Ich habe schon wieder vergessen. Hat der dich angerufen, Frank? Nein. Nö. Warum? Weil er meinte, er ruft mich um 19 Uhr an, heute oder morgen. Ach so, ich dachte, das wäre gestern schon. Ihr sollt FIB und G-Unit mich angerufen hintereinander weg. Was meint ihr denn? Ich wollte mich entschuldigen, ich will keinen Krieg mit euch. Bitte hab mich weiterhin lieb. Du bist mein Cousin, du darfst mir nix tun. Ich wollte nur den Harden markieren. Okay, okay, ich verstehe, dass man manchmal solche Zeiten hat. Ja, ich muss auch mich ein bisschen beweisen auf der Straße. Bei mir geht die Zeit leider schon einen Monat. Was? Ja, den Dicken markieren geht bei mir schon einen Monat lang. Das verstehe ich nicht. Ach, mal kommt's. Dass du das auf der Straße machst. Ja. Ach so. Okay, ich wollte mich entschuldigen, bitte keinen Krieg, okay? Okay. Ich bringe euch nachher ein bisschen Geld. Besser ist. Ja, sonst knallt. Aber nicht über der weißen Linie, Kollege, sonst gewinnt. Bis zu dem brennenden Müll, Tom, komme ich nicht weiter. Besser ist. Mach rein. Boah, hab ich den gehört? Warum kommst du nicht bitte mal nach hinten? Wort bei. Und nimm den dummen Egon mit, Alter. Boah, böse, da ist richtig viel Hass. Affen, Alter. Ich stehe hier vorne bei den coolen Leuten, Alter. Der fährt ja schon mit eins in die Fresse verliehen. Ja, könnte es. Mach rein. Wir müssen mal den Kleinen anrufen wegen den Autos, ne? Heute? Nee. Ich hätte morgen halt schon besprochen. Ja, ich versuche den heute noch zu erreichen. Also wenn du Montag mir das gesagt hättest, wäre top. Schaffen wir locker. Nein. Achso. Diese Woche, Montag. Welcher Tag ist denn heute? Ich habe den dummen Egon dabei. Das sind Jason und Egon. Hallo, ich bin Egon. Das ist Johnny, Jack und Curtis. Wie Jason Flashlight? Nein, Rollins, fast. Redet mal, Jungs. Wer ist was jetzt, wer? Aber fegt dich. Habt ihr wieder einen Stadtpack diskutiert? Ja. Holt euch mal die drei Nummern an. Holt euch mal die Nummer von Curtis, Jack und Johnny. Und gebt denen auch eure. Gebt ruhig nur einen Johnny. Ich geb meine Nummer. Es ist schwer, Leute zu finden, die ballern können. Die gehen ja alle immer ab. Übrigens, ne? Ich habe Musikallergie. Ja, ich auch. Der wäre heftig sogar. Ich habe ganz krasse Musikallergie. Ich will jetzt auch eine Veranstaltung machen, wo nur Münz-Künstler aufstehen, die ihre eigene Musik abspielen. Ich weiß, was ich mache, Mann. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Du bist Angst. Wer war das jetzt? Jason. Du weißt, meine Leute können nicht Englisch sprechen, du Idiot. Du? Digga, du nimmst einfach. Das ist ja sogar der Einzige. Das ist ja der Nächste. Weil die anderen es wahrscheinlich wirklich nicht gecheckt haben. Das ist ja noch schlimmer. So ist Egon, denke ich mal, ne? Ja. Egon, der aus dem Drachen holt? Ja. Dein Haiderringe? Ja, nein. Weißt du, was der Haiderringe... Ey, weißt du, was das Ding ist, Jungs? Ich kann euch sagen, wenn ihr Musikallergie habt, kein Problem. Ich habe auch schon den einen oder anderen Song rausgebracht. Den könnt ihr gerne abspielen. Gar kein Problem. Ich gehe nach vorne. Da steh ich mir lieber im Kulte bin. Oh, Trommelfeld, Junge. Nein, das war Spaß. Ich wollte gerade sagen, das war so. Aber Samples und so, ne? Ey, Jack, die machen ganz böse Auge bei mir. Ja, weißt du, was das Gute bei meinen Beats ist, Bruder? Die habe ich gekauft. 109? 109? Die wurden für mich hergestellt. Okay, wir reden am Telefon. Ey, kannst du da nochmal? 109 67 43. Ey. Sollen wir einfach in dein Hotelzimmer gehen? Da haben wir immer frei geredet. Ihr Wichser, Alter. Ich rede mal durch. Ach, warte mal. Habt ihr denn schon ein Hotelzimmer? Sind die abhörsicher? Ja, gar nicht. Das fehlt irgendwie so ein bisschen, ne? Ja, ich vermisse auch wen, der das Gespräch da so ein bisschen hat. Ja. Ah, siehste? Jetzt er kann ich nicht. Perfekt, freut mich. Ja, also kriegen wir den Bestand heute nicht mehr. Ja, du kannst locker von 10 ausgehen. Okay, also 3 könnt ihr, würdet ihr entbehren für den Tausch? Hattest du ja letztes Mal gesagt, wahrscheinlich schon. Willst du auch alle nehmen? Ne, das glaube ich nämlich nicht. Aber wenn, klar. Ja, ihr wollt ihm doch auch Sachen verkaufen. Ja, lass mal eins behalten. Ja. Also das Ding ist, wir sollten alle schon, ihr solltet jetzt nicht, wir müssen gucken, wie viele er nimmt. Aber so 3, 4 brauchen wir pro Gruppe immer noch für unsere Aktionen, die wir vorher haben. Ich mach das alleine, ich bin morgen mit Nami. Ich glaube nur, ich hab dich verstanden. Ich hab's auch verstanden. Bist du heute aus dem Gefängnis gekommen? Ja, ich hab's nicht verstanden. Wo ist denn Praxen? Bleibenslänglich? Der muss so doppelt so lange sitzen wie ich. Der muss bis zum 25. Uff. Deswegen wär auch eigentlich besser, wenn wir das am Wochenende machen. Am Samstag oder so. Meiner Meinung nach. Ja, dann Samstag. Gut, dann steht jetzt Samstag fest. Jut. Also Samstag Live-Action-Promas? Ich schreib mir das auf. Ist natürlich aber trotzdem ein Problem. Was dann, Alter? Samstag könnt's aber ein Problem werden, ne? Warum? Weil Sonntag ein Veranstalt von euch ist. Ja, und? Ah, ist schwammig, Digga. Jut. Habe ich bis jetzt nicht so oft gesehen. Der hat bis jetzt noch umgeheilt. Okay, dann lass das einfach mit den Veranstaltungen. Nein, Digga, das Ding ist, ich würde die Veranstaltung genau so machen, dass Curtis und ich uns da wohlfühlen. Aber das Ding ist, Digga, wenn der Veranstalter selber nicht abzutrefft ist, Warum vergisst du John, Bruder? Was bist du für ein Mann? Ich bin nicht gut genug. Und Johnny hast du auch vergessen. Nein, auch Johnny, weil die alle nicht so eine Pussy sind wie du. Ja, Mann, Pussy. Gut gerettet, Bro. Was redest du von mir? Ja. Ich bin Don John, ich bin kein kleines Licht, Juhu. Wow. Wir haben gekippte Backpfeife. High School Security Service da. Richtig. Wo ist denn eine Prämmer? Weiß ich auch nicht. Wir kicken noch ein paar Bütteln zu Hause. Juhu, der kam wieder vorgestern hier mit dem gewissen Song. Ah, Butzbach. 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 Butzbach, ja. Erwachsene-Vanzug. Bitte nicht singen. Heute zu Besuch. Mila, kriege ich eigentlich auch noch Garage von dir? Geht an mich. Was hast du für Schuhe an, Alter? Mila, ist dein Song okay? Ja, der ist voll Togo, aber. Also Samstag. Und was machen wir Samstag? Ja, ich würde sagen, wieder einen Geiselnamen, oder? Joa, da sind wir ja professionelle. Aber die Frage ist halt, wo? Also, wir hatten festgestellt, wir brauchen viele. Und es ist egal, wer. Ja. Einfach im Krankenhaus. Wir wollten eine Party veranstalten. Oder anstalten lassen. Und dann nehmen wir die Hops. Dann lassen wir die Wandelpartys. Stimmt. Nee, wir schicken die Vorhut vor. Die sagen dafür, dass die Mucke aus ist. Und dann kommen wir. Man könnte jetzt quasi MP3-Players als Waffe benutzen, ne? Zäh, Mucke. Bro, ich nehm dich mit. Nimm die Hand hoch, oder spiel mal eine Mucke auf. Wenn du jetzt nicht sagst, wo euer Geld ist, Alter, dann spiel ich Take Z, Alter. Und jetzt ein Song von Metallica, Alter. Darfst du mal kurz was sagen? Ja. Wenn die Scheißkarren jetzt nicht vom Rasen verschwinden, dann werden die gleich abgeschleppt. Ich ruf die Bullen. Es reicht. Das ist übrigens mein Cousin. Das stimmt. Der wird erklären, warum er so ein netter Mensch ist. Jammer, du rufst keine Bullen. Das ist Parkplatz. Wen holen wir denn? Oder mit wem wollen wir denn verhandeln? Der Musikindustrie. Guck mal, ich sag euch mal eins, ne? Da gehen wir als Verlierer raus. Die wollen direkt eine Atomenbombe, Alter. Und dann sind wir alle weg. Die haben chemische Waffen, das mach ich nicht. Milda, du dicke Stück. Lass mich mal raus. Oha, ich fick gleich deine Mutter. Oh. Oh, oh. Milda. Seine Mutter wäre doch deine Tante. Ja, das ist bei uns egal. Guck dir meinen Cousin an. Tante, Cousine, alles egal. Ich würde sagen, wir fahren mit dem Fischer. Der hat so kommen, ansonsten schicken wir jemanden im MP3-Player. Das ist so dumm. Ja, das ist mit Abstand auch das Dünnste, was in deinem ganzen Leben passiert ist. Falls, komm, falls gibt's hier keine Waffenhändler mehr, sondern MP3-Händler. Damit stellst du dich oben aufs Dach und sagst, wenn jetzt nicht sofort eine Million gebracht werden. Lass den Fischerhoffs nehmen. Jetzt verstehe ich den Witze. Ich hab ne Tee. Ich hab ne Tee. Wieso ist der besetzt? Und dann hast du dem Wolle Petri rein, Junge. Boah, ist das dumm. Er ist so dumm. Boah, ich muss kurz weg. Boah, ist das dumm, Alter. Es ist so dumm, ne? Bleib jetzt sofort hier, oder der Wolle kommt falsch. Es ist einfach so dumm, Alter. Irgendwo ist da ein Stück Wahrheit dran. Mit dieser verkackten Musikscheiße. Oh mein Gott. Ja, das hat nichts mit Kippern zu tun. Ich hab mich verschluckt, Alter. Das ist so dumm, wie du... Ach, Tyrese hat runtergespuckt, der Bastard. Boogelum. Junge, ist das so dumm. War das denn passiert? Ja, du wirst da gestrikt, wenn du jetzt lizenzierte Musik bei Twitch spielst und so. Und wir haben grad ein bisschen reingekickt. Im RP. Wir haben gesagt, bald gibt es keine Waffe mehr, bald kommt einer, der überfällt. Andere Streamer dann mit einem MP3-Player. Er sagt dann, entweder gibst du mir dein Geld oder ich spiele Wolfgang Petri. Du hast so einen Scheiß dabei, Junge, Alter. Alter. Was ist, wenn wir die Street-Crime-Unit holen und sie Hops nehmen, Alter? Au. Was ist, wenn wir in den FIB-Tower gehen und den Hops nehmen? Ja, das ist schon länger so, aber jetzt haben wir wieder E-Mails rausgehauen und so. Na, jetzt ist halt wieder das Dings groß. Was? Der wird nicht gesichert sein, der FIB-Tower. Nein. Ah, warte mal ganz kurz. Wir müssen mal kurz differenzieren. Der wird gesichert sein, ja, aber von wem? Die Polizei und FIB ist nicht dasselbe. In einen PD würde ich nicht reinlaufen, FIB, Bro. Wir sind in irgendeinem Bürokomplex, Alter. Ja, in mein Gesicht zurückgegangen, wach. Was? Ja, du darfst dich hier nicht wundern. Das ist das scheiß FIB-Tower so. Bruder, wir sind im Knast eingebrochen, wo 500 Sträften hier, wie heißen die, Wärter sind. Hat uns auch nicht interessiert. Macht jetzt keiner auf Moralapostel, Alter. Da warst du Leute in den Turm mit MGs und Scharfstützen. Da hätten uns auch wegballern können. Warte mal, was wollen die machen? Ja. Und war euch auch scheißegal. Aber war die Überraschung? Mila, was wollen die machen? Wie bitte? Was wollen die überfallen? Aber das ist so schön. Kegel, wir wollen gar nichts überfallen. Ich habe einfach nur gerade mal in den Raum geworfen, was ist mit dem FIB-Tower? Mal den Hops nehmen. Möglich ist es, glaube ich, so lange nicht wie ein Präsident oder so da zu Gast ist. Es ist ja immer noch ein Gebäude und es werden ja nicht alle in der Eingangshalle stehen. Das heißt, wenn wir die ersten zwei in der Eingangshalle haben, wollen wir das... Dann, Digga, da sollen die mal auf uns schießen. Dann schießen die die. Ich habe nie gesagt, dass es einfach wird. Ist nur eine Idee. Die haben bestimmt Waffen oder so, die wir einfach wegnehmen oder hinlegen und sagen, fickt euch. Wollen wir nicht mal haben, ihr Wichser. Wir nehmen nicht mal eure Waffen. Wir wollen frische Waffen. So. Und dann tauschen wir. Boah, dann tauschen wir deren Waffen gegen neue. Boah. Verstehst du, Bruder? Verstehe ich. So. Ja. So. Aber warum? Wir wollen uns dann was sagen. Wir haben nichts gemacht. Wir haben getauscht. Ja. So. Ja, und was hat das Ganze dann gebracht, wenn wir nur tauschen und im Endeffekt das gleiche haben wie davor? Wir tauschen deren Sachen, die die dabei haben. Gegen was? Gegen Frische. Was für Frische? Hey, Bro. Wenn die drei SMGs dabei haben, dann nehmen wir die nicht. Dann sagen wir, wir wollen drei SMGs haben für die drei SMGs, wenn ihr die haben wollt. Ja, aber dann machst du plus, minus, null. Ey, seid so, das sind doch nicht unsere. Von wem sind die? Oh Gott, ey, egal, egal. Ey, dass ich euch beiden genau der und deines, das erklären muss. Fakt mich so unnormal ab, Alter. Ich hoffe, ihr steckt an eurer eigenen Chance heute Nacht, Alter. Wie dumm Spastis, Alter. Digger. Digger. Digger, Alter. Ey. Jetzt beruhigen sie sich, mein Herr Frank. Du, ihr hattest uns Schatz, ja? Also, fick dich. Warum hast du den Schatz genommen? Also, sag mich so oft, Digga, bitte. Ich habe Angst, dass das in irgendeinem Lied vorkommt. Danke schön. Tönig, tönig. Lelelele. Ey, Junge, deine Lachen, Alter. Bonbo auf, hast du hier gesammelt, Alter. Ich darfst dich vermissen. Es fühlt sich irgendwie sollen, als würde dir langsam zu unserem Paar gehören. Das gefällt mir. Hast du mit deinem Potenzarzt telefoniert, oder was hat da so lange gedauert? Ja, du bist halt so gefragt, das ist dein Parfüm. Jetzt hör mal zu, Digga. Wie kannst du reden und essen? Ich habe ein Angebot für dich. Bonbo auf, Alter. So, ich müsste kurz essen und trinken. Pass auf. Ja, um mich herum lachen, das hört sich leide. Pass auf, ich habe eine Frage an dir. Du hast doch so ein SMG, oder? Hast du sowas? Ja, manchmal. Okay, würdest du einen tauschen? Ich habe eine Waffe, die alles fickt. Wow, Laserfrikt. Einen MP3-Player. Klaut er mal einen Witz? Scheiß auf die WPM, Bruder. Da ist gute Musik drauf, die bekannt ist. Genau, sieh du uns jetzt. DJ Avni. You Avni. Also, ich bin mit Curtis unterwegs und wir glauben, dass es die beste Waffe, die es gibt. Also, bring uns fünf MP3-Player oder wir fuck ihr in dein Haus. Ich darf dich damit, wenn du nicht machst, was ich sag. Sag, wir fahren mit Boombox hinterher. Ja, ich krieg alles, ne? Alles. Gib mir deinen Job, Alter. Mit wem telefonierst du? Ja, mit Fischer. Er darf sich genauso bringen. Ja, gut, alles klar. Was wolltest du? Ja, willst du MP3-Player kaufen? Ja, du machst Schießübungen und hast Lizenzen für gewisse Waffen. Frag mal welche. Also, du kommst mit deinen lizenzierten Waffen vor uns zur die Tür? Weißt du, was ich dann mache? Dann mache ich selber ein Album. Und dann komme ich vor deine Tür und mache das Lied. Ich spreche aber... Ich kann nicht mehr. Boah, ich bin so im Schwitzen, Alter. Ich kann nicht mehr. Ey, lass nicht mehr weitergehen. Ich liebe dich. Schönen Abend dir erst mal rein. Ciao. Er hat ganz doll gegen sein Auto gehauen und gelacht, Alter. Ja. Halt Boombox Drive-By. Scheiße, ich kann nicht mehr. Alter, ich schwitze schon so heftig vor Lachen. Gibt einer mit in der Bar ein bisschen Kiffen? Hast du was zu Kiffen? Apropos. Nein, deswegen will ich in der Bar gehen. Gibt's eine Kiffen? Mila. Ja? Ich habe noch was. Ich kann es nicht rauchen. Da will du mir schwarz verloren. Oh, danke. Entschuldigung. Önkelchen. Ja. Der Jeff ist im Knast. Warum? Wegen dem Paunder. Wegen, ja, wegen dem Paunder. Hä? Er wollte ihn ausparken und die haben dem die Rechte vorgelesen und dann abgeführt. Wer hat den Paunder denn benutzt? Das weiß ich auch nicht. Hä? War das nicht der Paunder, der oben im Wasser war? Warum war ein Paunder im Wasser? Ach, frag Jax. Wo ist denn jetzt der Opa mit seinem Rollat holen? Rippe hoch. Ich glaube, der klärt sich deine Freundin da um. Wir haben doch gar keinen Fahrstuhl. Das schafft er nicht. Wie? Was, wie? Ja, wie? Mal die Klappe, sonst will ich deine Unterbuchse in deinen Abschrittsrollen. Alter. Dann mal du Hands-em-Fast. Das tut weh, glaub mir das. So, was machen wir Samstag? Ins FAB-Gebäude. Ins FAB-Gebäude. Ja, mit Fahrrädern. Mit Fahrrädern. Das Ding ist, wir haben eventuell, Jan, kommen wir vielleicht sogar an den Schlüssel. Müssen wir mal gucken. Da gibt es nur eine Tür im FAB-Gebäude. Entschuldigung. Warst du da schon mal? Nein. Ist der um Fahrstuhl? Der hat zum Glück Knöpfe. War der zufällig auf Präsident da? Nee, aber ein Kobold. Mit blauen Haaren. Frank, warum quatschst du eigentlich immer mal eine Perle drin? Was willst du jetzt von mir? Ja, nur fragen. Weil ich sie sympathisch finde. Und jetzt? Soll ich dem Bild verkaufen? Ich finde sie sympathisch und nicht sexuell attraktiv. Bisschen Kippen, liest das. Ich bin verheiratet. Echt? Mit wem? Hast du einen Haar-Vertrag? Mit mir, du Bastard. Mike, Rob, please don't play. Oh, ich hab nicht... Ist das Kerneln? Dann schnacken wir ein bisschen. Morgen werden wir vom Bingen bestanden. Hallo, Kerneln. Ja, ja, ja. Hallo. Warum darf der Fragen, wenn meine Perle quatschen? Ich... Was soll ich machen? Schieb deinen Rege vor, sonst flirrt ich dich an. Ja, okay. Geile Sau. So, jetzt waren es nur noch drei. Ja, die coolsten, die coolsten. Ja, Mann. Ja, das war auch cool, danke. Habt ihr euch neue Boosterpacks gekauft? Von Tiki-Mon? Ja. Tiki-Mon. Ich hab Glümander gezogen. Ja, ich hab Glührek gezogen. Türkischen. Glührek? Mh, ein Döner Messer. Der 3000 Textbild. Ich hab den Salami gezogen. Boah. Hast du auch die Zauberkarte? Glitzergordila. Was machen wir? Komm, lass Nappas-Kinder schlagen. Sollen wir mit dem Reifen beißen und zu tun, dass wir mit Perle Bulls? Lass Johnny den Nacken atmen. Na, der schreibt sich dann im Flacke die Taschenlampe. Mila? Ja, bitte? Kannst du nicht den Popo ausschrecken, Tyrese ist hinter dir? Ähm. Ok. Hallo, Chef. Juts. Paar, warum macht ihr das direkt her? Geht doch wenigstens um die Ecke. Danke dir. Was? Du bist doch neidisch. Bei mir ist das nicht mehr. Meinst du, dass ich Pflaster in meiner Tasche suche? Ja. Ich hab keine Bauchtasche. Ich muss meine große Tasche immer auf den Boden stellen. Ich hab ne Bauchtasche. Aber die passen nicht mehr. Weil die Tasche zu klein ist und der Bauch ist zu klein. Der Bauch ist auch zu groß. Sehe ich aus wie nen dicken Bauch? Mö, da bin ich dick. Nein, der ist, der ist, nein, 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 der ist nicht dick, der ist schön, teniert, teniert ist der. Mö, Bauch, Beine, Po. Bauch, Beine, Po. Ich mach sogar ein Nackeln. Sogar ein Nackeln. Klatscher. Klatscher. Und Bauchkatscher. Ja. Aber da passiert irgendwie was, wie bei Gullini. Ja. Das Kappador. Also, der kann nix und flattert auf dem Boden rum. Der kann voll viel, der Junge ist tantiert. Genau. Ich bin tantiert. Der kann auf dem Bein stehen. Guck, ich kann was trinken ohne Glas. Guck, zack, 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 pass auf, zack, und jetzt trinke ich ohne Glas. Guck, 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 guck. Guck du Luda. Und Mila kann Weihnachtsbaum machen, ohne hinzufallen. Aha, aha. Und der hier haben die eine, oh, Papa will den Bunker. Hallo, Köln. Dein Schwanz guckt aus. Echt? Oh, oh. Oh, ich packe ihn mal wieder ein. Ja. Wie ist es euch? Sieht aus wie ein kleiner Pell. Ja, das war aber nur vorne, der hat Köpfchen. Ich geh was zum Trinken kaufen. Machst du das nicht? Ich komm mal. Ich auch, ich baue raus. Baaah. Gesundheit. Wo ist der Fenster? Sollen wir nicht laufen? Ich geh kurz was zum Trinken kaufen. Sollen wir laufen? Ich hab Ursachen, willst du einen oder? Nee, der ist in deinem Taschel, der ist warm. Wir kommen gleich wilde Uppe, wilde Munker. Du darfst hier nicht immer gehen. Wir gehen zu Kodis, was essen. Ja, wir kommen auch gleich dahin. Was? Ich sag bis gleich. Bis gleich. Tschüss, wir müssen mit dir zehn malen. Wir kommen auch gleich dahin. Wir kommen auch gleich dahin. Wir kommen auch gleich dahin. Ha die Karre da weg. Was machen wir, Noma? Trinken holen. Ja, wir müssen zum Tank stellen, ne? Ich hab Durst. Ich frag die Frau Wurst, die hat ein Hinschen, die pinkelt es mir ins München. Oh. Natursekt-Party. Noma, du bist wunderlich. Ich bin Weixer. Ich bin Weixer. Wir sind die Weikicke-Kleine. Wir sind die verkrüppelte Familie. Was für eine Junkie-Alte-Kotz da rum. Hast du Husten gehört? Wer Kotz? Husten, Husten. Ich hab kein Husten. Husten, wir haben ein Problem. Wir haben keine Säuerstoffe in der Tank. Ist Aspen-Nomenauten-Sprache, Mila. Genau, das verstehst du nicht, weil du hast keine Rakete. Genau. Wo krieg ich eine her? Bei uns in der Hose, wir haben rote Rakete. Nein, ich... Ja, Hundepimmel. Ihr seid einfach widerlich. Wir sind Weixer und widerlich. Widerlich. Besser widerlich als widerlich. Genau. Widerlich. Genau. White Widow. Ruf, Bruder. White Widow, back in the 80s, yo. Ja. Mit Vollbottem Fukuila. Mila, die Hose ist aber gefärblich, ne? Warum? Wenn du da nicht vernünftig abputzt, hast du im Schleifen. Alles gut. Ich mach ordentlich. Ich bin ja nicht so wie du. Was soll das denn heißen? Du hast das Ding gemacht. Ich musste sauber machen. Ja, ich bin weggerutscht mit dem Arsch. Was soll ich machen? Von der Klobrille runter? Ja. Aufpassen. Vielleicht hab ich das doch extra gemacht. Das ist einfach gemein, dann. Das ist einfach nicht nett. Das ist dann einfach auch gar nicht okay. Also, keine Ahnung. Das sind... Also, Rücksicht ist was anderes. Ich hab mal Menschen getroffen, die waren... Boah, Geschichten aus dem Polar nachgehalten. Und... Und die waren anders wie du. Ach komm schon, Mila. Jetzt sei nicht so. Ich hab auch schon bei euch ins Klo gekackt und nicht abgezogen. Das macht jeder mal. Siehst du, ich hab dir gesagt, der war das. Ich hab gesagt, guck dir genau die Nüsse an. Das sind nicht mal, ne? Nicht immer. Das warst auch manchmal du. Das war ein Cashewkerl, ne? Die mag ich nicht. Du machst das auch. Kein Besuch mehr. Außer Es. Aber das heißt, dass wir hier drinnen bleiben. Echt? Ja, dann ruf ich hier Bullen und trin ich toll. Guck mal, Aldo, die wäre, ne? Ja. Boah, wer sind die denn? Die wertvollsten Pflanzen. Geng, geng, geng. Geng, geng. Bestimmt die Growthseed oder so. Aber ich hasse die. Ja, ich hasse die auch voll. Nein, ich kann die. Die sind eigentlich okay. Ich kann die. Die tragen Grunen. Ich mag Grunen. Irgendwie fühle ich mich dahin gezogen. Ich auch, wie so eine Mucke. Wie was? Wie eine Mucke. Wie eine Mucke. Ach so. Eine Glühlampe. Habt ihr euch mal vorgestellt, wie das Leben wäre, wenn nicht so Tierchen wie Motten oder Mücken zum Licht fliegen, sondern, keine Ahnung, Wildschweine? Krokodile und Kanarraten. Wildschweine? Und springt einfach so ein Wildschwein durch euer Fenster. Und leckt eine Glühlampe. Das wäre ein viel größeres Problem. Anzeige ist raus. Und was macht das Fenster kaputt? Stellt euch mal vor, Mücken würden euch nicht stechen, sondern Pferde. Mit Pferdepimmeln? Ja, mit Stacheln. Das tut doch dann weh. Hast du schon eine Erfahrung? Das tut doch groß dann. Tauris ruft dann. Ja. Ja, Kötis, wir haben hier ein kleines Problemchen. Wo bist du denn? Ich war gerade am 24-7. Ich wollte Klopapier kaufen. Die ganze Lage ist immer eskalieren. Was? Die ganze Lage ist immer eskalieren. Ich wollte Klopapier kaufen. Aber ist nichts, wenn wir Klopapier alles ausverkaufen. Du drehen hier am Rad. Was ist denn passiert? Was ist denn? Tauris? Die drehen hier am Rad. Die wollen alle Klopapier haben. Das gehört mir. Das kriegst du nicht mehr. Ich kann gar nicht wiederholen, was gerade passiert ist. Oh. Shots. Oh. Oh, Shots. Oh, Mama. Oh, nicht. Wir müssen uns verstecken, ne? Versteck dich, Demba. Das kommt immer näher. Ich bin versteckt. Setz dich hin, Demba. Entweder ballern und weg, Julie, die machen Popcorn. Oh, ich mag Popcorn. Hoffentlich machen die Popcorn. Warum schiebst du mich die ganze Zeit? Ich muss Johnny rufen. Ist jetzt mal gut, Mitchell. Wir sind live vor Ort. Wir sind fertig. Boah, die knallen immer nur rum. Pass auf, dass es keinen Kugeln trifft. Bring mir was mit, Demba. Ich würde alles darauf verwenden, dass er die Hardys gegen Groove ist. Boah, die Wolken sind dunkel geworden. Ich glaube, sind ja die Hardys gegen Groove. Oh, Pritzker kommt schon. Mein Helikopter. Ich rufe die Bullen. Die Leitschirle des Lofandos Poli... Mr. Polizei, wo ich's ne Schießerein gerustelt. Ja, äh... Locker 40 Leute. Ja, okay. Da spritzt Blut. Und Füße liegen auf dem Boden. Okay. Schnell. Ich habe die Polizei gerufen. Der wird ordentlich gefetzt. Boah, da wird übelst geknallert. Oh, da kommen schon die ersten. Ui. Boah, jetzt gleich hier gibt's Action. Da sind locker 40 Leute. Ja, alles klar. Bitte einmal dann, äh, entfernen von hier. Die machen Puppe, ich muss Trinken kauf. Ich habe du was. Ja. Machen sie das. Was geht denn hier ab? Boah, da wurde geknallert. Da unten ist richtig viel los. Wir waren unten. Warum wart ihr unten, sagt ihr? Nein, wir sind an der Megamount lang gelaufen. Ich habe die Polizei gerufen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah, Zugriff, ja. Nicht so nahe dran sind, zwar von dir uns. Die Hadis hätten fast auf uns geschossen. Aber sind das so, Hadis? Ja, weil wir im Gegensatz. Ja, und Juli. Ja, sie hat mich telefoniert. Fetteste Knatterreihen in den Groove Street. Der Pferd mit Fahrrad runter. Ja, die sind... Boah, da sind ganz viele Kuppers jetzt. Ja? Sag ihm, wir sind Tankstelle. Wir sind an der Tankstelle oben. Und der Jack sagt, dann sind die Hadis gewesen. Ja, das waren ja alles. Gut, alles klar, bis gleich. Okay. Wer hat gewohnt? Haben die sich so vorgeschreift jetzt? Hallo, wir sind die Hadis. Ach, das ist definitiv Polizei. Ich sterb, das habt ihr gar nicht gesehen. Ja. Ich war geblendet von dem ganzen Licht. Ach so, Kerl, das wolltest du was zu trinken, ja? Ja. Ja, komm. Bitte. Was willst du haben? Bitte. Granatwerfer. Willst du haben? Bitte. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ohne dich, ich kann nicht spielen. Bitte. Hast du bekommen? Ja. Nimm das. Nimm du das, okay? Okay. Hör auf, mir deinen Schrott zuzustecken. Will er ein Messer kaufen? Nee. Soll ich mal da unten fragen gehen? Ich hab schon. Ja. Kann jetzt mal ein Messer gebrauchen. Können die als Kapelle nutzen. Was, Aldi? Was? Was hast du gesagt? Ja? Was? Wie bitte? Was hast du gesagt? Ähm, ich verstehe nicht. Machst du Pipi dahin? Pipi? Hm. Hm. Und du? Nö. Ich gucke nur die Mauer. Ach so. Guck nur. Ah. Schon gut. Oh. Fällt das der Boll da? Ich will gucken, ne? Aber die schießen bestimmt. Ja. Ich hab eins. Dann wollen wir uns von hinten anschleichen. Nein. Die nehmen uns bestimmt mit fest. Komm, komm, hält die Kuppel da. Schau, boah. Der ist geil. Ganz viel Ballerei. Krass. Komm, Dschüttl. Das ist jetzt unsere Hut. Können wir jetzt hier einziehen? Die wurde freigemacht. Aber ich glaube, die alles haben verloren. Ja. Glaubst du das? Da waren ganz viele grüne Männchen. Ja, Grof, Street for Life. Ich glaub das nicht. Also, als ich da an der Megamoll dran vorbeigefahren war, da kamen noch zehn jährlich so das. Warum, was macht der Pinn? Der soll sich nicht da einmischen. Nee, macht der nicht. Doch, der geht dahin. Ich glaub, die hatten ein A-Mack. Was hast du denn mal in die Klappe? Komm, wir laufen auf. Was? Bist du sicher? Aber da hast du Gefahrenzone. Du spielst zu viel am Counter-Strike. Das ist doch Gefahrenzone. Haben die gesagt rausgesprochen oder was? Nein. Die haben nur gesagt, wir sollen uns verentfernen. Warum haben die Krieg wegen der Route? Weil die runtergeschickt wurden, ne? Ja, ja. Und weil die die Pfeilen von Aiden abgeknallt haben, ne? Ich glaub, das haben die geklärt. Und dann haben die nur Stress wegen der Route? Von Reese, von Reese. Meinst du? Wir sollen drauf arbeiten und dann haben die überhaupt gesagt, nö. Dann haben die ja durchs gesagt, ey, wir haben da so viel, viel geblutet. Warum? Lass uns das einfach arbeiten. Und sagen die nö. Hm. Was machen wir Samstag? Ähm. Haltennahme. Ja, aber du nicht im FAB Tower. Ja, dann lass uns was anderes überlegen. Pfff. Wir brauchen halt einen guten, hm, guten Ort. Was ist denn, wenn wir so tun, als hätten wir den Schlüssel vom Galaxy Cloud? Ja, ich glaub, damit wären die die vom Kiez mit einfach, weil die sich nicht gemeldet haben, dass ein Schlüssel weg ist oder so, weißt du? Hm. Boah, das ist ein kranken Mann am schnellen, da. Ich seh gar keine Verletzten. Ich auch nicht. Ich guck mal, luft mal hier rechts lang. Pfff. Pfff. Wat ein Trottel. Hm. 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 Aber Sirene ist auch eine Art Musik, ne? Aufpassen. Ah. Hm. Wenn der Heli nicht hier wäre, dann würde ich sagen, komm, wir gehen mal hier auf so ein Dach oder so, weißt du? Wir können was machen und wegrennen. Komm. Hier. Bist du sicher? Aua. Aua. Ich will nicht mehr hoch. Ich kann nicht klettern. Da, wo denn liegt einer? Da ist nicht einer. Ich glaube, die Gruppe ist weggegangen. Da liegt doch gar keine. Komm. Der Rhys ruft mich dann vorne in die Artis. Ja. Doch. Doch. Ja, ich bin gerade... Chat, seid ihr müde? Ja. Wo ist denn jetzt los? Wo soll Juni erzählen? Der ist da hin und gehauen. Wo hin? Die Straßen wieder hoch. Weiß nicht. Der hat einen Anruf bekommen. Der in den Auto hat Hicke Ficke gesagt. Derbregen. Ich will doch. Techno. 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 Aha. Aber hier sind keine Verletzten, oder? Pup. 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 Hahaha. Ich hole jetzt ein oder zwei von den Yardis eben ab und bringe mich kurz weg, will jemand mit? Ich will mitkommen. Was macht ihr? Ich hole eben kurz zwei von den Yardis ab. Pass sie auf mir auf. Okay. Dann mal. Du bist jetzt in meinem Haus. Okay. Ja. Müsst nicht verarscht werden. Ja. Da liegt sie, du Lucha. Scheiß, wer immer du bist. Nicht auffällig, der Helikoppler, ne? Jojo. Was ist da drinnen? Geh da mal rein. Hol die mal. Wo in die Tür? Hände hochpult zahlen. Was geht? Komm schnell. Der ist ein Helikoppler. Tür ist auf hier. Warum hast du die Hände hoch? Wirst du verleid? Ja. Schuss im Arm und mein Hobbit eine Beine und eine in der Schulter. Ja. Hier vorne liegt noch einer von euch, ne? Wo? Wo? Wir sind noch gar nicht vorbeigefahren. Ich hab nix gesehen. Ja, Bro. Das war super Korotesteckel. Wo denn? Hier vorne. Ach so. Ja, ja. Hier vorne ist Klammer. Wir hatten schließerigen Gruff. Und? Ja, hier links. Guck mal, siehst du den? Ja, ich seh den da. Da kannst du nix machen. Der wird abgesichert mit MP. Ja. Warum habt ihr schon wieder geschossen? Wir haben nicht zuerst geschossen. Die haben zuerst geschossen. Ach so. Also wir wollten schießen. Aber weil die uns nicht die Route gehen. Pfff. Aber wir haben zuerst geschossen. Schon wieder kriegt die Route. Aber wir haben zuerst geschossen. Erstmal irgendwo Apothekos aus, dass man krankendings holen konnte. Ja. Das ist eine gute Idee. Ich weiß sogar wo. Wo denn? Wie, die Grafik sieht komisch aus. Hallo? Oh. Tür ruft mich an. Ja, Bro. Oh, da wird geschlossen. Ich sitz beim Onkel und bei Curtis im Auto. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Gut. Ich lass uns erstmal hier versorgen. Und dann. Ja. Alles klar. Mach das. Ich muss jetzt erstmal ganz kurz her. Peace, peace. Oh, ich fühl mich grad absolut nicht in der Lage auszusteigen, Mann. Ah. Willst du dir helfen? Ja, Bro. Ja. Ja, der Kollege kann dir was hervorbringen. Oh. Warte, ich geh selber kurz her. Komm lang. Aua. 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 Was muss ich verbinden? Ich weiß es doch nicht. Okay, helft dir gleich. Wir fahren erstmal. Können wir gleich bei euch kurz im Park? Warum? Ja, dass ich einen kurzen Weg bekomme. Ich mach das. Ich mach das. Aber da müsst ihr halt gut was springen lassen für dann, ne? Ja, wir lassen was springen. Also nicht für mich so. Für den Medik. Für den Medik. Ja. Im Junkie Park sitze ich grad mit Curtis und mit Johnny im Fister. Wir klären mir grad einen Medik und Dante. Gut. Ich ruf den an. Okay. Wir klären jetzt erstmal kurz was für Dante im Medik. Seid nur ihr verletzt? Ne, wir haben noch mehr an der Ölaufbereitung. Was ist denn Ölaufbereitung? Die Raffinerie, Bro. Ne, da sind viele. Cute mich angerufen. Lass das da mal hinfahren. Ja, guten Tag. Jöni hier. Ja. Raffinerie. Hast du noch Zeit? Alright. Ähm, da sind ein paar Leute, die geflickt werden müssten. Hättest du dafür Zeit oder nicht? Ja, ich hab zwei Stück grad im Auto. Und wie viele verletzt habt ihr? Weiß ich nicht. Viele. Ich weiß, ich weiß, es sind auf jeden Fall noch ein paar. Ich hab selber... Ja, es sind ja ein paar Stück. Ich weiß nicht, also... Habt ihr was im Auto bekommen? Ne. Nein. Ja, ja, wenn dann oben, oder? Und die Cops kamen, Bro, die Cops kamen. Ja, ich weiß. Ich hab die gerufen. Die haben gesagt, die lassen noch was springen noch für dich. Kleine Motherfucker. Jo, nein. Wolltest du es spannend gestalten, Curtis? So, wo sind deine Leute? Können die fahren? Ja, Raffinerie. Können die fahren? Ja, bestimmt. Die sind auch irgendwie hingekommen. Gut, dann schickst du dir jetzt bitte alle mal nach oben zum Dings. Äh, Krankenhaus Paleto? Ja. Ja, schick mal alle Leute, die können hoch zum Paleto Backpacken raus. Also, nur die, die halbwegs verletzt sind, ne? Also, die verletzt sind, die verletzt sind, wo es wirklich notwendig ist. Okay. Gut, bis. Alles klar. Sag denen dann bitte Bescheid. Wer ist da alles? Wie viele von uns noch? Also, 5. 5. Ja. Nur wegen der Scheiße holt du wieder? Oh, ihr seid alle beschuldet. Okay, okay. Ja, right. Wie gesagt, guckt das die Verletzten hoch und ich rufe die anderen noch mal an, die die Verletzten hoch zum Krankenhaus kommen. Machen wir das. Ja, ja. Gut, mach das. Piss. Äh, Curtis. Du bist zwangsläufig, wenn du es runterbrichst, ja. Ja, wenn du es runterbrichst, ja. Juli meint schon, die wollten euch auf keinen Fall auf die Rute lassen. Ne, wollen sie auch nicht. Das Ding ist, ich hab das im ersten Mal erstmal akzeptiert und wollte das über einen friedlichen Weg lösen, aber die haben mich so hart disrespektiert und so hart einfach, äh, ja. Die haben einfach null gezeigt. Die schulden mir seit über einer Woche Joints, weil sie meine Freundin zweimal weggeballert haben. Die fahren, nachdem ich denen gesagt habe, ist okay mit der Route nochmal mit dem Turf, geh mit dem Tankstein verbunden und sonst was. Die sind einfach abgefuckt, die Boys. Ich weiß auch nicht, was bei denen im Schädel falsch läuft. Da war ich gestern bei denen, hab denen 20 Minuten erklärt, warum ich jetzt die Route nehme und warum das jetzt meine wieder ist und warum die da nichts mehr zu suchen haben. Dann die Jungs von ihm, denen ich das erklärt habe, haben nicht immer so nötig befunden, das NB zu sagen. Und als ich das NB alles nochmal erklärt habe, hat er gesagt, ja, äh, es ist zwar schön, dass du alles sagst, aber du kriegst die Route nicht, so. Und das ist dann, wie weiter geht's nicht, Bro. Ich hab's wirklich probiert. Aber das sind Sturköpfe. Und dann wollte ich da, wie gesagt, eigentlich hinfahren, um die hochzunehmen. Ja, und dann, äh, haben die auf uns geballert. Und dann war er in der Gelände. Bro, hier mit eurem Scherz Gangzeug, ne? Ach, Curtis. Ach, Curtis. Warte mal, wo ist denn Ed? Ed ist tot. Ne, ne, äh, ich hatte schon oft. Ich male mir nur das Worst-Case-Szenario aus. Beruhig dich. Äh, Ed, wir fahren mit, äh, Curtis und John. Johnny hoch zum Paleto Krankenhaus. Ich hab da mal alle geschickt, die verletzt hat. Du was hast, komm, auch bitte hoch. Ne, Young ist nicht oben. Das läuft, läuft unter der Hand. Schickt die Leute, die, schickt die Leute, wo es wirklich notwendig ist, hoch ins Krankenhaus. Nur ein bisschen halt, ein bisschen was springen lassen, aber es wird natürlich. Schlaf gut, Paco. Dankeschön für den gewissen Zap. Äh, Johnny, wen hast du angerufen, Medic? Port. Port? Ja. Port heißt der. Gut, gut. Gut, gut. Ich hab's mal um den Behandel und ich hab meine Arme, sie fiesau. Gut, peace, peace. Und ne böse vorne und das ist genauso hinten mit wie mit 1.7. Geben. Hey, Sirenen. Ich fahre lieber nochmal ne Runde. Ich schmeiß gleich mal ne Tasche bei dem Auto hier. Jo. Wär vielleicht schlauer. Sonst so einen schönen Tag gehabt? Ja, 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 ja. Aber ich brauche ja nicht zu fragen, ne? Aber eigentlich ist die Groove okay. Ja, der war auch chillig am Telefon, aber die Quintessenz und die, was er mir gesagt hat, war halt nicht chillig und wie er sich mir gegenüber verhält. Du, das wurde in der Quintessenz. Ja? Das wurde Quintessenz. Hast du ein Malbuch gelesen? Bro, ich hab mir mal, ich hab mal einen Duden zu Weihnachten gekriegt. Da hab ich mir ein paar schlaue Werte geschrieben. Wenn ich ein paar Weiber aufreißen will, weißt du, da stehen die Weiber drauf. Aha. Ja. Wir chillen erstmal hier, ne? Ja, ja, ja. Ja, Kleiner. Okay. Palito Karknus. Hallo, Bares Ferraris, wie kann ich Ihnen helfen? Ja mal, du bist jetzt der Chef im Park, ne? Okay. Hä, warum? Ja, du musst aufpassen jetzt. Auf wen? Was? Wie, why? Du musst auf Mild aufpassen. Ne. Was ist geschehen? Okay. Ja, pass einfach auf Mild auf. Bist du tot? Wenn ich tot wäre, könnte ich nicht telefonieren. Gut. Bist du im Aquarium? Ne, alles gut, mach mal. Ne, ich bin nicht im Aquarium. Und... Warum? Pass einfach auf Mild auf. Ja, sehr. Und lass dich nicht so viel Eis essen. Okay. Die hat tippelt es. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Oh, Gott. Damals hat er einen Angeholtz da, wenn ich mit dem Telefonieren war. Ich habe einen Angeholtz, weil ich mit dem Telefonieren schaffe. Das fühlt sich so lustig. Ich habe versucht, es so nachzumachen. Ging aber nicht. Achso, versuch mal. Versuch mal. Los, Mann. Ich muss mir gleich Nase sprechen hier. Jetzt braucht ihr nur noch rote Hemlen. Ja, ja. Was ist poppin'? Was ist Krakenkurs? Oh, da ist jemand. Wo? Echt richtig ist Kraken. Fuck. Ist das von euch, oder? Keine Ahnung. Äh, 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 nö. Das ist viert. Das viert. Wer ist das? Schreien Sie bitte aus und gehen Sie bitte rein. Achso, das ist da. Gut. Ich dränge dir. Fangen wir nach Hause? Oder holen wir nur mehr aus dem Schutzdienstgebiet. Ruf den mal an. Das ist mir schon ein bisschen zu kuschelig, ne? Ja, willst du, dass ich da bleibe, oder kommst du alleine mit denen klar? Okay. Falls irgendwas ist, sag mir Bescheid, ne? Hallo. Ich regle das dann. Ja, ich glaub schon. Red einfach mal mit denen. Ne? Äh, ich sag dir von vornherein, aber das musst du denen nicht sagen, ne? Die hätten gerade eine Schießerei mit der Growth gehabt. Und deswegen... Insta-Mute, Junge. Joni, kannst du ein bisschen langsamer fahren? Ja. Wie lange noch? Jetzt kannst du fahren. Mein Fuß hat kurz gezeltert. Haha. Äh, muss ich da bleiben, oder... Schaffst du das ohne? Hier, gut. Gut, 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 gut. Alles klar. Gut, mach gut. Er sagt doch mal Peace, Peace. Wer denn? Der von Yaris. Ja, scheiß Gangs. Knallen sich ab wegen der Arbeitsstelle. Hm. Boah, erst haben die Krieg mal deinen Sack Zwiebeln. Und jetzt haben die Krieg mal den. Immer wegen Rute. Und immer wegen der Rute. Egal, nicht unser Problem. Na ja, schon. Wir haben denen jetzt geholfen, ne? Aber wir sind ja neutral. Wir sind aber die Schweiz. Ja, hätte mich einer von der Growth anrufen, dann hätte ich ja auch gemacht. Ja. Nichts. Komm, wir rufen die von der Growth an und schicken die auch nach oben. Boah, da bist du nur ganz verletzt. Ja, die es gerade sind. Boah, dann wäre das. Boah. Dann wären wir voll Schweine. Wollen wir mal am Apple-Feld vorbeischauen. Wer ist denn da? Keine Ahnung. Wollen wir gucken mal. Ein Sack Zwiebeln. Ein Sack Zwiebeln. Ein Sack Zwiebeln. Du wolltest mir noch den Arbeiter vorstellen, ne? Welchen Arbeiter? Ja, diesen Jacks Teller hat. Kenn ich doch selber nicht. Aber ich hab nicht gesagt, dass ich den vorstelle. War jemand anders. Dann wollte Jack das. Wir sind ehrlich wirklich am Arbeiten. Na klar, die müssen Geld verdienen. Damit geht's auch gut. Ich hab mal ne Frage. Ich hab keine Ahnung, was mir zu brauchen ist. Die haben uns Geld gezahlt. 300k oder so. Hallo? Hm? Ich hab mal ne Frage. Was denn? Kannst du mal ein bisschen Musik aufspielen? Ruhig. Leider ist mein ZD kaputt. Ach so. Oder ist die Polizei? Ja, und dann fährst du so? Jo. Uh. Wir holen die einfach. Wir holen die einfach. Oh, das sind zwei Korre. Oh, das sind zwei Korre. Oh, oh. Die drehen schon wieder. Wollen uns. Mhm. Vor zwei Tagen, ne? Mhm. War der Lost Süd bei uns. Warum? Die haben Stress mit den Sopranos. Was haben wir damit zu tun? Sollen die sich 300k einpacken und wieder? Ob wir irgendwelche Informationen über die Sopranos haben. Die denen helfen könnten. Und was hast du gesagt? Habt, was ich weiß. Sagt dir gerne mal ne Türe rein, um wieder rauszuhil reinzugehen. Warum haben wir die Ärger? Weil die hatten irgendeine Beerdigung gehabt und die Sopranos sind dahingegangen und haben da rumgeschossen. Ups. Die haben auf eine Beerdigung geballert. Ja. Die Sopranos waren bei denen. Warum trauen die sich auf einmal? Weiß nicht. Woher die Kraft? Ja, woher der Wille? Warte mal, die Lust hat eine Beerdigung. Die sind dahingegangen und haben rumgeballert. Ja, ja. Auf für die Beerdigung. Ja. Wow. Hallo, MNK. Aber das ist doch so eine Mafia, oder? Wer? Ja, die ist zu Pranos. Ich glaube schon, weiß ich nicht. Ja, aber das ist so eine Familie oder so. Keine Ahnung, Lappen sind das. Man geht doch nicht zu einer Beerdigung und ballert rum. Das ist schon geschmacklos, ne? Hm. Hm. Das könnte man von uns erwarten. Ja, von uns. Also müssen wir bis Samstag was fällen, ne? Yes, sir. Dankeschön, Schulti. Oh, die ist ganz alleine. Hm, hm. Nicht? Hm, hm. Okay. Wer hat nun schon Ärger wegen Telefonnummer? Wird du Ärger haben, weil du ein Mädchen ansprichst? Guten Abend und gute Nacht, Nullewurst. Ihr kleinen Katzen. Ja. Hm, hm. Da spricht mir Nulle Hasen dir. Auch. Zum Glück fahren wir Elektro. Warum, was tankst du? Elektro. Warum? Aber wie tanken wir denn Elektro? Aufladung. Aber so schnell? Baaang. Oh, hm. Oh, hm. Oh, hm. Schon wieder die Lager aufgeteilt hier. Der wollte uns töten, hallo. Hasel hat schon wieder die Pumpe draußen. Hasel, tu die Pumpe weg. Was ist dein scheiß Problem, Kollege? Ich wollte noch unter den Nachtschicht. Ja, ja. Ja doch. Ich bin Nachtschichtbeauftragter. Was denn? Ja, da der sich Jahre abschneidet. Warum sieht du cool aus? Ne, vorher sah besser aus. Hallo, ich geh higher. Gehst du higher? Ja. Ich fand das hat vorher auch ein viel besserer Flow. Schlafen Sie uns. Oh, shit, Hostie. Nein, Kacke, Curtis. Warum bist du wieder da? Warum? Weil du hast gesagt, ich bin der König jetzt. Ich wollte hier Regeln ändern. Was welche Regeln? Was für Regeln? Wer auf den Rasen packt, stirbt. Wer die Bäume anschreit, stirbt. Wer was anschreit? Die Bäume. Achso, die Bäume. Ja, da bin ich auch für. Beste Typen und Beste. Wer ist das? Mose. Bist du? Wie? Awo. Wie? Aber kurz tolles Gefühl König zu sein. Jaja, die ist so ein Grofer im Krieg, ne? Schon ein Wilder wegen Rute. Ich hatte eben Platz in der ersten Reihe. Ich sagte, das war super. Und wurdest du hochgenommen, oder nicht? Nein, nein. Nein? Ich bin da die ganze Zeit mit meinem Supersportler. Ich hab da für Fynn die Übertragung gemacht. Ich hab den durchgegeben. Ah, ein grüner liegt. Und dann liegt noch einer. Was denn? Das war wie Fußball. Okay. Okay. Ich liebe dir. Ohne dich kann ich nicht bin. Ja. Merke ich mir. Okay. Und nicht so viel Greister, ne? Ja, ich liebe sie Grüße. Ja, gleich. Okay. Asylum? Oder Highschool? Highschool. Oder das Farmhäuschen. Die Klassenzimmer ist auch ja zweit. Was? Die Klassenzimmer Aber wo, ich hab noch ganz ihre Nummer. Wie steht denn auf? Geben sie mal ihre Nummer. Hase! Ja? Hase! Wie viele von den Grufflern langen? Hallo! Hallo? Ich hab da gar keinen gesehen. Also, da sollen wohl 14 Leute gelegen haben. Ja, also ich hab 10 gesehen. Oho! Fahne, Teal. Juni? Bei 3,5. Was machst du? Ja, aber ich laufe! Ja, komm! Ja, was denn? Du steckst bis im Auto! Ja, komm nach Kodis! Ja! Du hast geblieben in Kodis, kommst du in die Welt? Nee, ich geh jetzt gleich ran. Noch mehr mit nach Kodis! Du dreckig Schwen! 5-5-5! Lass mal in Kodis! 0-3-0-6! Komm, wir gehen in Kodis! Bartmeister! Ich mag Chap, ich arbeite bei Kodis! Komm, wir gehen in die Kodis! Ja, wir müssen gleich auf Nachtschicht, wir haben heute einen Auftrag! Achso! Merk ich mir! Tut mich leid, Mittag aus und Nachher! Du hast mich heute gar nicht umarmt! Ah, die Klappe! Scheiss, Kamil, das ist Schwein! Schwein! Weißt du, wer da arbeitet? Die gehen, weil der Geist auf den Gameboy machen! Deshalb gehen die nach Hause! Ja! Müller und Daumen und Jufke! Ja, 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 ja! Die Schweine! Ich mag nicht Geister, ich hab Angst! Wee-Boo! Entschuldigung! Jakob, hast du das? Bei denen telefonierst du? Achso, ne! Achso! Die gehen auf den Nachtschicht, was machen wir? Kodis! Wir machen Stress ohne Grund! Ja! Ja! Denn ich fetz wie nen Hund! Komm, wir fahren gleich noch bei den Kieselsteinen vorbeifahren! Lass dir die Nerven geben! Komm, wir gehen die gleich abfacken! Lass dem Frank so Sachen sagen wie, boah, wir gehen im Untergrund turnen und so! Fogel DD! Ja! Lass die Kurpas mit Stöcker hauen und so! Ihr Kriminellen! Pass mal auf Kater! Was willst du denn? Was zum Teufel? Was zum Teufel? Ich hab Hunger! Komm, wir gehen rein! Ich scheiße, das ist ne Friteuse! Nee, machst du nicht! Du? Dann kriegst du nichts zu essen! Coole Frisur, woher? Wen meinst du mich? Hm? Äh, Kick! Was willst du denn sie haben? 5 Chicken Nuggets und 5 Reis wie Zitrone! Vom Gangmitglied in ne Pommesbulde! Was? Vom Großtikel ne Pommesbulde! Chicken Burger war das, ja? Was willst du? Chicken Burger wolltest du haben! Chicken Nuggets! Und Nuggets auch noch! Fünfmal! Ja, ich bin Praktikant, musst du, ja? Oh Gott, was willst du? Ich will nen Diggensack und ne Tüte Halbos! Ohne Kratz! Na Fritz! Ich will Diggensack! 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 Diggensack, du blöder Wichser! Ich nehm drei Cheeseburger! Aha! Pfff! Jetzt musste ich erstmal Alter atmen! Weil ich bin fett! Ähm... Pfff! Und... Zwei Milchshake! Schoko! Schoko! Okay! Hast du denn aufgeschrieben? Ja, was war das zu trinken bei dir eigentlich? Eis der Zitrone! 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 Dreck! Voll geil! Was? Warte mal, was? Ey! Bruder! Sag das nie wieder! Ne, das andere Wort! Du weißt schon, woher das kommt, was das bedeutet, ne? Geh das Essen nach dem Haus! Also bleiben, Junge! Menschen aus der Unterwelt! Ne, das ist Nazi-Jogging! Sag das nie wieder! Entschuldigung! So... Das sagt... Sowas sagt man nicht! Kann ja sein, dass du das nicht weißt, aber... Wusste ich nicht! Besser nicht! Nazis sind scheiße! Heute keine Twinkies, Curtis! Nein! Mila ist nicht da! Ich mag die eigentlich nicht! Ich esse die Mono, weil die dabei ist! Heute will ich Fleisch! Fleisch! Ich werde auf jeden Fall das Geisterspiel wieder spielen! Hm? Ich glaube, die Dungeon kriegt dann die Hälfte! Dass er den überhaupt einstellt! Er füllt überhaupt die Hygien-Vorstellung! Weiß ich nicht! Musst du Cody fragen! Der kommt gerade! Ja, der läuft aber wieder arrogant vorbei! Einfach nach draußen! Du hast dann auch mal hier gearbeitet! Mhm! Ich habe auch die Burger gehört! Hä? Ja! Mach ich auch so! Der Zitroneneistee war bei dir, ne? Ja! Perfekt! Den kriegst du schon! Das andere dauert noch eine Weile! Böse! Wie viel? Das dauert noch eine Weile! Juni bezahlt alles! Ja, ich bezahle alles! Ja, der Milchstück braucht auch noch eine kleine Weile! Also bis... Ich denke 1-2 Minuten! Wie viel? Das muss ich erst noch gucken! Wie viel? Das kostet Geld! Warte mal! Wilde Bunker, ne? Wollt ihr hier sein? Was? Wollt ihr schon wieder? Wollt ihr schon wieder? Wollt ihr die Burger machen, ja? Bei dem Cheeseburger irgendwas mit... Nein, laber mich nicht so! Mach meine Burger fertig! Okay! Danke! Dann du! Hufe! 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 Hahahaha! Ich dachte du bist bei Coldys! Ja, ich war gerade auf dem Weg zum Vorstellungsgespräch! Wofür? Und ich hatte jetzt einen Autounfall! Ich muss ins Krankenhaus! Oha! Warum hast du einen Unfall? Ja, der ist einer voll ins Auto gefahren, aber ich war Gott sei Dank angeschnallt! schnell. Oh, ich komme gleich krank aus mit Juni. Okay, alles klar, bis gleich. Tschö. Opa will die Bunker, der Autonfall. Wie viel verletzt du? Weiß nicht, ich glaube zwei. Wie viel? Zwei. Ah, so viel. Bist du heute denn da? Wie viel? Wer ist denn der tot? Auf jeden verdicke Backen. Und eine Spitznase. Sollen wir den Fang verarschen? Ja. Was sollen wir sagen? Wir sagen, wir haben immer ein Tour gemacht, wir haben 35 Funkhörte. Pack noch ein bisschen drauf. Wir waren de Bulbacher. Von? Wie viel Leute? Ja, der Typ war der Loan auf seine Paycheck zählt, ne? Ja, ja. Der ist locker. Wieder Bier. Warum warten wir eigentlich hier? Guck mal hier. Was denn? Wo haben wir das so einfach nehmen? Na, ich glaube, das ist nur Verpackung. Ich tue nur so. Nimm einfach den Mund und versteck. Ich bin ein Eichhörlchen. Wie viel? Wie viel? So. Wie viel? Warum trägst du eigentlich den Kloschlüssel im Hals? Was? Ja, den Kloschlüssel. Du trägst doch den im Hals. Apropos, ich muss mir eine Uhr kauf. Dann, du verkaufst du mir deine Uhr. Willst du dir geschenkt haben? Nö, ich kauf mir gleich eine. Du hast eh Plagiale auf Zähne. Das wilde Quack soll einer in sich reinsprechender. Scheiße. Ich hab die Uhr tatsächlich aus dem Kaugubi-Automaten, jo. Ja, nicht nur die Uhr. Die Kette gab's zum Auto dazu. Sieht aus wie ein Grinder. Dann trägt man sowas. Das sieht aus wie der wilde Pfeige von Shorty Saul, du. Echt? Aber wie viel? Achso, 495, Bruder. Für was? Ist da Blattgold drinne? Mach 700. Wow. Okay, okay. Oh, mit Karte. Und bitte einmal die Karte hier durchziehen. Ich hab aufgehört zu rauchen. Danke. Karte zurück. Warum zeig dir mit dem Finger aufeinander und tut's, als würdest du die 10-Karte benutzen? Oh, shit, Alter. Oh, man. Oh, man. Warte mal. Oh, man. So. Warum soll ich halt keine Musik mehr abspielen? Ich hab Musik-Alnergie. So. Wie viel? Was? Ja, hier sind deine Nuggets. Wie viel? Ja, wo sind die? Die fünf Nuggets, bitteschön. Danke. Hä, wo sind die? Hä? Ja, es ist doch nochmal deine drei. Was? Was? Wo? Und deine zwei Schokomiss-Shakes. Wo? Bitteschön. In der Tüte, vor dir. Achso, okay. Ja, weg. Dankeschön. Jetzt verpiss dich. Ich arbeite hier, Bro. Denk dran, ne? Es gewillt gerade. Wir essen jetzt draußen und dann werfen wir das Papier auf den Bürgermeister einfach. Juni? Juni, mein Alter. Ich hab gedacht, du kommst von der anderen Seite. Ich wollte dir entgegenlaufen. Okay, sah mal krank aus? Ja, Opa will die Munga, ist da. Wie viel? Immer musst du meinen Nase zu. Hör auf, durch die Nase zu reden. Was? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was du meinst. Ich auch nicht. Boah, der hat ein cooles Nummer Schild. Ja. Mhm. Elektro. Ghetto. Was? Hm. Juni, dein Schlepp im Ghetto. Juni, dein Schlepp im Ghetto. Willy Wönki. Hä? Hallo? Uh, uh. Was ist denn hier schon wieder los? Was ist denn hier schon wieder los? Und was? Oh. Was ich mit dem Gestil erreichen möchte? Pff. Oh. Weiß nicht. Da ist die Hölle los, ne? Hast du eigentlich ne Boxershort da, du, ne? Nö. Deshalb klingt das so, als ob du deine Hände klatschen willst. Die durften da gar nicht parken, das rollte Bügelsteig. Ja, deswegen habe ich da nicht geparkt. Guck mal, der eine geht raus, der andere geht direkt rein. In den Parklücke. Oh, das ist der Groove, ne? Ja. Ich glaube, das ist die Polizei, ne? Na und? Hallo. Weißt du, wo Opa Willi Wonka ist? Was? Wo der Opa Willi Wonka ist. Was für Opa Willi Wonka? Opa Willi Wonka. Wer ist Opa Willi Wonka? Das ist mein Opa. Okay. Okay. Ich bin da mal wieder ein bisschen entspannter, ist das abgehend. Hi. Hallo. Wunderschön. Ich habe Aua. Opa Willi Wonka, bist du tot? Hä? Gott sei Dank noch nicht. Die Schulter ist noch kaputt. Ordentlich weh. Was ist denn hier schon wieder los? Ist das der Johnny? Ja. Der sieht aber scharf aus. Natürlich. Ja, wie ist es dir? Jut, 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 jut. Wie ist es dich? Ja. Scheiße. Kannst du mal gucken, dass es dir ein bisschen kälter ist gerade? Was? Sonst, äh, ich kann da was sehen durch die Handtuchöffnung da vorne. Ja, banaler für da Vinci. Kann doch gerne hier drauf klettern. Wie geht's dein Auto? War ja nicht mein Auto, war ja ein Knicker sein Auto. Das, äh, lag auf dem Dach. Ja, lag auf dem Dach, Türen raus. Hallo, du hast dich angerufen? Ja, ich habe dich angerufen. Ist das dein Volk, ne? Äh. Ist das deine Tochter? Äh, auch nicht. Heute ist er abgelehnt. Ist das deine Tanze? Okay. Das ist, äh, dem Hans-Peter, seine Frau. Wer ist denn hier, Hans-Peter? Da, der junge Mann, der neben euch steht. Ja, hat Knicker ein Unfall geworden. Ah, erzähl das rum. Wer ist denn der Blondie? Scheiße, was ist denn hier heute los? Hallo. Pötis? Ja. Darf ich dich mal was fragen? Ja. Hast du mich noch lieb? Ja. Freue mich. Was ist denn deine Tochter? Ja, eine gute Besserung. Ja, lieb. Wie heißt der Nummer? Aschenbecher. Ja, ich geb dir ne Bombe. Ich rufe die Dame. Was sagt denn ne Bombe? Sie gesagt die doch. Hat die doch zum... Wer? Zum Körte sie mal gesagt. Wer denn? Ja, die Ascher. Ich geb dir ne Bombe. Bisschen Ascher. Hallo. Hast du Bock auf ein romantisches Delta Nubi 3? Weiße. Wer heißt V3? Ich hab nur ein Kollege im Schleppdau. Hey, du hast doch ne Freundin. Nein, ich hab Schluss gemacht. Nice. Du, der hat mich betrügt. Mit nem Hamster. Wem? Was? Mit nem Hamster. Du Scheiße. Das heißt nicht, warte, ich bin immer noch sauer auf dich und ich hab nen Freund, tut mir leid. Na und? Ich würde nicht dein bester Freund sein. Ich muss noch mal einen Kunden machen. Achso, du willst ein bester Freund sein. Ja. Bester Freund für immer. Bis gleich. Ah. Bis gleich. Warum sagst du eigentlich deinem Freund? Äh, weil... Äh... Lass mich kurz rechnen. Ich seh, weil deine Nase lang wird, ne? Äh, 13 Tage. Das stimmt überhaupt nicht. Ja, ich glaub das... Wie heißt dein Freund? Pi. Ach Hans, ich glaube, du kannst sagen, ihr werdet mich hier dann hin. Pi, ja. Im Hips. Welche Gang ist das? Sag ich dir doch nicht. Aber man, sag mir welche Gang ist. Nein, ich sag dir nicht, du kriegst gleich Klatsche. Ja, irgendwo wo man... Also bleibst du da? Warte ab, das bekommst du wieder. Ja, das war ein schönes, man kann das nicht, du... Nee. Du kannst mir! Okay. Billy, ich komm gleich wieder. Ja, alles klar, Knicker, bis gleich. Ich will sie anarbeiten. Ähm, nein. Mach, äh, gute Wässerung, der Herr. Alles gut bei euch? Ja, danke. Wie viel? Ruf mal den Freund gleich an, der so... Deine Tochter hat gesagt, der hat einen Freund, der ist Pi. Wie heißt der, Pi? Pi. Der muss ja mal Pi, Pi. Ja, das ist bestimmt der von Janis Town. Ja, die Bühne. Das kann doch nicht, ich gehör dir nicht. Wem hörst du nicht? Ich gehör nicht dir. Ascha. Ja, die sagt immer Papa zu mir, weil die... Ich bin meine eigene Frau, ich bin der Independent Woman. Da gibt's gar nichts zu diskutieren. Alles meins. Hallo. Guten Tag, der Herr. Wer ist denn? Ich hab mal ne Frage. Pi hat ne. Ich hab mal ne Frage. Wer nimmt die denn freiwillig? Bist du mit einer Ascha zusammen? Hast du ne Perle? Ja, wir essen hier Lila. Nein? Ich bin Lila. Lila mit Fleck. Hier ist eine, die heißt Ascha und die meint, die sind viel zu sein. Busch und ne Oberschenkel. Wer? Hast du Jason gefunden? Von den 1,8 Zwiebeln, ne? Einer von den dreien da, Mr. Jason sein. Ich ruf den mal an, einen Moment. Wo hast du Logen an? Ob er will die Bunker, warum bist du nicht behandelt? Ich hab keine Ahnung, ich guck dir das doch mal an. Hier ist doch überall. Mr. Dugdor? Was denn? Boah, du hast aber gut Loll, ne? Ja, sie sehen selber, was hier los ist. Was kann ich für sie tun? Ja, dann schick die scheiß Kamille in den Gang mit dir weg. Die sollen sterben. Ah ja, okay. Was kann ich für sie tun? Oh nein, die Stimme kann ich für sie tun. Nö, ist schon okay. Okay. Du hast mir wehgetan im Herz. Ich hab ihm wehgetan im Herz? Ja. Das können wir gerne ändern. Ich bin zufällig Kardiologe. Soll mal in eine OP gehen? Nö, aber der Opa stirbt hier. Ah. Was hat er denn? Opa wollte umfallen, Auto umfallen. Ja, ich bin derjenige, der mit dem Auto umfallen, wo das Auto am Dach gelandet ist. Guck mal, der blutet in der Hose. Meine Schulter, die rechte Schulter tut. Was ist denn Ihr Name? Willi Katschmarek. Was für ein Schreck? Ich hab auch noch eine Triagekarte eingetragen. Arme Opa. Ja. Ich will halt nur mal gucken, dass man nichts kaputt ist an der Schulter. Dann kommen Sie mal ganz kurz zu mir und geben mir bitte einmal Ihren Ausweis. Ja. Dankeschön, Mr. Medizier malen. Guck mal, der sitzt im Rollstuhl. Ja. Was hatten Sie genau? Sie hatten einen Verkehrsinfall? Ja, da ist uns einer in die Seite gefahren, dann haben wir uns mehrfach überschlagen. Nicht ansprechend im Pring-Flapier-Unikor. Wolltest du den Slogan rufen? Kopfschmerzen gehen aber schon wieder ein bisschen besser, da hab ich eben eine Ibo bekommen. Und die Schulter tut halt ordentlich weh. Ich ruf wieder den Asch ein bisschen rum. Wir können gleich da runterfahren und fragen, was kaputt ist. Okay, ist eingetragen, ja? Kann einen Moment dauern. Ja. Wir haben gerade ganz, ganz viele Leute. Ja, was denn? Du bist mit einem Sack Zwiebeln zusammen, ne? Was? Nein, ich sag dir gar nicht. Ich fahr jetzt gleich da runter und dann klär ich das. Nein, du... Nein, du keine... Ist dein Netz belegt oder was? Kannst du keinen vernünftigen Satz sprechen? Nein, du kannst nicht nur mit mir sprechen. Boah, was willst du? Was willst du? Was willst du? Kopfnuss. Willst du Kopfnuss? Du bist eine Walnuss. Du bist ein Buckelwal. Mit deinem Buckel am Rücken kann man Getränke abstellen. Du bist fucking Tritherapeuten. Da hau ich immer drauf und es gefällt dir. Ich fahr jetzt gleich in einen Sack Zwiebeln und dann klär ich das. Wenn nötig mal die Waffengewalt. Wenn nötig, dann schlage ich dich einfach, bis du auf den Boden legst. Boah, du langweilst mich. Koch, kein Scheiße. Sag nicht Sachen, die du nicht einhältst. Ich hab gerade keine Zeit. Ich bin auf dem Klo. Tschüss. Boah, die ist auf dem Klo und telefoniert mir. Ich hab genau gehört, wie du wusstest, ins Wasser fällt. Ja, Kuss von Poseidon hat die bekommen. Hallo. Hallo, Michael. Ja, ich bin gerade eingetragen worden, junge Frau. Ich hab Autounfall gehabt, Verkehrsunfall. Mir tut die Schulter so weh. Will ich touch, Marek? Ja. Mach eine Schönheit. Am besten, Sie gehen nach hinten, setzen sich hin. Es dauert einen Moment. Können wir den Ruper begleiten bis hin? Ja, okay. Weil ich bin sein Gehstuck. Ja, am besten hinten hinsetzen. Da vorhin im Waldebereich? Ja, da hinten. Okay, danke schön. Bitte schön. Herr Bumsl, komm mal kurz mit. Ja. War der für mich oder für die? Ich bin einsam, okay? Okay, warum? Ja. Warst du ein Johnny dabei? Rulf! Geht's euch gut? Ja, ja. Ich hab zugeguckt, wie ihr Popcorn gemacht habt. Eine Tankstelle. Die Butter oder ohne? Ich glaub ohne. Ja. Ähnlich nicht geschmiert. Ist keinem Sturm? Hm? Ihr kennt mich nicht mehr wieder. Nein, die kenn ich nicht, Johnny. Die sind auch geil. Sorry. Keine Ahnung. Der ist sehr modisch orientiert, muss ich sagen. Das ist Black Jesus. Ich hab vor kurzem lange Haar gehabt. Aber wir haben die geschnitten mit Bastelschere. Mit der Zickzackschere, ne? Ja. Siehst du doch die Übergänge. Ja, fresh. Sieht gut aus. Ich hab die Haare wie Bruce Lee. Muss jemand von euch noch mehr ansehen. Deswegen was das ausführt, ne? Ja, wie ist der Name? Was sind denn die Opfeln? Blau Capi. Guck mal, du Opa sitzt auf dem Boden, Johnny. Komm mal. Der arme Hund, wollte ich euch gerade sagen. Opa, stimme auf dem Boden. Ehrlich, nicht auf dem Boden setzen. Geh in den Pfohlen erzählen. Oh ja, hier in den Rollstuhl. Ja, setz dich in den Rollstuhl. Setz dich in den Rollstuhl. Ja, dat ist der Rollstuhl. Auf jeden Fall. Aha. Tag, Tag, Amigos. Tag. Du leckige Passer. Grüße. Ja, setz dich doch hin, nur alter Wichser. Geht doch. Danke. Für das alt. Wenn nicht, hätte ich dir den Beinchen gestellt und dich da reingeschubst. Da glaub ich dir sogar. Seid ihr immer noch oben? Jo. Das liegt schon wieder richtig nach Gino, Schießereier. Ja. Nicht singen, keine Musik. Die hört auf. Jo, keine Musik. Entschuldigung. Was ist da? Entschuldigung. Entschuldigung. Hallo, Genie. Wie viel? Ja, das wär nett. Ja, kein Problem. Wir haben aber noch ganz viel zu gucken. Ich auch. Oh, zu gucken, ja. Ach, mein Neffe ruft an. Timothy. Die von, die, die wir gerade... Hier sitz dich, Junge. Was telefonieren die? Ich bin gerade in der Krankenhaus hier. Der arme Opa Willy Wonka, den hat der Unfall gehabt. Ich bin gleich nochmal weg, ist mir egal. So, die an der Unfall kommen. Ne, mich nicht. Alles gut bei mich. Und wenn da noch, wer ist da? Wir sind bei dich. Könntest du halt im Auto hier, ja, ne? Mhm. Mit Neonfester. Aber von hinten, mit Spucke. Wir sehen jetzt den anderen. Scheiße. Und Chase ist drin und ich glaube, Ava ist jetzt gerade auch reingegangen. Soll ich dir was sagen könntest? M-m-m. M-m. Halt besser die Klappe. Warum? Was denn? Ich habe eben ein Jobangebot bekommen. Wo denn? Ich kann als Taxifahrer anfangen. Oha. Ja. Hätte ich dir auch klar machen können. Echt? M-m. Ja, toll. War es ja auch mal schön, wenn ich mal was alleine schaffe, oder? In meinem Alter. Will, du bist 90 alleine gewohlen. Hallo? Ich bin 45, du Jäger. Gibt es ja Wasser? Ja. Da ist nichts mehr drin. Will, du bist 45. Ja. Kurz schnell. Doch. Guten Durst. Danke. Das wollte ich immer schon machen. Das sieht man ein bisschen verloren aus. Ich war da normalerweise immer in der Kneipe und am Zapf an. Ich habe das noch nie gesehen, dass das jemand mit Wasser macht. Warum Wasser ist kein Element? Ja. Sagst du das auch bei diesen Kurschränken mit diesen Eiswürfeln? Ja. Ja, klar. Ich wollte das immer schon unter so ein Eisding machen, ne? So ein Milchshake. Pff, deswegen heißt der auch Curtis Crush. Das ist nicht lustig. Gleich bockst du dich hier auf den Intensivstation, Rupavilli. Hey, darfst du nicht machen. Wir sind ja jetzt wieder Freunde. Ich gehe mal gucken, was da los ist. Ja, mach das. Ich bin, ich gehe kurz gucken und stelle mich als Arzt vor. Pass auf, jetzt rutsche ich. Und das wird mal nur um das Anlage fallen. Hm. Voll vergang. Nötig, ist doch soweit alles geklärt. Entschuldigung, ist doch die Toilette. Eine Tür weiter. Wo? Da. Dankeschön. Ah. Ja. 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 Bitte, Alter, was hier reinkommt. Bitte, Alter. Ist so, er pinkelt nicht in der Dusche. Jeder, der sagt nein, Alter, der lügt. Erstmal eine Stresskippe. Oh, Entschuldigung. Ja, Frau Mühle, da können wir leider nicht helfen. Die dicke Warze vom Fuß kriegen wir nicht mehr ab. Da können wir selbst mit nem Flex nix mehr klären. Entweder lassen sie Warze am Fuß dran oder wir müssen das Bein amputiertieren. Dann nehmen wir das zu, dann kriegen sie ein Holzbein und eine Augenklappe. Ach, von mir, jetzt weinen sie doch nicht so. Das wird schon milder. Außerdem können sie im Holzbein Alkohol verschlicken. Und vielleicht ohne Wurfmesser. Ja, das wird schon milder. Nicht weinen. Und sieht es. E, F, P, T, U, Z, L, P, D, E, Ne, P, E, C, F, D, I, D, P, C, Z, F, 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 E, L, O, P, Z, D, Boah. B, E, F, P, O, T, C, A, A, B, E, F, P, O, T, C. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. A, B, E, F, P, O, T, C. Ach, du Scheiße. Reingeguckt. Uh. Ab jetzt putzt du, was willst du, was quatschst du da? Ruhe im Chat. 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 Mmh. Maltzeit! Was ist das Bild im Munker? Ja, ja. Wie ist es bei dich, Junge? Erzähl mich. Hallo. Immer noch da. Was ist super für den Bunker? Ich habe mein T-Shirt verloren. Hallo? Kannst du auch mal hingehen? Ich glaube, sie sind schon unterwegs. Sie sind schon da hingerannt. Ja, da. Ich weiß nicht, dass wir schon. Ich trage uns schon mal ein. Ich würde ein Katheter geben und ein Pflaster. Und ein Placebo-Zuckbumme. Nee, gibt es nicht. Du? Nee. Du? Ich bin hier der Oberarzt. Ich muss jetzt nähen gehen. Forty Night? Nein. Ich bin hier der Oberarzt. 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 Tag. 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 Wie ist das, Junge? Ja, klasse. Warum? Ja, wie soll es mir gehen? Ich habe ein paar Schüsse abbekommen. Warum? Ja, weiß ich nicht. Bist du ein Jahr? Hä? Ich weiß nicht. Eventuell? Ja? Ja, ja oder nee? Ja, ha. Ich komme gleich zu dich und berühre dich. Nein. Für alle, die nicht Patient sind, gehen einmal vor die Tür bitte. Ja, ich muss mich hinlegen, bin verletzt. Welches Bild ist frei? Der will mich operieren. Was quatscht der? Der ist verwirrend. Wie ist denn Ihr Name? Bitte? Wie ist Ihr Name? Hallo? Das Tür ist zu. Haben wir Ihnen geholfen? Entschuldigung, die Tür ist zu. Ich komme nicht raus. Ja, aber dann haben Sie nichts zum OP zu suchen. Komm, jetzt sag ich schon. Aber da stehen einmal... Wer sind Sie denn? Wie sind Sie denn hier reingekommen? Durch die Tür. Ja, aber... Sind Sie verletzt... Ja... Ich kümmere mich drum. Komms mal mit. Dankeschön. Sind Sie verletzt oder irgendwas? Nein. Ich muss nur noch pipi. Achso. Ja, gut. Ich habe den Weg nicht gefunden. Hier ist auch zu. Ja. Jetzt kannst du rausgehen. Dankeschön. Gerne. Dann sind wir immer noch keine Gang? Wir sind keine Gang. Und wir beanspruchen nichts für uns, verstehst du was ich mein? Ja. So, geht mir jemand auf den Sack, ist das eine andere Sache. Genau. Ich mache meine Sachen und die Gangs machen ihre Sachen, fände ich auch so. Genau. Damit haben wir nichts zu tun. Ich gehe nur mal auf Abenteuerreise. Hi. 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 Ich habe einen Kreis gesehen, die mich dazustellen. Oh, geil. Hier fühle ich mich wohl. Ja, wir kommen in unsere Komfortzone. Was machen die hier? Quatschen. Reden. Wir stehen hier und warten auf Leichen, die da rein transportiert werden. Okay, einer sagt Quatschen, einer sagt Leichen und der andere sagt Reden. Ja, richtig. Über Leichen quatschen reden. Ich muss jetzt operieren. Ach, du bist Arzt. Okay, Herr Doktor. Ich bin Faularzt. Glaub ich dir. Müsst du meld dich zehnmal an? Ja. Da bei dem Ward Day sind Leute, die kiffen. Im Krankenhaus. Ja, so Cern. Solch kriminellen Schweine. Nein, das... Man kann doch hier nicht kiffen. Bei Ward Day. Ja. Ich bin gerade einfach im OP gegangen. Ich bin auch einfach die ganze Zeit rumgelaufen. Und die Leute haben verfolgt. Wo fahren wir hin? 187, du wolltest das klären. Okay. Da muss ich aber meinen Kapi aufziehen. Weil die Tür war abgeschlossen. Dann bin ich um den P-Reihen und hab gesagt, Tür ist zu. Und die Frau hat mich angeschrieben. Was hat die gesagt? Ja, du kannst mich einfach die Operation starten. Ich brauche nur einen Klolex. Ich will mein Reichtum ein bisschen in den Osten tragen. Du hast gar nichts von dir hier? Beim Juwelier. Bist du bescheuert? Du kannst nicht durch heute mitfahren. Oh, was war das? Da vorne. Bull. Boah, guck, wie ich da reingehe. Was zum... Big man. Fuck. 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 Komm vom Vater. Boah, schon mit allem müde hier. Weil ich bin der Bull, ich bin der Baba. Warum? Schlaf gut bei Kati. Wie hieß denn mal unser alter Freund, der Knickkopf? Moskielto! Sag mal! Welcher Knickkopf? Der immer so schlecht geguckt hat und ein bisschen geschielt hat. Ja Moskielto! War sein Spitzname. Ich will dir seinen echten Namen nicht sagen. Ich komm nicht mehr auf den Spitznamen von dem. Da kieslschlein ist auch kalt. Ja. Wo sind die Bademeister? Sind die unterwegs? Ja, Nachtschicht. Wie der Junge mal nur essen? Ja. Boah, was sind die denn alle? Willst du dich anrufen? Trag mal Logen! Oh, bestimmt Strom hält die, ne? Vorsicht! Trag mal. Trag mal Logen! Wollt ihr? Ey wo seid ihr? Jedes Mal wenn ich bei euch bin, seid ihr nie da! Das ist ne Schweinerei. Jedes Mal wenn ich vorbeikomm. Ihr mögt uns nicht. Jut, machen sie das. Jut, zau rein. Also der ruft an, wenn die da sind. Was sollen die Kieselschleine? Ruf den mal an. Hast du von Davies die Nummer? Ne, bestimmt nicht. Hallo. Hallo, Pfank. Was geht? Du sollst den Junior mal schnell anrufen. Warum schnell? Weiß nicht, irgendwas Wichtiges. Okay, mach, ich hau rein. Du Schweine rufs an. Hallo? Ach gut, dass ich dich erreicht. Der Kürtis wollte irgendwie mit dir sprechen. Ne, hä? Hä? Nein. Nein. Nein, der Kürtis wollte mit dir sprechen. Woher seid ihr? Sag, ach egal, wo seid ihr? Sag doch mal, wo ihr seid. Was denn? Ihr macht uns drei verschiedenen Stein-Geisel-Namen. Warum? Die haben keine Hobbies, Alter. Achso. Wo? 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 Ich bin in der Nähe. Ähm, am Würfelpark. Ne, so schnell, Rüdiger. Wo genau? Äh, Johnny, ich, Bademeister Finn und so, aber die machen irgendwie. Die den Leute Hobbs nehmen oder so. Boah, Junge, es leckt hier in der Nähe. So übertrieben. Schlaf gut, Texo. Äh? Die haben dann so'n Geisterzocken gesehen oder so. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich bin unter der Brücke. Ihr seid nicht hier. Der verarscht dich. Die Katze kriegt kein Fuffi. Boah, Junge, es leckt. Ach, hier. Uh, uh. Oh, hat er eben nen Bagger. Das ist ein Jahr altes. Als ob... Warum hampelt ihr nen Bagger? Ich will den Bagger fahren. Es muss von dir sein. Hör auf rumzuschreien. Ob bisschen Schöpfer damals rumgetragen hat, du Otto? Da pisst du erst aus meinem Auto hier. Warum ich sitz gar nicht in der Modus? Wo ist Chloe vom Gesicht schon, ne? Nein, der vor mir. Das bin ich. Hä? Hat man nicht so ne große Klappe, sonst mach ich gleich meinen MP3-Player an. John, wo hampelt ihr denn her? Den? Der hat mich angegriffen mit nem Messer. Natürlich. Oha. Wer bist du? Richtig, ja. Hä? Wer ist das denn Steiger da? Ich bin's. Was für Steiger? Ah. Du scheiße, ich dachte, das wär Steiger da hinten im Auto. Ne, man. Wo wird den Bagger her? Aus Afrika. Ach, das hat es gar nicht der Bagger. Mit so Handdrücken. Ja. Ja, 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 ja. Küsst mal nen Ring. Zeig mir ein bisschen Stoppe. Ähm. Ich will den Bagger haben. Na klar, dass ihr mit dem Logo unterwegs seid. Das ist mein Bagger. Ja, da kommt ein Auto. Nun? Der wird gleich blau lackiert ans Ende hier. Ja, ich freue dich. Kann ich den Bagger fahren? Wo willst du denn damit durchfahren? Ich mach ne Schießkirche. Hunger. Hang ab. Kann ich den Bagger haben? Der gehört uns nicht. Ich schenk ihn dir. Ich schenk ihn dir. Den Kieselstein. Ja, der liegt gerade auf dem Boden. Der liegt auf dem Boden da hinten. Komm, geh den auslachen. Polizei gewählt. Geh den auslachen. Habt ihr was wichtiges zu besprechen oder was? Ha, da liegst du Lutscher. Hey. Ich hörte es. Hä? Ich hörte es. Der sagt mich, ich soll mich hier vom Acker machen. Wer? Der Opa da vor mich. Warum sind sie denn jetzt so her? Fische Fisch. Was guckst du? Was willst du? Gleich mag ich gut nicht hier sein. Tiefen Luft holen, Frank. Wer liegt denn da? Wer ist da? Wer liegt hier? Architekt. Juri? Architekt. Bist du der Architekt im Matrix? Warum redest du nicht mehr mit uns, Fischer? Fischer. Was? Warum bist du mit dem so angespannt? Weil ich Sachen zu tun habe. Boah, voll der Architekt, ne? Boah, der ist voll genervt. Und ich dachte nochmal, Curtis wäre der Architekt. Lass dir mal einen Glocken, Junge. Komm mal her, Fischer, komm. Hey, alles wird gut, alles wird gut, man. Wieso bist du denn so mad? Kampelspillen. Soll den Chloe anrufen, dass er sich um dich kümmert? Und mich jetzt, oder? Nein, nicht unten. Ja. Was will der denn mit dem Klo? Oh, das klingt jetzt mein Handy gerade. Ja, ach so. Das ist doch ein dreckiger Fickster, Alter. Das ist doch ein Bastard, Junge. Er kriegt Schläge. Jaja, klar war der Teil, Alter. Jaja, klar war der Teil, Alter. Haben wir den umgeboxt? Ja, normal. Der wollte mit MP3-Player kommen, wir kamen mit Faust. Jetzt kommen die Cobbers, ne? Ja. Vielleicht sollen die mir abhauen. Nein. Die holen wir auch weg. Okay. War da schon der Erste. Lass hingehen, komm. Wir dürfen, Streamer dürfen keine lizenzierte Mucke mehr im Stream hören. Junge hat einfach Mucke abgeschmitten, ist das ein Wichser, Junge. Ich geh doch nicht mehr hin, der muss sich verpissen. Und wie hier wird MP3-Player jetzt bei Streamern als Waffe bezeichnet? Wie legt es sich da so auf dem Boden? Es ist karl. Und dreckig? Es ist karl, du willst meine Sockeln? Ja. Ja. Bist du doppel der Elf? Ja. Oha? Der hat mit dem Fischer gehauen. Au. Dafür kannst du ein Strike kriegen für die Mucke. Du bist schon ein Asozialleiter. Keine Ahnung. 20-20. Ihr müsst uns festnehmen. Hey, Fischer, Fischer hat angefangen. Fischer hat angefangen. Jetzt noch mal. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Da finde ich Sirene. Also er hat etwas Schlimmeres als eine SMG ausgepackt. Ja, der hat gezielt. Genau. Also, ich glaube, ich glaube, ich kann der Herr Franklin bezeugen, wenn ich das andere noch irgendwie in Vermutung kommt, dass der Typ, der hinter am Stromkasten mich angegriffen hat. Der alter Pfollner hat den ja Fisch angriffen. Warum redest du jetzt über den, obwohl wir ihn nicht mehr erwähnen, um dich dumm dastehen zu lassen? Wollen wir jetzt echt so anfangen? Ja, willst du so anfangen? Digga, was bist du für einer? Ich will doch gar nichts von dir, Alter. Ich mag dich doch eigentlich. Schalt nicht rum, ziel die Hosen aus. Kleine Prussi, Digga. Da kannst du dich nicht einmal prügeln, um ihn rumpf zu heuen, oder was? Toll, klar. Was für ein Prübel ist denn du? Wenn du mit 5 Bullen kommst, wo kommst du denn rein? Weil du heute einmal ohne deine Hunde gekommen bist. Ja, weil du einmal den Eindruck hast, wenn du nicht bist. Guck mal, wie viele hier schon widerstehen. Ja, mach du doch mit deinem Prübel, Alter. Was ist das? Da, guck mal, da kommt auch deine Shotgun-Patrouille schon, Alter. Bastian, ey. Richtiger Bastian, Alter. Wie oft willst du noch von zu sagen? Digga, komm! 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 Bastian, ey, T Tal, die wir zweim mote, cult rehnen, die ich hier gehen habe. Okay. Warte, 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 bringe dich. Warte, 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 warte. Hey, der Herr mit der Cammy, kann man bitte mit? Die helfen nicht davierungend küssen. Also jeder ohne Uniform rüber auf den Gehweg, runter von der Straße. Das ist auch gar nicht relevant. Warte, 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 du wirst es sagen. Alle Zivilpersonen rüber auf den Gehweg. Habe ich schon uns, sonst klatscht die Helle. Zack, danke schön. Also was war das gerade? Was zum Ball? Der Frank, ne? Der Frank, ne? Ich hab den Opa weggeklopft. Er, er spielt so, er spielt so. Nein, er war das. Wollen Sie sagen zu dritt, ich war auf dem Stromkasten? Ich war mit acht Mann auf dem Feld, er mit elf. Ich hab's getreten, ja, aber man kennt es ja von denen. Man kennt es ja von denen. Das ist echt sauer. Der hat mich gepiext. Der hat den P3-Player gezogen, Alter. Ja, der war schuld, er macht so, soll ich so eine Waffe. Ich hab den direkt aus dem Leben geboxt. Warum landest du gleich alle von mir? Warum landest du gleich alle von mir? Warum landest du gleich alle von mir? Warum sagst du nicht, warum sagst du auch nicht zu? Warum hab ich gesagt Scheiß, Polizei? Ich fass ihn noch gar nicht an, warum soll ich dann ein... Schreie nicht rum, verdammt. Warte mal, warte mal. Ey, ey, ey. Ich hab eine Sache gelernt. Ich hab eine Sache gelernt. Jetzt kommt er wieder mit Hamburger Geschichten. Keine Sorge, ich schreie nur. Ich würde ihn niemals anders machen. Wollen wir in der Polen hier sind, Alter. Der bellt, aber der beißt nicht. Aber ich komm nicht alleine, ne? Gib ihm die Schlüsse vom Baggern, ich fall da rein. Ja, ja. Ich bin, mach was ihr wollt. Die Soldaten von ihnen, der sagt, wir sind zu dritt. Ja, zu dritt. Deine Army ist hier. Ich will mehr. Ja, Mann. Fischer Army. Blub, blub. Wir müssen cool pausen, die machen bestimmt ein Foto. Yeah. Lass du wir gängig machen. Ja, ja. Uns gehört Downtown. Downtown gehört uns. Wir sind die Criminal Pips. Yeah, man. Criminal Pips. Wofür steht das? Ähm. Da gab's irgendwas hinter den Hüffeln. Für beschnitten und würzig. Alter, Criminal Pips. Ich hab nur nie so viele Kompass gesehen, Alter. Oh Gott. Die Schlägerei. Ja, was zählt doch im P3-Player? Du Wiesel. Siehst du den DFO uns, wie provokant der da steht? Mhm. Du kannst die Sache jetzt klären, ne? Welche Sache? Ja, mit der Dingens... Mit der... Mit dem P-Pi und der Aschenbecher? Ja. Ja. Logan, gibt's welche in der Gang einer, der P heißt? Wo bei uns? Mhm. Nee. Wo soll der denn sonst da gucken? Blah, habt ihr einen, der P heißt? P. Nee, haben wir nicht. Soll ich dir die Nummer von dem geben? Oder wurde schon Blah da haltet. Er würde sich wünschen, dass er so heißt, aber wir nennen ihn nicht so. Richtig. Okay, aber ihr habt da einen. Ja, ja. Und der ist mit der Asche zusammen? Und der Asche? Keine Ahnung. Guten Tag, die Herrschaften. Ja, Juuuutentag. Nein, mit so einem Aufruf. Ja, was ist denn hier passiert? Also, am... 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 Es war so und so und dann war so. Also, Fischer so. Frank dann so. Und dann eskaliert so. Der hat Fische, Fisch halt seinen P3-Pler gezogen. Das könnte gefährlich werden. Ja, ja, jetzt die große Fresse, wo deine Krampus wieder, hier deine Pitbulls vor mir stehen. Guck mal, wie sie hier stehen. Warum bist denn so eine kleine Pussy? Warum heulst du denn? Ja, ich fängt doch schon wieder an. Ich hab schon viele Leute auf die Fresse gekriegt, hab mir nur noch aufgesagt und gesagt, geil gemacht. Was hast du gesagt? Ich hab nichts verstanden. Wo bist du? Was passiert? Ich verschlick kein Wort. Ich verschlick kein Wort. Hallo. 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 Was soll das denn jetzt heißen? Hallo. Ich hab bezahlt. Du gehst ja aus dem Kinofilm auch nicht schon fast, Alter. Willst du mir jetzt hier noch Rass... Kommst du mir jetzt mit der Rassismuskeule? Kommst du mir jetzt mit der Rassismuskeule? Ja, ja. Guck mal, wie weit sie sind, die hier vor mir stehen. Wenn sie jetzt festgenommen werden, dann treten sie bitte mit mir einmal da zu der Wand. Ich verschlick kein Wort von was du lachst. Einmal mitkommen. Nein, du Fresse. Bist du dumm oder so? Gleich fang ich mal. Pass mich nicht an, sonst brech ich dir den Finger. Jede Dame? Warum werden meine Personaige denn aufgenommen? Das heißt, was du kriegst von mir ist ein Mittelfinger. Ich schau mir einfach gerne Unfälle an. Ja gut, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Was sollen wir da machen? Warum? Ich mag den Pisser eigentlich. Ich wusste nicht, dass er so ein Mädchen ist. Lass mal aufkommen. Du hältst die beim Ball flach, dann bin ich ruhig. Weil so heißt es mal. Ich versteh kein Wort, ne? Ey, du Pisser, hast du das nicht angemacht, um mich zu provozieren? Ich schwöre gut, ich verstehe kein Wort. Du bist ja jetzt geworden. Bist du Pisser jetzt? Bist du Pisser jetzt? Was willst du denn jetzt von mir? Was willst du von mir? Ich nehme sie jetzt fest. Warum? Für was denn? Wer wird festgenommen? Warum? Ich versteh dich nicht mal. Ich versteh dich nicht mal. Und dann reden wir. Weil er packt mir den Finger weg, so. Wichser. Also müssen wir sagen, was? Ich versteh immer noch nix. Ich versteh immer noch nix. Ah, okay. Du kriegst mein Person nicht alles. Ist mir scheißegal. Für was willst du mein Person? Für was willst du mein Person? Für was willst du mein Person? Warum? Warum muss ich das? Warum muss ich das? Was hab ich getan, dass ich das muss? Warum macht ihr? Das löst nicht. Wir können jederzeit, jedem Bürger ganz klar. Gut, dann will ich jetzt jederzeit deine PD-Nummer haben. Ja, die Nummer muss ich nicht geben. Ich geb er aber gerne meinen Namen. Seht zu, ich will deine PD-Nummer doch. Gib mir deinen Scheiß-Dienstausweis. Ja, gib mir deinen Scheiß-Dienstausweis. Ja, freut mich. Ich glaub nicht, dass man so hat uns gering geschissen. Bitte schön. Aber meine Dienstnummer muss ich ihnen nicht geben. Ja, halt's Maul jetzt. Du Scheiße. Jo. Gut. Willst du dir auf deine Dienstnummer einen runter, oder was? Ach, scheiß auf den einfach, Mann. Nichts-Nutz-Typ. Hier hast du mein Person auf. Hier hast du mein Scheiß-Perso und dann drauf runter, Mann. Ich will ihn wieder zurückhaben, danke. Genau, da ist nämlich ein Bild drauf. Ja, auf keinen Bock hast du hier, ne? Was ist denn... Was ist denn... Ja, hat wegetan, richtig. Ja, warte, willst du mich jetzt noch einknasten, weil ich hier irgendwie blau trage? Paketterspielen, ja. Ich hab das denn jetzt damit geschlossen. Nein, ich bringe nichts. Das müssen sie mir jetzt erklären, wenn sie darauf kommen. Ich will gar nicht erklären, ich will gar nicht erklären. Ich geb dir ne kurze Erklärung via Handzeichen. Bitteschön. Alles klar. Okay. Jut, Jut. Jut, Jut. Also, mein Pärs würde ich gerne zurück. Hab kein Bock, dass du heute Abend drauf beschäftigt bist. Bitteschön. Dankeschön. Das hab ich nicht nötig. Jut. So. Was passiert? Aber was war jetzt so schwer daran? Ich hab alles angesessen. Ich hab alles angesessen. Deine Umgangston mit mir war schwer daran, ganz einfach. Was hab ich denn für einen Umgangston? Du bist ein Buller, Alter. Das ist das Problem, da fängst schon an. Ich hab sie gebeten, sehr nett. Ich hab dich nicht mal verstanden. Wenn 35.000 Leute da vorne rumschreien. Beruhigen sie sich doch. Ja, ich beruhig mich noch. Und lassen sie mich doch mal ausreden. Ich lass sie ja auch ausreden. Digga, halt deine Fresse jetzt. Noch eine Bedrohung, Beleidigung oder sonst irgendwas. Und siehst du auch mal ne Beruhigung. Ganz klare Aussage jetzt. Come on. Du gehst in dein komischem Mobil rein. Hast verstanden, hoffe ich. Jaja, du mich auch. Ja. Jut. Ich würd das jetzt hierbei belassen. Wir können sie genauso auch festnehmen. Okay, die Herrschaften. Ja. Haben sie schon dem Personalausweis einmal ein Problem gegeben? Nee. Ich nur nicht. Was willst du mich jetzt festnehmen? Ja, definitiv. Ja, die haben noch keine Aufmerksamkeit. Ja, kommen Sie mit zur Seite. Achso, du könntest. Ja. Und das machst du jetzt. Ja, zwei. Sie beide haben. Ja, wir sind die amerische Drillinge. Wir sind am Kopf auseinandergewackten. Ja, okay. Alles klar. Gut. Dann krieg ich ihm einmal bitte von dem Herr mit dem gelben Cap. Können Sie bitte einmal kurz ein bisschen zu sein? Mit dem gelben Cap bitte einmal ein Personalausweis. Hat der Kollege noch ein Personalausweis? Ja, bitte schön. Äh. Du kannst deine Nummer hinten drauf schreiben. Nee, lass mich mal lieber. Oh. So. Wissen Sie, was jetzt hier genau passiert ist? Mhm. Da hat sich jemand geprügelt und dann habe ich zugeguckt. Okay. Das hat Spaß gemacht. Mir hat Spaß gemacht, so zu gucken? Ja. Das ist jetzt aber nicht die feine englische Art, ne? Nur, weil die feine lusandische. Okay. Gut. Ihr haben Sie ja... Nein, ich bin kein OG. Okay, habe ich gesagt. Ja, ich bin immer... Okay. So. Von den Herren in Weiß jetzt auch einmal bitte den Personalausweis. Von mich. Ihr die Damen. Dankeschön. Ja, Jans einen interessanten Nachnamen. Ja. Warum das denn? Das ist der Herr Kulldorf. Ja, habe ich es noch nie gehört. Aber schön. Das ist wahre Liebe. Mhm. Das ist der mit der Piermonkirsche. Können Sie mir noch mal ganz kurz Ihren Personalausweis geben? Habe ich Ihnen zu schnell zurückgegeben. Wieso? Wie geht's? Ich bin der Johnny, nicht der Jack. Okay, danke. Ja. Am 8. Ja, okay. Da haben wir... Vielleicht... Wegen der offenen Akte. Nicht nur eine. Doch. Nur eine. Wollen Sie mal. Schau ich hier gerade in Ihre Akten oder Sie? Ja, habe ich eine Quittung für mein... Für mein... Wie heißt das da, wenn man Geld bezahlt und dann noch weiter frei ist? Schutzgeld. Oder Sie? Kaution. Genau. Können Sie gerne den Herrn Franklin anrufen von der Streetcrime Unit? Ja. Ja. Ich lese hier einmal kurz kurz was anderes auf. Ja. Guten Abend. Ich grüß dich. Kannst du einmal kurz das Handy weglegen? Bitte? Also ich muss auflegen, ich bin gerade Polizeikontroller im Moment. Ja. Wollen wir mal Tickets kaufen? Wird gern Tickets kaufen, oder? Jürgen der Messengerissez-K culinary. Haw weiida. Haw weiida. Haw weidaa. Okay. Ja. Sie bleiben bitte einmal ganz kurz hier stehen. Nö. Ich hab ne Bitte. Ja. Rufen Sie bitte den Herrn Franklin an. Warum soll ich den anrufen? Haben Sie Sehnsucht? Nö, aber der weiß über alles Bescheid. Der weiß über alles Bescheid? Ja. Warum schreien die denn immer so? Nein, alle immer so rum, meine Fresse. Ist das dein Freund? Bleiben Sie einfach kurz hier stehen. Nein, du. Ich bin mein Arbeitskollege. Kollegin. Mensch, bin drauf. Bisschen mehr Respekt für die weiblichen Bürger. Ich bin der Arbeitskollege. Mein Kerl. Ich würde ja mal... Funk der jetzt nochmal nach Verstärkung? Die fatschen da oben sich einen ab auf der Straße. Warum wir nicht? Ich hoffe, die ist dein Empfang Lindahl, ne? Juni? Ich hoffe auch. Aber die Frau ist damit telefonieren. Okay. Okay, wir klären das mal eben kurz mit der offenen Aktion. Das dauert einen kleinen Moment. Jo, 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 jo. Wie ist dein Name? Meiner? Mhm. Best. Was? Bess. 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 Das ist dein Nachname. Das ist dein Nachname. Ja, ja. Und der Vorname Ass? Bess? Wow. Nee, nee. Nicht Bess, sondern Bess. Doppel S. Hey, das war ein Kompliment mit Bess. Können sie ruhig mal annehmen. Ja, aber mit Ass ist jetzt nicht so das Kompliment, ne? Warum? Sie sind so ein Ass? Sie sind ein Ass? Sie sind das Ass im Ärmel. Genau. Das beste Ass im Ärmel. Ja. Wenn sie Ärmel hätten. Was? Doch kurze Ärmelchen. Ist das ihre Arbeitskollegin? Nee, ich bin nur so unterwegs. Ach so, ja. Ganz lustig. Das war nur ne Frage. Jetzt wird mir nicht so zickig. Hallöchen. Du pfeife, du. Das war eine sehr lustige Frage. Hast du grad halt Small zu mir gesagt? Was willst du down-calchen, Bruder? Das ist grad eine lustige Frage. Jetzt gibt's Bamsättel. Komm. Komm. Du kannst nur gewinnen, wenn ich aufm Kopf löse. Wum, wum, wum. Fut, fut, fut fliegt deiner. Wata, futta, fum. Wata, figy. Jamal. So. Herr True Love. Ja. Der bin ich. Ich bin da. Ja, das weiß ich. Ich hab ihren Ausweis gesehen. Ja. Den haben sie immer noch. Den würde ich gerne wieder haben. Ja, okay. Aber nur wenn sie bitte sagen, bitte. Ja, bitte, bitte, bitte. Zeig mir deine. Danke. Fahrradkette. Ja. Also, sie müssen uns einmal ins CD begleiten. Boah, nö. Boah, nö. Boah, nö. Oh, doch. Ich bin alleine. Aber warum muss ich denn? Ich brauch ne Aufsichtsperson. Wenn das noch auf ne Akt ist und das müssen sie einmal mit dem FIB klären und deswegen müssen wir sie einmal mitnehmen. Oh, okay. Kann ich da mit hinkommen? Ja. Darf der mitkommen, bitte? Sie können sich vorm CD ein und dann im Vergewachte. Ja. Ja. Aber ich melde mit, bitte. Dann hau ich jetzt ein, dann komm ich auch da unten drin. Ich hau jetzt gleich ein. Ein. Ja, hab ich. Zwei. Ja, ja, ja. Ich hab gar nicht gesagt, wie lange ich zähle, du Dummkopf. Hab ich, ja, hab ich. Entschuldigung. Ich würd mal sagen, sie sind jetzt kooperativ und kommen mit, ne? Einfach, oder? Ja, 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 ja. Du nicht mit mir. Wir haben ein Auto mit, ne? Was für ein Auto? Du kommst nicht mit. So, wo ist denn dein Auto? Du gehst jetzt hier mit dem Auto. Gib weg von mir. Und dann wartest du. Gib weg. Ich. Nee. Ich geb dir gleich hier. Ich geb weg. Ey, an alle Officer hier. Ich bin Frank Steiner. Kann ich meine Hand nehmen? Ich stehe hier, Digga. Egal was für Geisel, Meisel. Ich hab nichts damit zu tun. Alles gut, Frank. Bitte mal leiser. Die wollen mich mitnehmen, Frank. Warum wollen die nicht mitnehmen? Angeblich hab ich ne offene Abte. Und jetzt muss ich mit dem FAB-Wackler. Handschmeld kommen. Doch, er hat noch ne offene Abte. Hat er nicht. Hat er nicht. Blunder Engel. Nein, hat er nicht. Bleib selber zurück. So. Okay. So. Okay. Der Herr mit der geilen Käppi. Ja, Bess. Ne, wir sind hier vorne. Nein, ich muss mal bitte. Nein. Ach bitte. Nein. Komm schon. Nein. Kann er wenigstens ein Auto von der Straße parken von uns? Sie können mit dem Auto nachkommen und in der Lobby warten. Wartest du mit mir in der Lobby? Ne. Kann mir Mandala ausmalen? Ne. Kannst du bitte ein Auto vorne nehmen? Habe ich nen Schlüssel dafür? Ja. Okay. Geil. Alter. Oh, das war nur auf. ắmbelle Wie aktiv. Oh. Das klicken ist aber geil. Herr Kusch, Sie dürfen nicht hier hin. Sie haben gesagt, ich darf mit zum Pili. Ja, ja, in die Lobby. Wo ist die? Die ist vorne. Okay. Einmal zurück wieder. Ja, ob du will die Bunker. Ja, kommst du gleich nochmal zum Junkie Park? Ich bin in der Journey Boot verhaftet. Ich bin im Pulsalvia. Ach du Scheiß, was hat der denn gemacht? Ich brauche Unterstützung, bring all deinen Pfeulen mit. Soll ich wirklich kommen? Okay. Was? Bis gleich. Ja, tschüss. Ist mir eine neue Geldteste, die klickt. Merhaba, alaikum salam, harbibi. Nein, warte auf mich. Ich finde den Lobby nicht. Ach, da bist du ja wieder. Nein. Du bist ganz süß für eine Puzzapo. Bitte, junger Mann? Ich bin nicht jung, ich bin älter. Das, ja, das kann gut sein. So, jetzt müssen wir so einmal hier warten. Ich muss so meinen vollen Journey. Ja, das wird jetzt erst mal nicht gehen, das wird jetzt auch erst mal abgeklärt. Nein, ich will runter. Nee, das geht noch nicht. Und was, wenn ich einfach da hingehe? Da kommen sie nicht runter. Ich springe durch die Scheibe. Nee, das schaffen sie nicht, da verletzen sie sich. Dann gehe ich am Computer. Nee, da gehen sie auch nicht dran. Warum? Kommen sie da einmal bitte raus. Warum? Darum, weil das ein Mitarbeiterbereich ist. Aber ich bin ein Mitarbeiter. Ich nehme sie einmal mit. Ja, ganz lieb. Okay. Und ich nehme dich mal. Nee. Doch. So, jetzt setzen sie sich einmal hier hin. Nö. Ich gebe ihr noch was zu essen und zu trinken. Nö. Sollen sie eine Praline haben? Ja. Eine Praline. Ah. So. Ich will eine Praline. So, machen sie mal den Mund auf. Ah. Und. Und. Ah. Ja. Danke. So, jetzt bleiben sie brav hier, ja? Mm-mm. Nee. Mann, es kann Müll mehr hier hin. Ich bin der Polizeichef. Sie sind nicht der Polizeichef. Na klar. Nee. Du? Nee, 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 nee. Ich habe auch eine Marke. Oh, schief? Ja, wegtreten. Ich habe kein Gespräch. Ah, okay. Siehst du? Okay, entschuldigung. Wegtreten oder du wirst wieder Rekruten. Oh nein. 15 Strafwunden. Los. Ich bin doch noch. Da gibt es nichts zu diskutieren. Ich bin doch Rekruten. Aber sie ist noch Rekruten. Ja, das wirst du bleiben mit deinem Verhalten hier. Voll ein. Sie kann doch nicht mit den Rekruten so reden. Das wirst du bleiben. Ich kann ja geleiter, bis du nicht aufsteigen. Aber. Raus mit dir. Aber sie kann doch die Rekruten nicht zum Weinen bringen. Harris. Ja, nix, Harris. Lass sie das nicht mit mir machen. Nein. Du wirst noch befördert und Rekruten. Ich glaube, ich bin was das mit dem Saftladen hier. Der muss immer Földermann gebracht werden. Ja, sie kann doch nicht eine Rekruten hier zum Weinen bringen. Doch, ich bin Chef. An diesen Druck nicht außerhalb. Hör mal, die ist so eingeschüchtert, ne? Die ist sowieso schon so eingeschüchtert. Ich bin von Nuss. Was sind sie? Jetzt entschuldigen Sie sich mal bei der Rekruten. Entschuldigung, Bruder. Guck mal an. Ach, alles gut, alles gut. Oh, da schönes Parfumel drauf. Olle Kusch. Olle Kusch. Dem will ich verhaften, ne? Der sieht schön aus wie einer, der irgendwas klaut. Guck mal an den Schleuzer, eine Pobrebremse. Oh, sieht gefährlich aus. So, jetzt kommt mein Opa bei dem Bunker. So, wen muss ich verkloppen? Dem Harris, ja. Echt? Ne, ich kann keinen Mädchen hauen. Dem blunden Engel. Der war hübsch aus. Aber ich mag keine blunden Frauen. Warum? Weil ich das immer mit Dummheit assoziiere. Tut mir leid. Aber das ist mein Gehirn so. Ich mag die dunkle Haare gepfangen. Aber soll ich immer was sagen, Curtis? Ich stink sie mir in der Pipi auf. Oh, hallo, Oma Jutta. Hallo. Oh nein. Oma Jutta, die lässt den Johnny nicht aus dem Gefängnis. Die lässt du dir nicht aus dem Gefängnis. Der hat nur offene Akte und das wird gerade gekleidet mit den Sweetworkern oder so. Ein bisschen irgendwie runter. Ey, die mit der Brille ist aber schärfer. Ich glaub, die hat's faust, der kennt deinen Ordnung. Du bist so scheuer, Oma Jutta steht hier. Achso. Ja, die meine ich ja mit der Brille. Achso. Warum ist dein Gesicht alt, aber dein Bauchnabel jung? Weil ich... Kennst du den immer ein? Ich hab die ganzen Überschüsse laut hochgedrückt. Ins Gesicht. Hast du so eine Wäscheklammer hinten am Rücken? Ja. Eine? Du meinst, warum ich Bauch freitrag, aber nicht Rücken frei. Die hat früher immer Bauch, Beine, Po gemacht. So ein Laben, Alter. Dann hab ich mit der geschimpft mit der Jutta. Dann hab ich gesagt, hast du doch genug von. Mach doch mal lieber Titten. Ich geh mich bis hin umgucken, Moment. Okay. Ich hab dir das Titten ins Gesicht. Hallo, warum kommen deine Kahlen nach? Bedienung. Hallo. Das juckt einfach nicht, dass ich in die Waffenkammer gehe, ne? Das interessiert keine Saujunge. Hallo, Bedienung. Hab er ja was bestellt? Ja, das ist ein Fultenbote. Echt? Wie bei Coldys. Was denn? Okay. Ich seh hier eine Lässe. Greif da ja nicht rein, Oberflug. Scheiße. Boah, ich frag mal, ob die Bedienung bleibt. Warte mal, kommst du an den Schlüssel? Guck mal, da hängt der Schlüssel da. Wo? Da, kommst du mit deinem Arm da dran? Oh, dann bricht mir aber die Finger in den Augen, glaub. Ne, das wollen wir ja nicht. Jutta, guten Tag. Jutta, hier kommt keiner, der uns Essen gibt. Warum? Hier ist keiner mehr. Sind die alle? Ich will meine Spicy McDonalds haben. Los. Ich muss übrigens... Achso. Äh, du-du-du-du-du-du-du. Boah. Ja, ich... Nicht ohne Begleitung. Also... Mit Asher hier. Und dann wird nämlich... Was ist mit Asher? Ja, ich war mit Asher schon mal oben im ersten Stock. Ich mag die, ich mag die nicht mehr. Warum? Warum? Weil die will mich nicht küssen. Ja, kann man nicht übel nehmen. Soll das denn heißen? Ich krieg so eine, du alte Hexe. Du stinkst nach Knoblauchbrot. Deine Mutter. Nee. Entschuldigung. Bist du nicht mehr mit der Mila zusammen? Doch, klar. Okay. Ich will nur anfaken. Achso. Fick mal an, dann gibt die dir ne Bombe. Die kriegt ne Bombe von mir. Die würdest du eine Ware für später, falls die Mila nicht mehr klappt. Eichhörnchen. Sekunde eben. Einen Augenblick bitte. Wir kommen gleich. Wir kommen gleich, hat er gesagt. Haben die Töne zu gemacht? Normalerweise schreien die Männer dann doch, oder? Scheiße. Nope. Wir kommen gleich. Warum gehört denn nach keinem Frittenbude-Träger? Äh, Frittenbude? Meinst du da hinten in dem Raum? Ja. Ich wollte Essen bestellen. Nee, da ist keiner momentan. Kann ich 100 Mal im vollen Juni, ich bin sein Anwalt. Nee, aktuell schwierig. Ich bin der Herr Kohle ohne. Okay. Ich bin Anwalt. Sie sind Anwalt? Mhm. Okay, das müssten wir natürlich mal gegenchecken dann erst. Okay. Meinen Sie, das ist dann positiv für Sie? Ja. Was heißt das? Ja, dass das bestätigt wird, dass die Anwalt sind? Fragen Sie doch in der Handelskammer nach. Ja, müsste ich beim DOJ nachfragen. Nein, Handelskammer. Okay. Ja, aber bei uns musst du das DOJ bestätigen. Ich bin aber, weil der Handelskammer meldet. Okay. Ja, aber das gilt halt bei uns hier nicht, ne? Du, wir sehen nur noch Tantos. Ich muss mal eben runter zum, ne? Kann ich mitkommen? Nee, leider nicht. Bitte. Nee, tu mal leid. Komm schon. Ich verrate dir ein Geheimnis. Ein Geheimnis? Ja. Okay, erzählen Sie mal. Du, erst lässt du mich mal runter. Kann ich nicht machen, sorry. Na klar, du musst einfach die Tür aufmachen. Ja, das stimmt. Ich hasse die, ne? Den Schläger hast ja eine Hose. Aha. Weißt du, den Prostata Massageball in der Hand? Nee. Hallo, wie können wir helfen? Das ist der Ehrlichkeitsball und der fliegt gleich ins Meer. Mein vollen Juni ist im Gefängnis. Ich wollte im Fische Unterbäsche bringen. Moment, tut mir leid. Äh, Telefon. Leitschal ist alles bildisch bei der Wasser. Krüger? Krüger? Äh. Krüger? Deshalb die Nase. Ich habe da nicht mal Kaffeewerbung gemacht. Ja, ich deswegen auch. Vor allem in Arabica. Nach Kaffee aus dem Mund. Moment, jetzt Mike oder Freni Grüner? Mike. Also, Jutta, ich bin jetzt übrigens schon eingestellt, ne? Das geht ja schnell. Ja. Ich bin jetzt offiziell Taxifahrer. Hier kannst du mich immer kostenlos mitnehmen. Aber das Internet ist nicht Hardware. Ich muss nur jetzt sagen, wenn ich dann demnächst, äh, wie, wie ich mich vorstelle. Müsst du wieder gehen. Ja, und dann gab Taxikatschmarek. Guten Tag. Ja, aber das ist jetzt, wollte ich nicht letzte Saison oder Hausmeister sein? Geht wieder, Lano, kurz mein Internet. Ja, da drauf. Kann ich ja immer nochmal einen Hausmeister nebenher? Aber nimm dich nicht. Du bist nicht mehr der Jüngste, wa? Hallo, ich bin 45, ja. Ja, sag ich doch. Du bist nicht 45. Doch. Mhm. Ja, soll ich schon meinen Hausweis zeigen? Ja, das kann ich heute drauf kritzeln. Ja, ist nicht gekritzelt. 75, 45. Ja, ich weiß ja. Ich hab halt ein verbrauchtes Leben in Köln gehabt, also. Ja. Deswegen bin ich ein bisschen, seh ich ein bisschen alt aus. Ich schlache gleich alles zusammen. Wieso? Weil Julien so kommt. Äh, hab versucht anzurufen, aber der kann nicht. Der ist unten, der hat nur einen offenen Akt, aber das ist eigentlich geklärt, alles. Äh? Und der, wie heißt die komische? Mal die Gang-Scheiß-Dingster. Von der Polizei. Ja. Die Polizei, ziehst du mal weg, guck ich will irgendwas umwerfen. Wir sollen den Ball werfen? Schmeiß gegen deinen Hinterkopf und wir tun so, erzählen wir nichts gesehen. Ja. Warte, der dreht sich auf bestimmt. Mach so'n Clubball, wie a Pokemon Go. Oh Gott, am Schreibtisch umwerfen oder so. Jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt, oh. Jetzt schmeiß was um. Aber nicht mich. Oh, vorhin ging ein Bildschirm weg. Du warst schön, dass dein DNA da dran ist, ne? Was ist da dran? Dein DNA. Was ist mit DNA? Ich dachte, mein YouTube-Videos. Was? Dein DNA ist da dran in dem Ball. Was willst du denn von mir? Sprich mal mit mir deutlich. Ja, bist du dumm oder so? Der meint DNA. Sag ich nur. Ja, hat er doch gesagt DNA. Das ist Oxyribonuclein-Azid. Was? Ja, das trinke ich morgens noch einen Kaffee. Tetrahydro-Cannabinol. Krieg ich mal durch, was von. Oh, warte, warte, ich komme sofort wieder. Ich hab gesehen, ihr wird gekuschelt. Ja, das war grad was sehr Wichtiges. Was gerade unter Frauen. Oh. Ja, mal kurz weg, bitte. Was gerade unter Frauen. Oh. Ein Mädelsgespräch. Oh. Okay, ich geh. Hört sie? Was? Weil du mich umarmst. Hallo? Wie bitte? Ich will auch eine Umarmung. Was möchten sie? Eine Umarmung. Nee, ich muss jetzt einmal mit der Kollegin reden. Bitte. Nee, jetzt nicht. Ja, nun mal mich nicht. Bin gleich wieder weit. Komm, so gut. Bin alles wieder gut. Keine Sorge. Wenn nicht, frag mich nur meine Nummer. Okay. Jetzt hast du das Beste verpasst, Gertis. Was denn? Der Kopf hat den armen Mann, der da auf dem Stuhl saß, voll umgedreht. Warum? Eine Ahnung. Auf der Bank treten, ey. Da hast du die Zeigrimine geteilt, ne? Ja. Ja, eigentlich ist es. Mann. Die ist eine Fliege, die nervt. Was hat die denn? Ja, die hat ja irgendwie Krämpfe, glaube ich. Zuckungen. Guck mal. Die will jeden umarmen. Du Scheiße. Guck mal. Warte, stell mich mal da hin. Vielleicht bauen die Follower auf Instagram. Ich bin mal wieder bei der Formel 1 hier. Boah, ist das ein Saftladen hier. Vielleicht kommt Safety Car. Komm genau aus den Nerven. Das haben wir verdient. Du kommst in den Schreien. Ey, du musst auch mal rein. Sag Passwort. Dann nehme ich die Tür. Scheiße. Warte, du links, ich rechts. Ist das immer nur Frauengespräch? Nein, nicht hinfallen. Nee, aber ich bin gerade beschäftigt. Entschuldigung, der Herr. Nicht böse gemeint, aber... Ach so, das ist ein Polizeimann. Ich dachte, das wäre ein Robtochloser. Okay, ich gehe zur Seite. Wir dürfen dann nicht zuhören. Ich bin doch kein Obdachloser. Klar bist du ein Obdachloser. Sollt ihr zwei alleine sein? Genau, und kümmere dich mal um deine Frau. Ich rufe dich gleich dazu. Die ist nämlich traurig. Sonst mache ich dann. Die haben Beziehungsstreit, ne? Die zwei. Ja, ja. Der Obdachlose und die Pizzalfrau. Ja, ich glaube, der Obdachlose hat die verwechselt, die zwei, und hat mit der Kollegin rumgemacht, statt mit seiner eigenen Frau. Manchmal golft man falsch und sticht ins Falsche los. Ja. Hat dann quasi das Siebene Eisen in der Hand. Das ist halt scheiße, ne? Es ist halt nicht hier, dass ein guter Golfspieler bin ich. Ja. Du spielst Golf? Klar. Ehrlich? Und Curtis Rodman, bestes Spiel in der NFL. Wie, Curtis Rodman? Hast du noch nie mal eine Frisur gesehen? Hallo? Hey, der schlägt den Kaffee ultimalt. Was ist denn denn los hier mit der Polizei? Ja, die sind bekloppt. Da drin ist, glaube ich, irgendwie komische Luft oder so, weiß ich nicht. Ja, ich bin ja verrückt drin. Guck mal, der ist doch Obdachlose. Der hat doch vorne diese Marke, wo du immer zu der Tafel gehst und dein Essen kriegst. Und wenn du tust, hast du heute eine Flieche an? Ja. Hast du denn deine alte Haut getackert? Was glaubst du, wie das aussieht, wenn die Oma Jutta nur noch diese Fliege anhat? Wie ein Bienchen. Ja, dann kommt die zu mir ins Bett gesuppt. Ich glaube ja, dass das was anderes ist, wenn das macht. Das ist der Cotton Eye Joe. Was ist denn, hat der in den Hosen gekackt? Ja, der. Der vorne, guck mal. Der hat in den Hosen gemacht. Wie siehst du den da? Der vorne. Der mein rot Kappi. Ach so. Der hat einen Daumenbaumpisst da. Der hat das rein gehoben. Der guckt, ob die Hosen aus sind. Der hat seine Räume angehoben. Dreckige Schweine. Ich sehe ihn noch mehr kaputte. Der zeigt mir den Finger. Ich glaube, der hört, was ich sage. Oh, was ist das denn? Oh, was ist denn jetzt los? Da, Wilder. Das wird spannend. Ihr seht ja, ist ja viel geiler als im Würfelpark, oder? Ja, lass ihn mal hier abhängen. Ja, das macht man demnächst. Der nächste. Warum setzt du den Schall auf den Boden? Oh, ich schätze auf. Adio, Adio, Adio mehr. Jutta? Warum kommt Juni raus? Jutta? Ja? Jetzt gerne an deinem Bauchnabel lecken. Pah. Ja, dann kannst du die ganze Fussel dann mal rausholen. Boah. Gehen wir nachher wieder zusammen duschen? Ja. Dann seibe ich dich ein. Schön. Ja. Wenn du mir die nicht wieder ins Auge hältst, dann, ja. Was hält in dem Auge? Den Duschkopf. Der steht immer auf Massagefunktion, dann spürt die mir fast mein Augeapfel aus, ey. Geilste. Ich kann nicht dem Memo mal vorbeischicken, dann filmen wir das alles. Echt? Ja, du machst auch zwei Videos und so. Der Memo, ja, der soll da mal filmen. Aber der hat vor drei Kellner, ne? Na, dann mach mal das. Der soll die Steffi uns mal filmen. Die einen ersten Bürgerreiz im Griff hat, dann kriegt ihr das hin. Ich will jetzt zu meinem Freund. Bist du, äh, bist du mit dem Auto, oder? Ich bin mit dem Auto hergefahren. Bin ich eigentlich? Ach ja, ich bin mit dem Auto hergefahren. Ich frag mal den Putschamon. Hallo? Hi. Bist du von der IA? Ja. Kann ich zu meinem Freund Johnny? Wenn es um alle Einheiten Dinge, also alle Dinge, was Esel betrifft, das machen wir. Ja, das sind alles Esel da drin, ne? Ne, eben. Aber die Polizei, meine. Kann ich zu meinem Kumpel Johnny? Äh, sitzt der unten im Dings, oder was? Ja, der hat eine offene Akte, aber das wird irgendwie geklärt von dieser Einheit, die für die Straße zuständig ist. Das werden wir, ja. Ja, genau. Ach so, im Weg geht es da. Johnny Trullow. Und der ist mit einem von euch im Gespräch die ganze Zeit und jetzt wird er wieder verhaftet, deswegen. Obwohl er schon gegessen ist. Ich glaube nicht, dass der ein Spitzel ist. Ich denke nicht. Und ich stehe ganz allein jetzt, ja. Und die zwei haben Beziehungsprobleme. Ach, der hat noch einen Jobraub offen. Ich glaube, der ist mit einem von euch im Kontakt Franklin oder so, heißt der. Oh. das ist da weiß ich da noch liegen kann 0 der hat doch kurzen unsere bezahlen wie sowas den haben sie schon mal eingepackt also ihr habt den eingepackt wenn er kurz und auch also es sollte eigentlich nur ein klärfall sein also das ist ja und jetzt sollte festgehalten ich will runter ist langweilig und ich habe schon immer mehr und papa mitgebracht ja also runtergehen ist aber geht leider nicht aber ich bin ein anwalt kann ich mit den anwaltsausweis sehen den habe ich gerade nicht dabei waren sie nicht eben noch pd-chef ja dass ich bin alles ich will ja natürlich das ist nach dem klärfall aus also das ist wirklich denke ich mal ein bisschen nur das ist quasi schlimmer als verhaftet werden das ist bürokratie wird dann ab damit zum klärwerk ja das ist wie kann man trinken und bilden wie macht ihr das hat auch redner könntest hast du schon gut das neues auto gesehen macht er so und schon mal eine runde mit das ist ein ein wie heißt es ist der Frieden nur laureider wenn er in den bauern mal gepackt oder sicherlich lässt sich der bau und sind am wackeln eine herrn betritten die wackeln noch drei Stunden bis ich ausgeschieden bin die wackeln ist man wunderbar die klatschen dann auf die oberstehen woach jetzt ist jetzt wieder der nach dem feinem Kuchen ja auch lecker schön und dann drauf geschmiert ich sag das muss unten geklärt werden das ist halt aber auch also ich denke mal es ist nur bürokratie also da ist jetzt nicht dass er jetzt wegen irgendwas verhaftet wurde noch mal zahlen muss oder so ein shit außer natürlich hat seinen gerichtstermin oder wenn er sowas schon hatte nö der musste sich jeden tag immer melden irgendwie so war das auch gemacht ja klar wenn der war eine ganze zeit im krankenhaus dann hat Jack das gemacht für den aber das war immer okay und gerade haben wir gesehen wie der Herr fische fisch verhauen wurde der schreit an echt der hat nämlich der hat nämlich uns bedroht mit mp3 player mit mp3 player mhm der wollte bestimmt die Spice Girls einmachen ich kann mal runtergucken und mal nachfragen Dankeschön kann ich auch so einen Knopf im Mauer haben? nein warum? weil ich verstehe nicht warum das illegal ist ne? na es ist halt Staatsausrüstung das ist halt ja aber das kann ich nur wegkratzen ich will da auch immer so rrrr ja ich höre sie rrrr machen wird das Mikrofon nicht essen? das jeter leider nicht ne? doch ich besorge mir so einen Teil Patrick an Spongebob Patrick an Spongebob irgendwann gib mir einen oder sowas die lecker Schmecker sind Göllern ich geh jetzt mal runter Dankeschön wir sollten alle die verrückten vom Stadtpark herbringen ja und immer hier Rap Party machen aber ohne Musik wissen wir das Highlands Party jeder macht sich seine eigene Musik auf Kopf gemacht ja genau boah geil oder wir machen so Zeichensprache Rap hm das heißt ich stege gerade in der Bar ok oh Telefon Harry ja guten Tag ich bin am ich bin am Polizarebier weil Johnny wird verhaftet hey ich wollte nur mal fragen ob ich jetzt hier frei rumlaufen darf oder ob ich lieber nochmal in eine Homeoffice gehen soll was meinen sie mal frei rum ähm ruf mal den Jack an hast du deine Nummer? nee der ist bestimmt schon 10 ne? ja ja geh ruhig aber melde dich morgen nochmal ok ok gut aber es ist wichtig dass du dich meldest ne? ja ok gut auch ein Ohrkrieger ja ich bin noch fein oh oh da ist jemand zuhause wisst du was ein Ohrkrieger ist? was? ein Ohrkrieger nee ein Ohrkrieger? mhm er ist doch eher äh aus äh äh das kenn ich NBW Pommes Pommes Ogrima genau Selama Aschela Nore ja Loktaoga ist das ne Polizeifrau? die ist so hübsch für ne Polizeifrau Mila hat auch ne Polizeifrau ja aber mit der Minirox die ist so hübsch oder die guckt sich dein Auto an und deine Handschellen ist plush macht was an deinem Auto Jutta sag mal ja schlag die geile Haare ziehen hey hey das ist unser Auto hallo 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 schöne Frau boah glaubt ihr hört uns nicht oder? hallo Mensch klopf mal an hallo hallo ich glaube das ist kein Zuhause guck mal die hat doch keine Nase die sieht von der Seite aus wie die junge Michael Jackson guck mal hallo 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 die hat doch keine Nase die sieht von der Seite aus wie die junge Michael Jackson hallo richtige Zwinges aus der Gibnen hallo hallo die hat eine römische Türklinke im Gesicht ja scheiße boah die hat schöne Brüste aber hallo übertreiblich ja aber guck mal das hier sehe ich das ist ja die Mutter war ne deutsche der Vater war ein Mops hallo 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 und jetzt will du besser ja ja hab ich über den Beziehungsstreit geklärt ich hab keinen Beziehungsstreit alles gut sondern alles gut egal warum ich bin Paartherapeut ich bin einfach nur ein bisschen im Stress gerade warum bist du ein Snicker spontan was äh auf die Reihe kriegen was denn Hochzeit ne fast oh kann ich auch dahin kommen ich glaub nicht ich schmeiß noch mit Reis alles gut warum äh ich wollte jetzt ins Bett ich wünsch ihnen noch einen schönen Abend aber es ist doch nur ja für mich ist es Bettzeit ok jo jo gut wie gesagt ich wünsch ihnen schönen Abend ne das sagst du nur dass ich taugisch bin nein wirklich tschüss schönen Abend tschüss tschau alles geklärt was ist jetzt mal in meinem vollen Journey wie heißt der Journey to Love ja der ist nach unten der wird aber auch glaube ich erstmal heute nicht mehr rauskommen warum das denn nicht keine Ahnung da bin ich nicht mit dem Fall betraut ich hab schon meine FB Connection geholt dann müssen sie es doch wissen ja der kam noch nicht nach oben der ist nur unten FB ist sowieso nicht mehr unten du ich brauch meinen Freund sonst bin ich alleine ja das tut mir leid aber ich kann ohne den nicht schlafen der ist wie meine Kuscheldecke das ist wie ihre Kuscheldecke ja kann ich auch ins Gefängnis sollen haben sie denn eine Straftat begangen nur aber ich kann nur auf den Tresen kacken ne bitte nicht du dann bekommen sie nicht in den Knast dann schlage ich Autos bekommen sie auch nicht in den Knast das ist nur eine Sachbeschädigung dann verkaufe ich Drogen ich hab uns doch ohne den Freund oder willst du ein Kilo Quack kaufen ne danke Moment ich hab kurz ne Moment vielleicht stell das LSPD ich sprenne aus der Krüge ich mache dir einen guten Kurs der hat gesagt Juni komm nicht mehr raus heute nicht mehr ja aber der hat eh keine Ahnung der ist nur eine Leitstelle das ist der Typ der den ganzen Tag herumsteht nix zu tun hat ja der nie die Welt draußen sieht der ist nie erfahren wie die frische Luft riecht ja keller Kind der nie weiß wie Joghurt richtig schmeckt genau ich brauche meinen Freund was soll Jutta sonst kann sich auch Juni um dich kümmern mhm Jutta kann Sachen anstellen und da hat es äh ja ich kann den Herd anstellen ich kann die Mikrowoller 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 anstellen Bolli kriegt jetzt was zu holen nein hör mal zu ja deine beiden Eltern sind traurig und sitzen im PD und du kommst nicht mehr her und kümmerst dich um die wo sitzen die? im Polizeirevier ja wo soll ich das wissen ich kann leider gar nicht bei ihm sein ich muss jetzt zum Einsatz äh okay dann komm mal her ich komm leider nicht raus tschüss ja ich kümmer mich um die Schuhe die ganze Zeit ja ich gehs außerdem ist hier eine Leitstelle ich brauche eine Bombe wer? die Leitstelle die hat zu Oma Jutta gesagt dass sie hässlich ist und stinkt warte zu deiner Oma Jutta zu deiner Mama ja zu meiner Mutter ich dachte du bist irgendwie auch boah ne ganz ehrlich boah ne ne okay ich bin auf dem Weg tschüss jalla hm Aschenbecher kommel jetzt oh und dann nehmen wir den Club auseinander dann kann die unten den Johnny rausholen mhm also wir benutzen den als Rambock wir schlagen die so lange im Kopf gegen die Tür, dass die aufgeht den Kopf äh die Tür auf und der Säschchen mhm ja gehört das hier sind ganz viele weiße Leute die mit Autos angefangen kommen und ballern hier rum wo? bei uns am Junkie Park auf wen schießen sie? auf unsere Leute blaue Hose keine Ahnung wer ist denn bei uns? äh ich glaube ich hab den Maxwell oder wie er heißt gesehen und dann war da noch einer das sind schon drei viele Leute von die haben schon drei viele Leute von und da sind zwei Aros angekommen voll gesetzt mit weißen Menschen also weiß gekleidet ja ich würd grad sagen weiße Menschen machst du eine Maske halt wie? äh du kannst ja jetzt mal machen schmeißt man die aus der Wartenkammer rein die machen das schon ich glaub weiße weiße Flags ja da sind glaub ich die Australian schon die da sind so ich glaub die sind unterwegs die machen das schon ja da sind ja sind die mal nur da? ich guck mal kurz warte der hat mich wegrennen lassen der Penn oh oh da ist der Johnny äh ja auch knapp ne der sieht jut aus der sieht jut aus die blauen kurzen Hosen rennen hier rum ich glaub die haben's geschafft wer rennt da jetzt rum? wir oder die? wir ja siehst du was? machst du dir Sorgen ja der Hase hat wieder seine Luftpumpe ausgepackt ja da musst du dir keine Sorgen machen okay der Junkie Park ist stramm die sind Haare also mach ich nix ne kann ich die aus wenn die auf dich schießen klar dann rette dein Leben kann ich die ausziehen? was kann mach du was du willst wenn du da du wohnst da wenn die einfach kommen und auf dich schießen dann musst du dein Leben schützen darf ich ich hab hier ich hab hier jemanden Curtis ja dann dann halt ich an die Leute von uns die da sind okay ich halt mich bei denen ich hab Opa und Uta im Gepäck alles klar ich halt die Stellung da ist der Johnny Curtis von wegen die bleiben die ganze Nacht hier da sind schon Bilder so welche bei uns die schießen einfach echt? aber die sind alle im Dreieck schon ja das ist gut toll wieso ich will auch mal mitschießen aber hä? wirst du denn nicht ne Kugel zwischen dem Auge trifft? dann hast du deine ganze Woche ein Pflaster klicken das ist nicht schlimm aber ich will euch auch mal beschützen wir gehen gleich hin okay ich ruf mal aber wir müssen noch warten jetzt kommt erst mal die Asche oder? ja ich hab schon ein bisschen Angst wenn die jetzt kommen immer so aggressiv hat der jetzt eigentlich geklärt ob das deine Tochter ist Jutta? ja nö ganz schön langsam beim EMS wartet mal ab bis ich da bin dann geht er sich alles ja gehört es die Oma Jutta ist bald beim EMS ja kümmert sich dann immer gut um dich wenn du verletzt bist mal warte ich muss den Johnny holen ja schönen Abend Johnny ich bin der Bursch hör mal zu ja da sind Leute mit weißem Fleck bei uns die schießen also unsere Jungs und so Opa will die Wurm kommt zum Park ja wir kommen ich hab keine Knarre ich geb dir eine ich hab drei Stücke ja gib schnell Oma ist die voll? ja komm du musst fahren schnell schnell ja sei doch mehr ich muss kurz Waffe annehmen jala 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 aber der Harry meinte die liegen oder so wer liegt? ja die mit dem weißen irgendwie so ähm fangst du jetzt ja auftauchen da sind wir jetzt schießen wir wo die? hallo ja 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 der ist hier in meinem Park warum kommen wir die im Park? ja das weiß ich auch nicht weil die sich ein Brettchen gefragt haben wo sollen die anderen? welche anderen? von uns liegt da oben auf dem dach um das nicht schmeckt nein nein wir lassen den schweck wo bist du bist du wie viele waren das zwei autos wie geht es denn hier oben ich habe die schon stabilisiert und so aber dann darf ich ein bisschen drauf drücken hat profi kletterer geht es gut ja mir geht es gut ich bin umgeknickt ich muss mich kurz entspannen nicht angeschossen wollen sicher ganz sicher nicht ok wer ist der hier das ist der max und wer ist der hier das ist einer von der foldern foldern ja ich weiß nicht warum die hier sind herr folder ja das sind doch so mafia typen ja ich weiß auch nicht nach nicht das ist nicht die folie das ist die aus der rennschau glaube ich aber warum kommen die her soll ich das erklären haben sie mal mit das ist ein jank geparkt ist kein ganktürf wir haben ja unsere nachtschicht betrieben kennen sie ja 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 aber das ist das problem die folder wissen angeblich dass wir das waren und die auch aber die massen getragen ja massen getragen alle unterschiedlich alle unterschiedlich ausgesehen und markierte karren ja und die ganze stadt weiß dass wir das sind okay helfen wir erst runter danach kriegt der kabelbinder der typ der kriegt erst kabelbinder wenn der unten ist vorher kann der irgendwie mit schmerzen runterklettern ist mir scheiß egal habt ihr hier oben alles im griff ich denke schon auch neu oder sag mir nicht der vollidiot ist jetzt nein alles gut okay gut oder willst du machen redjampig gucken sie mal in den kofferraum was für ein kofferraum hier von dem auto ja die haben bretter gekocht die haben die seite mitgebracht warum kommen die verfickt noch mal zum junkpark und sonst wie warst du dein tag nimm mal die nummer und schilder ne ach genau danke danke du bist ja schon verbunden ja drück noch ein wenig drauf mal ich soll dich schon verarzt wo soll das nur enden ich glaube den anderen geht es gar nicht so gut hier liegen ein paar das kann doch nicht so so weitergehen hier mal den krieg immer lässt sich alles gehen ich möchte keine gewalt anwenden warum läuft er weg warum wer bist du wenn du mich noch einmal deine freunde nennst dann kriegst du einen zack du kriegst eine bombe vibe du kriegst eine bombe ich hab hier gerade sachen zu klären ja sag nicht ich bin deine freunde weil ich mich für sie nicht haben wir sind die besten freunde ja das schon aber nicht kussi kussi was für kussi kussi hast du schmankkuss das hat willi gesagt woran will denn ich das luchte wer kriegt jetzt die bandagen und alles wer bist du denn alter ja jacks jacks siehst du das jankypark geht auch nochmal nach der haufe weißt nicht geh mal da von neben die ecke jacks gerade aus in rechts ja du gehst mit dem telefon ja du stehst doch drücken ist ja stimme auf lieber ich ja du knister wenn ich wir kommen im park und greifen hier vorne zu den anderen warten sie mal hallo deswegen warte hier wir sind zu viele menschen das ist echt zu viel mama war gleich ins bett ja ich brauche es nicht wie du gehst du gehst nicht ins bett ja doch man kann doch quatscheln wir sind doch endlich die aldis erklärt ich ja ich hab mir auch schon gefragt aber der wollte mir sagen dass du da vorn hingehen er hat er kommt dann machen wir dann schütze ich dich dann stütze ihn doch ein und dann gehen wir da vorne ja stütze ihn mal wehren dass ich mir umgeknickt ja ich mach das ja was soll ich dir sagen da oben war rutschig wenn du mit der flipflops kein wunder hey 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 bringt die mal alle schön hier in die ecke rein alle in der ecke mit denen immer ran immer ran die ecke ist frei da ist noch ein bisschen platz für die herren grüß dein vater jetzt aber da haben wir ein pstülchen ach der kicke ist auch wieder pistolen diga ach schlack wie wird sich denn das ja scheiß mal scheiß mal erstmal auf die knallt scheißen alter nein diga meinst du schon Bock dass hier noch einer rumweilert nein er hat doch mal einer hier rumweilert ich hab schon alles gesehen ich hab schon wirklich alles gesehen jetzt erklär mal was sie hier sagen ok warte ich sag dir das und die aufgabe war ja was auch vorhin kam warte warte bevor du erklärst nimm mal alle die masken ab das ist scheiße mit masken alles gut alles gut ich mag lieber fax so vorhin der was hier hinten läuft so genau dasselbe kam bei uns vorbei mit glaube ich fünf anderen oder vier anderen und haben uns die fleck abzogen was die scheiße auch immer soll leute warte wer hat er durch den fleck abgezogen ja da hinten woher willst du das denn wissen ja weil da vor mir stand genau dasselbe outfit genau dasselbe dings es ist einfach so selber outfit selber war und ich sag euch noch was ihr wart bei der nussfarm richtig was für eine nussfarm wo ist denn die nussfarm überhaupt warte ganz kurz ihr hattet bei der nussfarm eine knallerei richtig mit dem kopf so weißt du warum ich weiß ja nicht was du treu die mexikaner ich möchte mich erklären lass den kurz ausreden die mexikaner haben mir den tip oder beziehungsweise in uns tip gegeben dass ihr das wart ein kopf ging zu ihnen hey hast du die ganze warte bei denen warte mal sag einfach die wahrheit warte bei denen ja habt ihr den fleck weggenommen ist scheißegal ob ihr das recht habt ne fleck weiß ich nichts von wir haben waffen weggenommen hast du die ganze zeit die maske aufgehabt ja ja und ich hab die auch hier erst ich hab mich danach umgezogen wo ist deine mutter du hast die ganze zeit die maske aufgehabt naja normal du jeg meinst wir machen sowas unmaskiert guck mal wir sind danach wieder hier hingekommen und als wir hier alle geparkt haben und ich war schon da oben weil wir dings und sowas gedacht haben dann war ich da oben hab ich dann diesen ausgestiegen hab ich gesagt okay hab ich wieder fleck runter und dann haben wir geprettet bis dahin ich hab auf jeden fall die ganze zeit maske an rammel 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 glück glocken ich hab dich noch mal dass was beim imas zu von Und der Typ, den du gerade erkannt hast, der hat eine Maske getragen? Nein, ich frag dich nochmal, der Typ, der bei euch war, den du gerade erkannt hast? Und der hat auch den Fleck angehabt. Seid mal ruhig bitte. Warte, 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 warte. Seid mal ruhig bitte. Und dazu kam das mit dem Exis. So, wir haben die Infos bekommen. Ja, ist alles okay, aber der sah genau so aus wie der. Bist du dir ganz sicher? Genau so wie der. Überleg dir gut, was du sagst, ne? Orange-Blau kann jeder anziehen. Überleg dir gut, was du sagst, ob ich genau das selber anhatte. Ne? Und Kollege, ey, ich bin so'n scheiße. Ihr klinkt mich mal wieder aus, ich hör nur zu. Zweitens, äh, die Sachen kriegst du mal eine Antwort beantworten? Der sah genau aus wie der Typ. Ja, der merkt schon, dass er dumme Aussagen macht. Nee, war das dumme Aussagen, Alter. War das dumme Aussagen, Jungs, Alter. Ja, chill doch mal jetzt. Es ist einfach so bisschen hergefahren auf den, auf den, auf den Anruf und auf den Call. Nein, das ist doch komplett egal. Die Frage war doch, ob das der Typ war. War das genau so aus wie der, der jetzt gerade gestand? Den du gerade kannt hast? War das genau so aus? Keine Ahnung jetzt. So. Nein, nein, keine Ahnung. Ja, hör doch zu lachen. Warte, warte, warte. Das Einzige, was heute Abend dumm war, ist, dass die hier hergefahren und einfach umballert. Es waren fünf Leute. So. Fünf oder sechs Leute. Und ich, ich sag das so wie es ist. Es ist mir scheißegal. Was ist dir scheißegal? Nochmal. Wir haben die Info bekommen. Wir haben die Karren gesehen. Fakt. Ja. Wir haben mal einen Sporter gehabt, der auch hinterher gefahren ist. Und der hat gesagt, ihr seid da hinten rein. So. Und das war einfach so. Und der ist aus der Karre hinten da ausgestiegen. Und dann im Endeffekt waren die Leute am Dach oben. So. Das ist der Grund. Warum, warum versucht ihr nicht mit mir zu reden? Warum kommt ihr hier rein und sagt zu einem von meinen Leuten, der soll die Hände hochnehmen? Ich sag dir, warum die das nicht machen. Weil die jetzt ein Brett bekommen haben, aber der Typ denkt wahrscheinlich, morgen sind wir 20 Leute. Dann kommen wir nochmal. Okay, andere Frage, warum waren die schon auf die Dächer? Hä? Weil die immer auf die Dächer stehen. Das ist doch scheißegal, Digga. Das ist doch komplett egal. Das juckt ihr schon scheißdreck auf welchem Dach wir stehen, Motherfucker. Uhhh. Wer hier auf dem Dach steht und wer nicht, das tut nichts zur Sache. Ah, okay. Ja. Hä? Und wir kommen hier an. Darf ich nochmal? Nein. Warte, warte. Und wir kommen hier an und das wird losballert? Komm mal mit. Komm mal mit. Nachdem ihr? Warte, 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 warte. Du kommst hier her mit 5 Leuten oder weiß ich nicht wie vielen Leuten ihr seid. Ihr kommt hier rein, haltet an, steigt aus und fangt an rumzuballern. Und wir sollen jetzt angefangen haben? Nee, ich hab angefangen. Ja, sag ich auch. Ja, sag ich auch. Ja, sag ich auch. Dann haben wir ja angefangen. Okay, aber, aber, genau. Aufgrund dessen, dass du hier jemanden von meinen Leuten hochnehmen willst. Ich seh, oben vom Bach aus. Ich hab den gehen lassen. Du kannst ihn fragen. Ich hab den gehen lassen. Ich hab den hinter die Karte sogar noch geschickt. Das sah aber anders aus. Frag ihn. What? Ich hab den hinter die Karte schickt. Ich hab den hinter die Karte schickt. Ich hab den hinter die Karte schickt. Ja. Ja, kann jeder tragen. Aber in der Summe an Indizien, die wir bekommen haben, die uns gesagt wurden, wollten wir hier hinfahren. Komm mal mit. Und dann haben wir hier welche gesehen. Und dann wollten wir erstmal, weil wir keinen Bock hatten, wieder abgefuckt zu werden, den Leuten Hände hochnehmen. Und dann kann man quatschen. Weil wir davon ausgehen müssen, dass diese Leute, die bei uns waren, sehr gerne auch mal, ne? Okay, ich sag euch jetzt mal was, okay? Ihr kommt nicht hier hin und nehmt irgendjemanden oder sagt irgendjemanden, der soll die Hände hochnehmen. Habt ihr mich verstanden? Okay. Das Ding ist halt, warte mal. Genauso wenig will ich das, dass irgendwelche von uns zu euch gehen und euch die Hände hochnehmen. Und darf was machen. Genau. Außerdem ist das, wie gesagt, kein Gangturf, ne? Hier chillen alle. Hier chillt ein, sagt sieben, ja, hier chillt jeder. Und gerade hattet ihr einfach nur Glück, dass keiner von den Leuten da wird. Weil sonst hättet ihr jetzt Probleme mit 50.000 Leuten. Das Ding ist, ihr müsst auch uns verstehen. Ja, ich verstehe das doch, aber dann kommt, dann kommt doch einfach und dann... Ja, aber dann habt ihr jetzt den Beweis dafür, dass die Infos scheiße waren und dass die Infoquelle kacke ist. Ja, pass auf. Aber nun mal, dann hätte ich Jeff angerufen, so. Weißt du? Oder ich hätte auch, ähm... Ja, wie heißt das denn? Ich weiß jetzt nicht. Da war ein schöner Cap-Trakter meistens. Ja, Bruder, wir waren gerade. So, normal hätte ich die auch angerufen. Aber... Ja, dann musst du das moden. Egal. Ja, aber siehst du halt so ein Ding. Ganz kurz nochmal kurz, wenn einem die Flag abgenommen wird. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das bedeutet. Aber Karne war doch nur was zu dein Gesicht so angemalt. Auf jeden Fall... Ja, dann muss ich auch nicht weiter reden. Ich hab euch grad... Ich hab euch grad gesagt, dass ihr jede Gang chillt und so, weil das ein Junkie-Park ist. Na klar, wissen wir. Und hier fährt auch jeder durch. Wissen wir, was ein Flank ist. Ja. Aber ich hab grad hier einen dummen Spruch bekommen. Aber das ist doch total dumm, nach hinzufangen. Du hast einen dummen Spruch. Ich mein, ihr könnt euch da... Hält mal die Klappe. Ihr könnt euch dazu entscheiden, hinzufangen. Ist alles cool, aber guck mal, in was für einer Situation wir jetzt sind. Das Ding ist, die Situation, wenn ihr um uns das Wort gebt, ihr gebt uns jetzt das Wort, dass ihr mit diesem ganzen Scheiß, der die letzten Tage hier in der Stadt passiert, dass Flags abgenommen werden, dass Leute überfallen werden aus nichts, nichts zu tun hat. Das ist euer Wort, was ihr uns jetzt gebt. Okay, aber warum warte mal? Komm mal, warte, ich kann dir jetzt schon sagen, es kann gar nicht gewesen sein, dass wir die letzten Tage unterwegs waren, weil wir teilweise alle Leute erst aus dem Knast gekommen sind. Ja, es waren ja nicht immer so viele, aber ganz ehrlich, wenn ihr euch euer Wort gebt, dass ihr nur nichts zu tun habt, ist das für mich fit. Junge, also ich kann dir mal... Ja, das hätt ich nach der Schießerei nachdem ihr auf die Fresse gekriegt hast oder was? Nee. Du willst ein Wort entfordern, du dachst hier im Dreck, bei uns. Ja. Das kannst du nicht machen. Ja, dann will ich... Ja, gut. Aber woher habt ihr denn die Infos? Von den Maxis, Mann. Wer sind denn die Maxis? Wer sind die Maxis? Was für Maxis? Okay, ich hab noch nie hier Maxis gesehen. Ja komm, sag mal, wer sind Maxis? Außer diesen Sancho. Ja, diesen Sancho Piepstimme oder was? Sind das diese Hampelmänner, die auf Dings gemacht haben? Hier, Nachbarschaftswache. Ach, sind das die mit den... Mit den Gucci-Flex? Nee, mit den... Nee, mit den Charles. Sind das die? Wo musst du denn hören? Ach, die haben Crankhaus, meinst du? Die Maxis. Rückt raus! Sag doch, wer die Maxis jetzt sind. So hast du mir deinen Namen eh schon gesagt. Wenn ich danach gehe, kann ich eh herausfinden, wer das ist. Wenn nicht. Hallo? Ja, ich bin... Ja! Ja, hau auf! Die T-Shirts sind auf einmal zu Ziegelsteinen geworden. Wir reden gegen eine Wand. Ja. Sind das die noch ohne mit dem Charles? Ja, die Cops sind zu denen gegangen. Punkt, Ende, aus. So, fuck. Sind das die mit dem Charles? Was? Steht man ja oder versteht man nein? Was? Die Cops sind zu denen gegangen? Ja, die sind hingegangen und haben gefragt. So, fuck. Und das sind die Jungs von euch einkassiert worden, richtig? Wann? Wann? Egal, ich lasse es einfach auf sich beruhen. Nein, wann wurde denn dann... Wann wurde denn jemand heute reingepackt? Wo ist denn diese Nussplantage überhaupt? Nein, ich heute. Sag mir erstmal, wo die Nussplantage ist. Dann kann ich ja sagen, ob da wird deutlich von uns reingepackt. Keine Ahnung, wo die ist. Was ist denn die Nussplantage? Ja, selber. Dann merkst du selber. Oh, ich kotze dich. Ja, im Norden oben. Was sollst du denn sagen? Norden. Ja, aber nur weil irgendeiner irgendwas mag. Dann... Aber nur weil irgendeiner irgendwas sagt, dann checkt du vorher selber mal. Aber das stimmt. Das stimmt gern mal. So, und dann das stimmt, habt ihr allen Grund dazu herzukommen und damit Johnny zu quatschen. So, und dann, ne? Wie gesagt, das ist kein Gang-Turf, Mann. Und dann wird dann nicht... Aber dieses Rumballern. Die sind... Da waren Leute, die wieder irgendwelche Leute abgefuckt haben. Die haben sich dann beschossen bei dieser Maxi-Farm. Das ist da oben Erdbeerfeld-Ecke in die Ecke. Ja, aber weißt du, wie oft hier schon Leute waren? Lost und so. Die gesagt haben, wir haben irgendwelche Leute abgefuckt und wir machen gar nix. Was hat das mit euch zu tun eigentlich? Lass mich doch eben erklären, wo wir die Info weg haben. So, und dann... Ja, was hat das mit euch zu tun? Da hat einer von den Maxis, hat da mit dem Cop gesprochen und der hat anscheinend ausgeplaudert, dass Leute von euch hier da festgenommen worden sind. Deswegen, weil das eben auch in gemischten Flex war, war halt die Vermutung nahe, dass wir hier hin müssen. Aber du kannst noch... Ja, ja, ja. Weißt du, auch für die Vermutung. Was ist, wenn jetzt morgen Logan zu uns kommt und sagt, die mit dem weißen Fleck, die haben an unserem Baum gepisst. Sollen wir da mit 20 Meilen auf den Dächer stehen und nicht abknallen? Das kommt noch ein bisschen dazu, ist da grad ein bisschen empfindlich, weil irgendwelche Leute in unseren Flex auch scheiße bauen. Ja, aber das sind... Ja, aber das sind... Ja, aber das sind... Dann habt ihr doch nicht das Recht, hier hinzukommen und hier irgendwelche Leute hochzunehmen. Pass auf. Ich hab eh nix davon. Ich weiß euch gesagt nie, was passiert ist hier grade. Guck mal, Gangster einmal eins. Das nächste Mal, wenn ihr Probleme habt, dann ruft ihr die Leute vorher an, wenn ihr denkt, dass die das sind und dann versucht ihr das so zu klären. Und ihr kommt nicht das nächste Mal hierher und fahrt hier rein und wollt direkt Stress haben. Und die Bretter, die ihr da im Kofferraum habt, damit könnt ihr euch jetzt ein Schiff machen und dann könnt ihr irgendwo hinreisen. Die Arche Noah nachbauen oder so. Ganz so lustig, oder? Ach, halt am Maul jetzt. Wenn ich will, bin ich für dich Mario Bart. Ja, ihr müsst jetzt auch nicht pisst sein, das ist halt so. Keine Ahnung. Warte mal, Shiny, 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 das sagt mir was. Ja, hab ich auch schon gehört. Das war doch der Frech. Ich bin hier die ganze kleine Mucke ab. Warte mal, warte mal. Der Drogenlieferant. Wir haben nicht zu shooten begonnen, Mann. Wir haben nicht zu shooten begonnen. Ein bisschen herkommen sofort. Ich hab den hinter die Dings gekriegt. Dann frag ihn. Shiny, ich sag dir jetzt mal was. Du hast meine Nummer. Ja. Ich hab da keinen Nerv darauf, alter. Ich hab da keinen Nerv darauf, alter. Jetzt nicht mehr über den Klamotten, sondern über die Flag, so. Damit du ein Erkennungsmerkmal hast. Das ist schon richtig so, wenn einer kommt und mit der Flag Faxe macht. Aber hier hinkommen und shooten? Keine Ahnung. Müssten die halt wissen. Was ist denn der Typ mit dem Anzug, alter? Erstmal Ball flach halten, weißt du? Nein, jetzt. Schlaf gut, Maisel. Das fühlt halt zu nix, das. Sollen die anrufen, alter. Der Johnny macht schon ein paar Lava, wenn die so über Team Scheiße bauen. Willst du jetzt Gangkrieg haben, alter? Ja. Was ihr wacht, wo ihr irgendwo ein Dread kriegt, ist um Scheiß egal. Aber hier nicht. Wer hat das nochmal gesagt? Die Maxis. Ja, die Maxis. Keine Ahnung. Angeblich, angeblich sollen wir da gewesen sein und die irgendwie gefickt haben und dann wurden wir gefickt und keine Ahnung. Nein, nein, nein. Der wurde es nicht beschossen. Ach, was soll ich jetzt? Mein Gehirn brennt weg, ne? Ach, tu dich, alter. Soll ich mir Geld von denen nehmen? Ach, Quatsch. Ich kann das so nicht einfach ziehen lassen. Doch, Blutgeld. Mann, was quatschst du da, Geld? Ich versuchte einfach noch zu überfallen. Was überfallen? Die haben versucht den... Die haben den Harry angequatscht und dann haben die den Harry wieder gehen lassen. Das kann Harry mir im Telefon schon sein. Ach, Mann. Ist mir jetzt scheißegal, die sollen sich jetzt gleich verpissen. Passiert das nochmal, dann renne ich da jeden Tag rein. Ist mir scheißegal. Es gibt zwei Sachen. Im Wilder sehen das jetzt eine. Man kutscht nochmal. Oder der eine ist so in seinem Ego gekränkt, dass der denkt, okay, morgen mit 20 Mal. Und dann platzt mein Arsch auf. Lass ihn nach Hause laufen. Lass ihn barfuß laufen. Lass ihn barfuß laufen. Lass ihn barfuß laufen. Lass ihn barfuß laufen. Hast du gehört, Onkel? Ey, ich wohne hier vorne. Ja, die wohne ein bisschen weiter weg. Ja, sollen sie barfuß laufen? Ja, aber eh, oder nicht? Die haben doch schon ein Brett bekommen. Ja, aber... Das schmeckt. Und auf dem Weg können sie nachdenken. Ich bin ja kein Gangster. Ich bin ja mehr so... Ja, was quatscht du denn? Ich bin ja... Halt die Schnauze. Ich knall doch keinen ab. Ich lass ihn nur barfuß laufen. Ist doch nicht schlimm. Du läufst gleich barfuß. Soll ich mir schon was ziehen? Pff... Reizen. Das definitiv ihr sein müsst oder der Kiez. Dann war die Situation, dass wir da jetzt langgefahren sind. Die Karren gesehen haben. Und natürlich hierher. So, und dann war das Shooten von oben. Wir haben natürlich zurückgeshootert, ist logisch. Ihr habt die Karren gesehen. Welche Karren? Warte, warte, warte. Ähm... Und den einen Kollegen, der hinten bei mir stand, den hab ich natürlich wegschüttelt. Mal kurz neue Munition. Das war's, Leute. Das war's Leute. Und mehr geht's nicht. Und wenn da wirklich Müll baut, warte. Und wenn da wirklich Müll baut, warte. Und wenn da wirklich Müll baut, warte. Und wenn da wirklich Müll baut ist. Ja, wo war nicht. Ich muss auch mal echt dringend ins Krankenhaus. Ich lass euch jetzt gehen. Ich lass euch jetzt gehen. Und ihr müsst auch nichts weiteres irgendwie bezahlen oder sonst irgendeinen Scheiß machen. Aber seh ich das noch einmal? Noch ein einziges Mal, ohne dass ihr vorher irgendwie versucht irgendjemand von uns zu erreichen, oder das nicht irgendwie auf den nächsten Tag verschiebt und dann versucht jemand zu erreichen. Dann haben wir ein richtiges Problem. Habt ihr mich verstanden? Jo. Ist das angekommen? Ja, ja. Ist das angekommen. Sonst rufe ich meinen Onkel Emanuel Youssef an und der haut euch eine Machete in den Kopf. Drei Bugfefe im Tag, Tag, Tag. Ach, labert keinen Scheiß jetzt, die Huten, Alter. Du hast das auch verstanden, ne? Ist einfach sinnlose Scheiße. Du hast das jetzt auch verstanden, was ich gesagt hab? Ja. Okay, gut. Dann verpisst euch jetzt hier. Ja, ich helfe dem auf. Ah, fuck. Schande. Halt deine Schnauze, Tag. Schande. Halt die Fresse. Du musst nicht nur extra provozieren. Meine Fresse, Alter. Hä? Willst du mir deine Nummer geben? Vielleicht soll ich mal quatschen? Nein, hier hast du sie. Jo, jo, jo. Du scheinst, als ob du hier was zu sagen hast. Ich geb dir mal meine Nummer. Ich hab gar nichts zu sagen. Ach so, ja gut. Aber der Scheine hat von Juli die Nummer. Na gut. Jut, jut. Ich bin hier halt der Hausmann. Das nächste Mal kommt einfach vorbei und quatscht. Ich sag's euch jedes Mal. Kommt her. Chill. Ich höre euch jetzt das erste Mal. Du musst bedenken, in der Stadt kann man nicht mit allen reden. Ja, aber... Ich weiß nicht, ich kenne euch nicht. Aber guck uns alle, Mann. Wir sind voll Idioten. Ja, du musst aber uns verstehen. Ja. Wenn das die Indizien sind und das ist dann sehr wichtig für uns. Aber du weißt doch, guck dir doch den Rest der Stadt an. Die knallen sich halt um den Haufen mit den ganzen Nüchtigkeiten. Ja, fahrt man's gerade noch was. Wir sehen uns später. Der Scheine war vor... Weiß nicht. Lass mich lügen. Anderthalb Stunden war er hier. Bruder, der weiß wieder die rechte Hand nicht, was die linke tut. Das ist das Problem. Der war hier, hat Jones gekauft und ich sag dem jedes Mal. Ich sag, Scheine, komm mit deinen Jungs vorbei. Setzt dich hier hin. Chill mit uns ein bisschen. Das ist egal, die werden auch ins Krankenhaus fahren. Weiß gar nicht. Am besten schreibe ich den Zettel und verteil die. Äh, ne, der ist Penn. Ja, dann ist das schon. Sollen die dann ins normale Krankenhaus? Was mit Xavina, John? Äh, die ist gerade im OP, aber Krankenhaus ist voll. Da kommen gerade noch 15 Leute rein. Und jetzt haben die Jungs. Ja, da müssen die ins Krankenhaus. Ja, da müssen die ins Krankenhaus. Helmut, glaube ich. Ich mach Helmut. Warte. Oh, Rett, die könnte ich fragen. Stopp. Juli, komm mal bitte. Helmut, hast du Zeit? Kannst du dich melden, wenn du Zeit hast? Alles klar. Alles klar. Ja, bis dann. Hau rein. Wenn die Nachtschicht machen, Scheiße bauen, ne? Ja. Ist ja okay, ne? Ja, ja. Auch wenn die Leute überfallen, ist okay. Ja, ist auch okay. Aber das mit der Flag, das ist kritisch. Die sollen nicht von irgendwelchen Gangmitgliedern die Flag klauen. Nein, aber darum ging es ja gar nicht. Haben die auch, glaube ich, gar nicht. Doch, hat er doch gesagt? Nein, das Einzige, was der gesagt hat, ist, dass irgendwelche Leute in deren Flex da irgendwo rumgefahren sind und Leute hochgenommen haben. Weißt du, was ich... Keine Ahnung, Alter. Ich sehe schon, komm, ne? Die pfeifen alles zusammen und dann würde es mal drinnen gehen. Ja, dann sollen die... Und dann müssten wir wieder komplett Rancho einstampfen. Ja, aber dann ist das halt eben so. Okay. Ich würde es euch machen. Okay. Aber die brauchen... Ah, Junge, Alter. Das hat mich sauer gemacht jetzt gerade, was der erzählt hat, ne? Ja, du weißt die rechte Hande bitte nicht, was die Linke tut. Absolut. Junge. Ich muss mal eben kurz zu den Jungs. Was? Wer ist denn in meinem Anzug? Was? Weißt du das? Äh, keine Ahnung, der steht da schon länger. Herzlich willkommen im Junk Park. Hä, grüß dich. Für einen Burger drücken sie die Eins, für einen Menü die Zwei. Haben sie etwas Wichtiges zu klären, drücken sie die Drei. Na, ich hab schon alles geklärt, Dicker. Ich warte auf meine Bestellung, wenn du verstehst. Dicker... Bro, du nennst mich Dicker. Bist du nur ein Accomapolizist? Ne, Mann. Willst du für einen Crack kaufen? Crack? Das ist was Neues hier im Stadt. Der war... Neweg, Junge. Neweg. Brauchst du drogeln? Ja, ich hab schon bestellt. Bei wem denn? Und? Die Hütter? Ne, von euch hier. Ne, von Haze und den Jungs. Ach, nix. Ich musste mal kurz ein paar Leute zurechtweisen. Du hast eine coole Stimme, Dicker. Heißt? Danke. Das ist ein cooles Outfit. Danke. Dann ist das aber auch nicht schlecht. Warum? Weil Affen sind, weil die von irgendjemand irgendwelche Informationen haben. Juni! Hier ist ein Herr. Der hat drogen gestellt. Wie viel? Weiß es nicht, aber ich weiß nicht bei wem. Bei wem hast du drogen gestellt? Bei Haze. Komm gleich. Achso. Ja gut. Oder es gibt hier keine Rangfolge. Johnny koordiniert ein bisschen, aber das ist kein Gang-Scheiß. Ich geh mal kurz daheim. Kleiner Sonne-Mann dabei, ne? Glaub ich. So, ne, die Leute machen Nachtschicht. Die gehen Leute überfallen. So, wir überfallen Sachen. Geisel-Name und so, mit den Kiesel-Stinzen. Haze? Haze? Ja. Hast du nicht was vergessen? Was denn? Da hast du nen alter Wixer, der will drogen kaufen. Ich weiß, den hab ich schon an Chap weiter gemittelt. Was hast du? An Chap vermittelt, der kommt oder angelaufen. Achso. Du hast schon wieder die Luftpumpe in der Hand gehabt, ne? Ach, fast. Mhm. Da hast du halt dich schon wieder gesehen in der Kamera. Mit Cover. Stress haben wollen. Chap? Was geht? Wo ist Chap? Weiß ich nicht. Quatschen mich so an. Bist du? Jacks. Teller? Ne, Jacks Green. Green? Ja. Guck mal, was du da reinkriegst. Idiot. Das geht gar nicht. Champ hast du gemacht? Ich hab den fertig, ja. Soll ich dir ein bisschen Platz machen? Ist das Cody? Jeff? Ja, das ist Cody. You're right. You're right. Jeff? Ja. Siehst du nach Köln oder warum hast du das Auto so umlackiert? Du hast gesagt, ich soll das umlackieren. Du wärst nicht wieder? Das ist irgendwie sexy. Ja, aber du kannst... Ich hab schon mal einen Schild. Das hab ich schon immer da drauf. Ist doch nicht neu. Die Krapfer-Sniebilder. Mein Herz gebrochen. Da. Also keine Ahnung. Wir haben noch mal versucht mich zu kontaktieren oder sonst irgendwas. Direkt rein und Stress. Obwohl der deine Nummer hatte, ne? Direkt rein und Leute hochgenommen. Ja, die haben meine Nummer, die haben seine Nummer, die haben von fast allen die Nummer. Die haben selbst von mir die Nummer. Ja, es ist... Soll ich morgen mal mit denen reden? Was willst du mit denen reden? Keine Ahnung, ob die jetzt hier... Ich hab dann jetzt gerade ne Ansage gemacht und wenn die das nicht einhalten, dann haben die halt Pech. Ja, dann haben wir wieder Stress auf Indizienart. Ja. Wie gesagt, ich kenn die ja und äh... Ich dachte dann, ich häng hier ab und die sollen jetzt keinen Scheiß machen. Ich glaube, die haben verstanden, dass... Dass man hier quatschen kann. Dass man nicht unbedingt ballern muss. So will die anderen Idioten das machen. Und wenn die ballern wollen... Was geht? Dann soll ich das sagen. Guten Tag. Müsst ihr wo ein Phil ist? Ja. Ein Parkplatz. Der ist wunderschön pifelt. Ach so, ich glaube, ich hau mich jetzt mal in... In ein Bettchen. Hey, das war doch der Rapstar von gestern, oder? Ja, das war der Rapstar. Das war der ja gestern. Ja. Hat der eine Pan-Flöte? Ja. Pan-Pipe. Der hat auf jeden Fall Mutter-Bezug. Und Tier-Bezug. Und... Und Flop-Bezug. Ich konnte gestern nicht mehr, ey. Ja. War auf jeden Fall lustig so. Ja. Du kennst doch Brian, oder? Curtis? Always look on the bright side. Nein, den mit den roten Haaren. Oh, Junge. Welche roter? Ach so, der Rapper. Ja, right. Ja, ja. Der hat sich mit dem Typen, der hier gerade mal gemeldet, so. Und Brian ist ja vielleicht so... So eine 3, wenn man nett ist. Und Jack ist so eine 0. Aber der Frank ist die 12. Und die Mila nicht zählen. Ja. Definitiv. Ich bin auf jeden Fall Mila-Fan. Ihr Track ist schon ziemlich geil. Aber der Frank ist die Beste und es zahlen das. Sag mal. Sag... Sag mal, hast du Tomaten auf dem Tacho? Na hör mal. Ja. Oma Jutta. Das sind Zentorn und Krang. Dann soll der nicht den Tarnamang drüber schmeißen. Mhm. Guck mal weg da. Pass auf, das ist mein Park. Geh weg da. Ich will umparken. Oder, ne, nächste Woche. Ja, ja, der muss nächste Woche rein oder so. Irgendwie sowas. Sind die Leute jetzt im Krankenhaus von uns? Nö. Nein, da kommt ein anderer Arzt. Aber erst in einer halben Stunde. Die müssen durchhalten. Aber ich hab nichts mehr dabei. Ab morgen dann wieder Krieg wegen Indizien. Ich hab auch nichts gemacht, schwöre. Ja, wegen Indizien merkst du selber. Weißt du, was mir vorhin einer erzählt hat? Einfach so einer, der mit raus rumgefahren ist. Wir haben einen gesehen. War einfach so ein random. Der ist runtergefahren in die Stadt. Wir haben den hochgenommen. Und dann sagt er so, ach so, ihr seid also das Finanzamt von der Folders. Ich sag so, hä, wie von der Folders? Ja, die Folders wurden auch gerade hochgenommen und umgekehrt. Und dann sind die Junkie-Park umgeschossen von Leuten aus dem Junkie-Park. Ja. Ja, merkst du selber. Merkst du selber, ne? Bruder, du. Guck mal, du kannst dir nichts gegen machen. Guck mal, komm mal mit. Für die sind die älte Leute, die irgendwelche Leute ausräumen, ist Junkie-Park. Komm mal mit, komm mal mit. Ah ne, ich hab mir die Sachen weggeschmissen. Das ist nochmal die Story, als er mit dem Typen, der viermal auf dem Weg überfallen wurde. Alle machen das schwarz und maskiert. Dann machen wir das auf andere Art und Weise und dann sind die Junkie-Park aus. Ja, das bekommen wir nicht weg. Ja, ich weiß. Ist halt ja die professionellsten. Idioten, die es gibt. Klapp dich auch, Lieb. So, ihr Lieben. Schlaf gut. Ja, ist soweit ganz gut. Und selbst? Gute Nacht. Jutta! Du geile Sau. Gute Nacht, Jungs. Gute Nacht, ne? Gute Nacht. Weil der Junkie ist. Jutta soll hinkommen. Ey, Jeff. Habt ihr schon das Geld gegeben dafür, ne? Schlaf gut, du ba? Und Mütter? Ja. Werfen sie, Jut. Wir tun jetzt noch ein bisschen Fummel. Ui. Das ist aber ne ganz alte Kohle-Dose. Ich will dir denken, ich kauze ein Fell. Ach, ein Becher! Ich rede nicht mit dir. Warum? Wer kennt denn Jaks gut hier von euch? Ich nicht. Ja, okay. Ich fuhr jetzt ins Bett, ne? Gute Nacht, dass ich nochmal drücken kann. Bitch, hast du mich oben gelassen? Ich hab kein Auto. Ja. Ach. Dann komm du wohl, du bleib. Ist mir auch eingefallen, dass ich hier angekommen bin. Ja, geh jetzt nach. Ja, gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Boah, jetzt wird schon wieder geknattert. Was macht denn der Aschenbecher hier? Was ist denn heute los? Alter, ich... Guck mal, wie... Guck mal, wie John... Was? Nur gucken, ne? Ich kann auch gucken. Nee. Uh, das ist ein Baum. Junge, halt. Alter, was ist hier halt los? Uh, uh. Boah, wie einer von uns schießt, alter. Was ist da los? Nix. Alles gut, hat er gesagt. Keine Ahnung. Ja, aber warum knallt er nicht? Äh, weil der ihn überfahren hat. Der... Und dann steht er auf dem Schieß? Ich würde den Krankenwagen gelicken. Ja, bitte. Nur so angefahren, so. Mit der Seite. Grad als er gestartet hat. Also nicht richtig überfahren. Was ist denn schon wieder los in das Hausaal, Leute? Was ist denn schon wieder los in das Hausaal, Leute? Folgt mich da, ich schaue mal Sekunde. Hier, bleiben Sie stehen. Ah, ja. Ich bin nicht so oft da. Meine Ohren tun weh. Machen Sie da Licht an. Mit dem Pounder unterwegs, mit dem Holz Pounder. Ja, richtig. Die haben das verkackt mit den 300 Joints. Richtig. Ja. Gut. Warum soll jetzt einer von meinen Leuten dafür einsitzen? Ja. Weiß ich nicht. Hä? Ich kann jetzt nicht da hingehen und mich stellen, ne? Ich brauche mehr. Ich brauche nicht so viel Geld. Ja, musst du das absitzen. Habe ich oft gemacht. Ja, jetzt aber nicht. Ich mache ja einen Wohnzimmer also. Keine Ahnung. Warte, Junge. Die wollen den Jungen hier neben mir einbuchten morgen. Und ich war vorhin deswegen im Knast. Die wollten mich auch noch einbuchten. Ja, ja. So gilt das nicht. Von mir aus ist mir egal. Dann chill jetzt noch ein bisschen. Und bevor du pennen gehst, kannst du gerne da hingehen und dich dann da melden. Hä? Und sagen, dass das deine Scheiße war. Was hast du da gerade gesagt, Bruder? Warte. Bevor du pennen gehst. Ja, warte. Was redest du? Du. Ne, da soll sich jetzt nochmal zwei, drei Joints reinziehen und dann wenn man sleepy as fuck ist, da rein geht. Genau. Dann schläft er durch. Schlaf da in der Zelle oder so. Dass du den Schlüssel von dem Pauner Holz hattest und damit Drogen gemacht hast. Aber das kann ja nicht sein, dass jetzt einer von uns deswegen so lange sitzen muss. Weißt du, was ich mein? Und ich saß schon lange. Ja, mir haben die aber nichts angekreuht, als ich drin war. Ich glaube, das versteht den Sinn dahinter nicht. Ich soll jetzt dafür 60 Stunden sitzen. Das ist eine 6 und eine 0. Das ist eine Menge. Ich musste 86 Stunden sitzen. Ich habe einen Knastschaden bekommen. Den hattest du vorher schon. Ruhe. 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 Aber für wen hat er denn gearbeitet? Für uns? Ruhe. 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 Das macht dich von anfang an keinen sinn. Ruhe. Ruhe. Uuu. Das ist schwierig gerade, ähm, ja. Einer nur. Ja, dann muss der Jack, sagst du, Jack, wie heißt du? Jacks. Dann muss der Jacks, der vor gerade steht. Dann musst du zusammen zu PD gehen, Jeff sagt, ich habe das Auto vermietet. Wenn du gecatcht wirst, warum soll niemand anders für dich in Gefängnis? Du bist einer von null. Oder? Ja, aber das Ding ist in der Klasse. Sitzt man 60 Stunden? Ja, hol doch. Du bist eine kommende Sau. Oder glaubst du, ich komme mal 60 Stunden rein? Ich glaube, ich kriege gar nicht so viele Stunden. Naja, das Ding ist ja, guck mal, wenn du selber noch hingehst und dich geständig zeigst, dann wird das wahrscheinlich auch weniger werden, ne? Also, das mal nebenbei. Dann musst du schon für gerade stehen. Wenn man scheiße wort, muss man da für gerade stehen. So, wenn ich scheiße wort, dann muss ich da für gerade stehen. Denn einer von uns behandelt keiner mit dem Hund. Ja. Jeder, jeder, jeder hat seine Sachen, die er mit sich trägt. Und jeder macht... Ich war auch schon im Gefängnis für die Familie. Jeder macht scheiße. Hä? Jeder macht scheiße, Mann. Ja, du musst halt die Hilder, du stehst einfach für gerade. Wenn du, wenn du, wenn du dann verkackst in dem Moment, dann musst du halt dafür gerade stehen. Ist das richtig oder nicht? Dann muss ich dafür in den Knast, ja, hast recht, Mann. Wenn du hingehst und dich schnellst, kriegst du wahrscheinlich noch Strafmelderung. Das ist Beweisauslage, Sozialhilfe, ja. Auch. Aber vor allem auch zu dem Bull, Mann. Ja, aber das ist schon richtig, was Juni gesagt hat. Dann buffert ihr doch zwei Stück und dann hängst du da dicht in der Zelle ab. Und pannst in der Zelle. Überleg mal, du schläfst heute Nacht in der Zelle, ne? Ja. Guck mal, dann hast du schon ein paar Stunden weg. Siehst du? Ich weiß, was du meinst, Mann. Warum weggeschmissene Zeit? Wo sind deine Cojones, Essay? Sieh, du kommst in meine Barrio. Ich bin müde. Du kannst das von mir aus gerne morgen machen, weißt du, was ich meine? Du bist doch in den Knast. Aber es würde halt... Soll ich im Knast gehen? Ich geh im Fängen, ne? Lass du mal mehr sind. Ich würde sagen, das macht mehr sind. Frag die anderen. Oder frag dich selber. Ich meine, was hast du jetzt noch groß vor? Oder hast du jetzt noch eine, die die jetzt hier... Wolltest du ein bisschen näher durch Lust anders dürften? Ja, normal. Jetzt rumrasen. Du kriegst keinen Nacken-Kleischer. Ja gut, das ist richtig. Ich geh pennen. Auralen. Mieternacht. Stipfel dein Zeug gerade. Oder soll ich Gefängnis beenden? Ne. Ich meine, schon geh ich. Ja, ich mach das auch. Die Scheiße, verbaukt. Dann muss ich auch gehen. Also, ich geh nicht. Ich kann ja mal rumtelefonieren, wer überhaupt für den Fall zuständig ist. Das FIB. Wer sind denn die Typen da? Trouble und Cody? Hast du gehört? Das FIB. Hast du da eine Nummer? Hallo Dr. Formel. Ich hab euch verpetzt. Ich hab gesagt, ihr kifft da. Ich ruf einfach mal an und frag mal, wer für meinen Fall zuständig ist. Ich hab von der Dings. Ich kann erklären, warte mal. Ich kann erklären. Ich hab von der G-Unit nur. G-G-G-G-G-Unit. Und von der... G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G. Lexi, wie heißt du weiter? Hart. Weil ich gefragt wurde, ob ich dich das fragen kann. Ja, klar. Warum nicht? Lexi, bist du böse? Wie heißt du denn jetzt weiter? Ja, ich bin nicht böse. Ich bin nicht kriminell. Doch, doch. Lexi ist böse, die hat mich gefragt. Ja, Kriminellen sind scheiße. Ich bin... Damals scheiße. Was schälst du mir jetzt ein Bällchen? Mal ehrlich gerne, Bruder. Hallo? 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 Was hörst du? Hallo? 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 Absolut, Mann. Hallo? Hierst du links und dann da vorne rechts. Hallo? Du bist irgendwie so ein Flummi, Alter. So davon. Da war ich heute im... Im... Im Gefängnis. Das ist ja Finne Schlange. Du kannst sagen... Du kannst sagen... Genau, genau, genau. Kannst du sagen, der hat ein Herr Trulof deswegen verdächtigt worden? Da ist ja... Und da wurde auch ein Herr Trulof deswegen verdächtigt. Auch heute. Und festgenommen. Und festgenommen. Oh du Dweffel, Dweffel! Auch wegen demselben LKW. Auch wegen demselben LKW. Ja, wegen demselben LKW. Ja, ja. Ähm, wir hätten denjenigen, der wirklich dafür verantwortlich ist hier stehen. Frag mal nach Findalone. Genau. Äh, wer ist denn der zuständige Beamte, der den Fall bearbeitet? Achso, und äh, den... Also müssen wir den Staatsanwalt anrufen? Oder soll der sich bei Ihnen stellen? Oder... Äh, der steht hier, der würde sich schon gerne stellen. Äh, ja Baumann, genau. Okay. Da gehörst du auch hin im Knast Pax, du Kriminell so. Okay, alles klar. Und ruf ich dann mal an. Gut, danke. Tschüss. Den, äh, den Staatsanwalt anrufen. Den Baumann? Das... Ja, und direkt mit dem Klären. Das war ein 914 aus DOJ, ne? Hast du nicht abgespeichert? Nee. Doch. Nachmacher. Wen meinst du... Hallo, ich hab auch ein... Der Baumann, ist der noch zu sprechen? Die grauen Kopfhörer hab sogar ich dir je gegeben. Mhm. Das beats my Cody. Äh, ein anderer Staatsanwalt im Dienst? Ja, das Flüchen muss aber nur ein bisschen leeren, glaub ich. Aber ist nicht schön, der kann gerne aufhören. Okay, also... Ich hab kein Problem mit dem. Okay. Ja, es geht... Ja, es geht... Ja, ne, es geht darum... Also, ich hab eine Anklage bekommen wegen... Ja, Betäubungsmittel, LKW, bla bla bla, weil es halt mein LKW ist als Halter. Und, äh, derjenige, der das verzapft hat, der würde sich gerne stellen. Aber wenn jetzt kein Staatsanwalt da ist, kann er sich ja schlecht stellen. Also, müssen wir das auf morgen verschieben, wahrscheinlich, ne? Warum lachst du, wenn ich komme? Respekt, my honorary deal. Wie, bitte? Ey, den gleichen hab ich auch. Ne, ne, ich wurde festgenommen, ich wurde freigelassen, weil ich das, äh, dieses... Dings nicht unterschreiben wollte, weil ich das definitiv nicht gemacht hab. Ne, also ich unterschreibe nix, wenn ich's nicht gemacht hab. Und, äh, ich stehe jetzt hier gerade in geselliger Runde und derjenige steht halt mit ihm. Möchte sich gerne stellen. Jetzt wollte ich ein bisschen wie das abholen. Ja, gut, dann verschieben wir das auf morgen. Wissen Sie ungefähr, wann der war, man da ist, ne, ne? Können Sie dem eine Nachricht hinterlassen, dass, äh... Boah, der Schokohälde wie so ein Anwalt, ne? Das ist in diesen... Was hat der von den Medics? Das wäre schön. Und bitte auch in die Akte von Herrn Trulof, der wurde wegen desselben LKW... Ja, soweit ich weiß, da der LKW komplett full full. Auf Verdacht. Oder, keine Ahnung. Keine Ahnung, was der sagt. Hallo, Chad, seid ihr müde? Hallo. Aufwachen. Kuscheln. Nein. Also er sagt, ihm wurden Vorwürfe gemacht, wegen des LKW. Und er sollte genauso verknackt werden wie ich. Okay. Alles klar. Gut. Dann bis morgen. Boah, ich will auch VW spielen. Gerne. Wiederhören. Äh, Sherry. Eine Stunde ist deine Haftanheit. Also 150 sind 150 Stunden. Und? Was war die? Jack, du kannst heute noch rumraten, ne? Gut, gut. Ist kein Staatsanwalt mehr da, müssen wir morgen machen. Aber der hat das eingetragen in die Akte. Gut, gut. Na, und wann ist der da? Keine Ahnung. Wann bist du denn morgen da? 17, 18 Uhr. Und du? Ja, das passt. Mit Jordan. Gut. Dann könnt ihr euch ja zusammen verabreden und dann macht ihr das, okay? Mhm. Oder ihr macht das einfach gegen Abend. Entschuldigung. Ja. Ich geh schlafen. Dann schützt du uns. Ich will nur... Dann schlafen ein bisschen und dann... Entschuldigung. Dann wünsch ich ihn nicht. Hallo Freunde. Ich geh ins Feld. Schlafen sie. Falls ihr bitte welche auftauchen, die auf uns schießen, nehmen die Halle hoch. Ich klopf an deine Tür. Oder mach einen P3-Plan. Ich kann das nicht. Also... Ich sag denen, Curtis verprügelt sie. Yo, it's quacking curves. You're a wonderful fool. Ich geb keine Jungs. A wonderful man. Hansel, du hast die Luftwaffe dabei, ne? Natürlich. Wenn einer kommt... Ratatata! Natürlich. Ich geh ins Feld. Geil. Schon wieder genug passiert heute. Schon wieder Kopfweh. Ihr kleinen Schuine. Ne, du bist nicht... Weit... Ne, ist das der Vater? Warte doch bevor du schlafen gehst. Ich will los im Taucheranzug. Ich besorg dir einen. Aber gibt es eine Farbe? Welche Größe? Ja, ja, gib es. Was willst du für eine Farbe? Welche Farbe gibt es? Boah. Gibt einen den grünen, türkis, einen rot. Rot ist gut. Rot. Rot-Schwarz? Rot-Schwarz? Rot-Schwarz müsste das sein, ja. Dann bin ich der Ding. Das ist der Flash Gordon. Nein, Flash. Nein, das sag ich dir. Komm mal her, lass dich noch mal drücken. Entschuldige noch mal wegen dem Trubel vorhin. Was für ein Trubel? Ja, du weißt ja, ne. Mit der Vöchels hier waren. Mö doch egal. Macht Ratatata. Ja, ja, ja. Die sollen kommen quatschen und nicht den Harry, den Harry jetzt geiseln nehmen. Ja, deswegen, ja. Ja. Gut. Da bin ich mal gespannt, ob die jetzt mit 20 mal auftauchen. Morgen. Oder ob die mal quatschen. Ja, na schon. Aber kann gut sein, dass die morgen nochmal kommen. Mit 20 mal? Ja, ich denke schon. Ja, dann machen wir... Woher kommen die? Aus Rancho. Ja, dann machen wir das Ding platt. Wir haben uns damals schon mal 100.000 gezahlt, als die noch nicht hier... Ja, dann wird es platt gemacht, ganz einfach. Dann bauen wir dann einen Baumarkt hin. Perfekt. Okay. Die Bretter haben sie ja schon da. Ja. Gut, schlaf gut. Kuss, kuss, kuss. Ja. Tschüss. Tschüss. Warum häng ich immer nur mit Idioten ab? Ruhe. Genau, weil ich ja in der bin. Ich bin aber der Größte. In dem Gerl. Boah, stimmt Auge da, ne? So. Danke für die ganzen Re-Subs und Subs, die reingeflittert sind. Ich hoffe, die Leute sind noch da. Wenigstens ein paar. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Die Zeit ist heute wie im Flug vergangen. Ich hatte Spaß. Ihr hattet auch Spaß. Was? Dann sehen wir uns morgen wieder. Entschuldigung. Nachher. 19 Uhr einschalten bei Kush Nation. Ausrufezeichen. Pizza in den Chatbots. Ich glaube, Johnny macht noch ein bisschen. Wollt ihr bei Johnny zugucken? Der muss ja noch ein paar Sachen klären. Ich schließe euch zum Juni. Mal gucken, was da noch abgeht. Vielleicht passiert da gleich noch was. Wir raiden den ja. Aber ich sage jetzt schon mal Chuhus. Wunderschöne gute Nacht. Baut keinen Mist. Ich küsse eure Herzen. Tschuhus. Ab in a raid promise. Tschuhus. Aber wir müssen noch ein bisschen warten. Jetzt kommt erst mal ein neues Lofer Lied. Geil. Reilende Pömmel Kids. Bloß, bloß, bloß. Tschuhus und wunderschöne gute Nacht.